AfD-Plakat. Weil wir für euch sind, sind sie gegen uns. Das ist so ein klassisches Ding von ich trigger die Aggressivität von den Leuten. Ja, für uns sind die Schalte bei Zoom, wenn du Zoom nutzt, die Selbstansicht aus. Warum? Es gibt in der Psychologie einen Faktor, der nennt sich Selbstbeobachtung. Wenn wir gut kommunizieren können, dann ist es geil für die andere Person und für uns. Diese ganzen Dating-Algorithmen auf irgendwelchen Plattformen. Bullshit. Funktioniert einfach nicht. Ich habe echt durch vieles rumvögeln die Fähigkeit verloren, mich zu verlieben. Das ist ganz interessant, weil im Außen, glaube ich, wirkst du ein bisschen zu arrogant manchmal. Man hat in Amerika eine Umfrage gemacht. Welche Menschen kommen am ehesten in den Himmel? Wer war auf eins? Oh nein! Komm, ich am Ader her, Dog! Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Benedikt Held zu Gast und ihr kennt wahrscheinlich die erste Folge, die wir gedreht haben. Falls ihr die nicht kennt, dann kann ich euch nur empfehlen, guckt euch die an, weil die ist wild gewesen. Die hat so viele Klicks gemacht. Keiner von uns hat damit gerechnet, auch nicht Benedikt, als er dann auf dem Dorf angesprochen worden ist von Menschen, wo wir niemals gedacht hätten, dass sie diesen Podcast hören. Und der Vibe beim letzten Mal war richtig geil, dieses Mal auch. Und wir hatten heute auch sehr geile Themen. Es hat wieder sehr lange gedauert, wie ihr unten seht, aber der Podcast ist richtig, richtig geil geworden. Wir haben gesprochen über die perfekte Beziehung, also wie er seine Beziehung führt, wie ich meine. Und nicht nur, sage ich mal, das trocken wissenschaftliche daran mit den Modellen, das auf jeden Fall auch, aber auch zu unseren persönlichen Erfahrungen, also sehr intim geworden. Dann hat er mich charakterlich analysiert mit dem Modell, wo er immer mit seinen Kunden und Co. quasi vorgeht. Und das war auch sehr spannend. Haben wir uns so gegenseitig ein bisschen, also er sich analysiert und er mich. Und dann haben wir darüber gesprochen. Das war auch sehr interessant. Da könnt ihr sehr viel mitnehmen. Und ansonsten haben wir noch über Kommunikation gesprochen, über Dating und auch über Charisma. Also wie könnt ihr charismatischer sein? Wie könnt ihr besser kommunizieren? Und ja, ganz viele Dinge in diesen ereignisreichen vier Stunden. Bevor der Podcast losgeht, Freunde, wir haben einen Meilenstein bei Ula Kala erreicht. Wir bringen endlich Sportklamotten raus. Nico und ich machen gefühlt unsere ganze YouTube-Karriere lang Sport und haben Streetwear-Klamotten rausgebracht. Und jetzt haben wir endlich Sportklamotten gemacht. Die kommen am 29.10. um 12 Uhr. Werden wir droppen. Am Sonntag. Warum ist der um 12? Wir fangen um 12 Uhr ein Early Access an, der 24 Stunden geht. Dafür braucht ihr einen Code. Und ihr bekommt auch noch 20 Prozent auf die ganze Bestellung, wenn die Kollektion online kommt. Als kleines Dankeschön von uns an euch. Und um das mal zu feiern, dass wir eben Sportklamotten rausbringen, was halt sehr geil ist. Und ich habe die während dem Sober Oktober gesehen. Ich habe aus meinem Umfeld super viel Lob dafür bekommen. Wir haben uns richtig viel Mühe gegeben. Die Sachen sind wirklich geil. Von der Qualität her sind die crazy. Zum Beispiel diesen Hoodie hier. Ihr seht hier den Tackle-Twill. Das ist eine sehr aufwendige Stickart. Wenn ihr den dann mal in echt seht, der ist wirklich, der kommt richtig fett. Die ganzen Details, die ihr sonst kennt, sind auch dabei. Ich trage zum Beispiel eine Größe M, wenn ihr wollt, dass ihr so fittet. Ansonsten haben wir auch richtig gute Size-Guides. Und wir haben auch ein Tool, wo ihr einfach nur eure ganzen Maße eintragen könnt. Und dann kriegt ihr eine Empfehlung, die passt. Wie kommt ihr um 12 Uhr in den Shop zur Sports-Kollektion? Ihr müsst einfach nur euch eintragen. Entweder seid ihr schon im E-Mail-Newsletter und in der WhatsApp-Gruppe oder nicht. Wenn ihr dabei seid, dann einfach am Wochenende eure E-Mail aufmachen. Dann kriegt ihr den Code zugesendet. Und falls ihr nicht in der Gruppe seid, unten in der Beschreibung ist der Link, wo ihr euch anmelden könnt. Dann geht ihr auf Nummer sicher, bekommt beides. Seid eingetragen und wir spammen euch dort nicht. Einfach unten in die Videobeschreibung reingehen, da draufklicken, das ausfüllen und dann entspannt Passwort bekommen. Und dann habt ihr easy Zeit mit Rabatt entspannt einzukaufen und euch das auszusuchen, was euch gefällt. Ich bin gespannt, wie die Kollektion findet. Und jetzt aber habe ich genug geredet. Vielen Dank für den Support und viel Spaß mit dem Podcast. Der Podcast lief krass. Ich gucke ja echt selten rein. Also ich war so im Urlaub und habe mich reingeguckt, weil ich wegen dem Podcast mit Rin reingeguckt habe. War mir so eine Herzensangelegenheit zu gucken, wie das da läuft. Ich habe viele Nachrichten bekommen. Und da habe ich halt noch random da in unseren reingeguckt. Ich war so, what the fuck? Wie viele Klicks hat der? Das war so über eine Million. Ich war so, hä? Und ich weiß gar nicht, wo der jetzt. Du hast mir gerade am Telefon gesagt. Ich habe vor, keine Ahnung, einer Woche oder so, als wir gesagt haben, wir machen den zweiten Podcast reingeschaut. Habe so gesehen, meistgeklickte Videos von Tim und dann in der zweiten Reihe ist schon der von uns. 1,6, 1,7 Millionen Klicks oder sowas. Also echt. Scheint zu funktionieren, was wir machen. Nein, das, was du machst. Ich, also sonst wäre ja jeder Podcast so gut. Nein, aber ich dachte, wir sind, also ich habe gedacht, wir sind da noch gar nicht in die richtig interessanten Themen reingestiegen. 4,5 Stunden, um uns aufzuwärmen, so langsam. Ja, wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Ne, ich muss auch sagen, es war ein angenehmer Podcast. Also man merkt, dass du Profi bist, weil hier, du bist der Einzige, der die Schuhe auszieht und dann hier immer noch so, ja, du, 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 du. Sind wir bequemer. Okay, gut. Haben dich Leute darauf angesprochen? Also wie war es für dich? Ich meine, du hast ja auch nicht damit gerechnet. Wir waren hier, haben Spaß gehabt, ein bisschen gequatscht und so. Voll, voll. Ja, ich kann mich erinnern, nach dem Podcast sind wir so rausgegangen und dann habe ich so gesagt, hey, es hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich sehr, sehr cool. Geiles Gespräch. Und dann hast du so gesagt, so ja und so und weißt ja nie so, wie das bei den Leuten ankommt und so weiter. Und ich denke mir so, hä, das war doch richtig gut und so weiter. Mal sehen, mal sehen, wie die Leute das finden. Und ich meine, am Ende des Tages, die Botschaft oder eine der Botschaften aus unserem Podcast war ja, es geht zum einen, Teil darum, wer du bist, was deine Inhalte sind, dann aber auch darum, wie du es kommunizierst. Weil ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt besonders mehr Kompetenz habe oder irgendwie krasser bin als die anderen Gästinnen und Gäste in deinem Podcast. Aber vielleicht, dass die Art der Kommunikation halt für die Leute irgendwie interessant war. Und dann war es für mich so, dass ich erst mal gesehen habe, sehr cool, wie es ankommt. Habe es erst selbst nur im Video gesehen. Und dann haben mich echt extrem viele Leute darauf angesprochen. Also sei es wirklich Leute, die schon bei uns irgendwie Kundinnen und Kunden waren, dann aber auch über die Zeit so andere Leute irgendwie auf Instagram oder haben irgendwie Mails geschrieben. Und dann echt, also ich komme ja aus so einem 18.000 Einwohner Ort. Und dann habe ich irgendwie so, ach, das war teilweise witzig, weil teilweise haben so Leute Kooperationsanfragen gemacht. Also war so Titel, Tim Gabel Interview. Und dann war die Mail, aber einfach nur so, hey, ich würde dir gerne diese Dienstleistung anbieten. PS, tolles Interview. Und ich so, hä, okay, so, okay, facing and leading oder so. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte gehen Sie sich ficken. Ich dachte mir so, okay, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Nee, aber auf der anderen Seite, nee, es waren auch wirklich Leute sehr berührt, sehr bewegt. Und das Witzige war, sowohl waren es Leute, wo ich mir jetzt gedacht habe, okay, das passt jetzt zu unserer Audience in gewisser Weise, waren dann auch Leute, die irgendwie danach dann eben bei uns ins Mentoring gekommen sind oder so. Und dann aber auch ganz, also hätte ich nicht gedacht, irgendwie in unserem eben 18.000 Einwohner Ort waren, ich sag mal, 55-jährige Frauen, die auch gesagt haben, ja, der Podcast uns war so inspirierend und so weiter. Teilweise haben das Leute, die meine Eltern kannten, meinen Eltern dann gesagt haben. Und meine Eltern so, ja, übrigens, ich soll dir von der und der ausrichten, dass der Podcast richtig habe. Ich so, okay, krass, wie viele anscheinend Tim Gabel oder den Podcast dann gesehen haben. Ey, das ist crazy, weil ich hab, ich mein, du warst ja da, wie das ist nach dem Podcast, ne? Und ich bin dann auch so, hab's dir gesagt, ja, also ich bin nach jedem Podcast immer so, ja, mal sehen und so. Ne, ich bin ja so schwerer Perfektionist manchmal. Zum Leidtragen von euch. Aber wenn du dann, wenn du dann so siehst, wie so ein Podcast abgeht und was für Leute der erreicht, dann bist du so echt so immer so, ne, das ist ein krasses, also so ein komisches Gefühl. Voll, voll, voll. Muss ich denken, es haben 1,6 Millionen Leute oder sagen wir mal 1,4 Millionen, wenn die irgendwelche Doppel geklickt haben oder so. Aber über eine Million Menschen haben das gesehen. Und der hat, glaube ich, auch eine durchschnittliche Wiedergabedauer, die ist, wie hoch ist die bei dem, weißt du das? Zwei Stunden? Boah, crazy. Musst du dir mal überlegen. Heißt, okay, ein Video, wie lange ging das? Vier Stunden? Ja, viereinhalb, ja. Das heißt, ein Klick, also es ist ja immer Klick mal durchschnittliche Wiedergabedauer, zweieinhalb Stunden. Ja, ist schon krass. Jetzt hier sind wir richtig unter Druck. Nein, Spaß. Aber ich fand das auch krass, ich habe da neulich irgendwie mit RIN kurz drüber gesprochen, auch so, weil ich zum Beispiel bei dem Podcast, die gut laufen, wo ich halt selber viel Feedback bekomme, das war zum Beispiel auch so einer, der Podcast-Diner, der mit RIN, war dann, hatte mir dann auch gesagt, sogar sein Vater hat sich das angeguckt und hat ihm dann so gesetzt, so, ja ey, ich wusste gar nicht, dass du so schlau bist. So, der Vater hat den eigenen Sohn. Und dann denkst du so, eigentlich, okay, wo hast denn du eigentlich die Gelegenheit, mit einem Menschen in dieser Pacey-Welt drei, vier Stunden zu sprechen? Es hat mir auch ein Freund von mir gesagt, der auch bei uns im Team mitarbeitet, der hat gesagt, zusammen mit einem Freund, wir waren auf einer Autofahrt und haben sich das komplett angehört und der Freund, der kannte mich halt bisher nur von den YouTube-Videos und hat dann gesagt, ja, Moment mal, ich dachte, der Benedikt hat so ein bisschen so einen Stock im Arsch. Aber da hab ich dann gemerkt, ich spreche auf den Sohn. Ganz entspannter Typ zu sein. Ja, aber das ist die Sache. Die Leute beschäftigen sich halt mit mir zehn Minuten in dem Video und dieses Video ist halt so, natürlich, da kann ich jetzt nicht so rumreden und bla bla bla. Du kommst auf den Punkt. Ich komm auf den Punkt. Und es ist kurz und präzise und dann merken die Leute auch so, okay, das ist ja auch irgendwie nur ein Mensch und so. Und zum anderen denke ich mir dann aber auf der anderen Seite, guck mal, wenn diese zwei Stunden die durchschnittliche Dauer sind, das sind zwei Millionen Stunden von dem Podcast, die irgendwie durchschnittlich, sag ich mal, gehört wurden. Und da denke ich mir schon, wir haben ja auch Sachen gesagt, die sinnvoll sind, die irgendwie hilfreich sind, die irgendwie einen Benefit für die Leute gegeben haben. Ich hab alles vergessen. Und deswegen, ja, das hat an deiner Demenz vielleicht daran zu liegen, aber da können wir auch noch dran arbeiten, auch wir an deinem Perfektionismus. Aber ich glaube schon, dass die Leute dann irgendwie was daraus mitgenommen haben. Das finde ich ein tolles Gefühl. Nee, ich habe da auch einiges mit rausgenommen. Ich glaube, wenn wir wieder vier Stunden reden, dann... Klar, ich erinnere mich auch nicht an jedes Detail. Nein, aber guck mal, das ist ja ein gutes Zeichen. Es gibt ja auch Phasen, wo du sagst, okay, gut, jetzt zwei Stunden und da ist alles gesagt. Aber sag mir mal kurz, was hat zum Beispiel die ältere Dame zu dir gesagt? Ich frage dann immer so, was fandet ihr interessant am Podcast? Ja, also was viele gesagt haben, war so diese Kombination von irgendwie teilweise wissenschaftlichen Sachen, aber dann auch doch sehr unterhaltsam oder so. Es war sehr menschlich und vor allem so irgendwelche Bilder, so Vergleiche, irgendwelche Situationen. Da konnten die Leute irgendwie voll viel von mitnehmen. Das ist eine Frau und da ist ein Bär und der kommt in die Höhle und die Frau... Das hat auch diese Shorts, die haben auch Millionen Klicks bekommen. Das ist einfach so wild. Hey, das hat mich so gefickt. Aber weißt du, womit ich gerne loslegen würde, ist Beziehungen tatsächlich. Wir hatten das ja letztes Mal auch so ein bisschen da, aber ich finde diese ganze Beziehungskommunikation ganz interessant, über die wir da gesprochen haben. Wir haben auch das Thema Empathie und so, aber ich finde, oder mir ist es aufgefallen, jetzt so nach der ganzen Ding-Corona-Phase, bla bla, so dass man das auch so ein bisschen alles wieder lernen musste, weil man ist ja gerade so, wenn du guckst, du hast irgendwie vielleicht sechs Stunden Screentime, dann bist du nochmal sechs bis zehn Stunden wach. Was bleibt so übrig? Wie kommunizierst du online? Wie kommunizierst du offline? Ist es etwas, was zum Beispiel bei dir in deinem Mentoring, in deinem Coaching-Programm so auch ein Thema ist? Dass Leute da kommen und sagen, ey, wie rede ich eigentlich mit meiner Frau, wie rede ich mit meinen Mitarbeitern, wie rede ich mit meinen Freunden? Mega. Also das ist, ich würde sagen, die meisten Leute kommen so in erster Linie von, ja, irgendwie so, ich will dann bessere Präsentationen halten oder so. Aber das ist, das fällt, das blättert meist so ab, nach kurzer Zeit, nachdem man dann irgendwie im Coaching ist oder so. Also, das ist wirklich so dieses Thema. So die schambefreite Version von, ey, mach mich funktionsfähiger. Genau. Und dieses Thema Flirt, Dating und Beziehung, das ist ja wie so ein Kontinuum irgendwie. Das ist wirklich das, was die Leute irgendwie am meisten, also nach eins, zwei Sessions oder so irgendwie dann catchen. Aber man schämt sich ja so, zu kommen und zu sagen, ey. Ja, vor allem in der Gruppe auch. Aber das ist halt, bei uns ist es so aufgebaut, die haben halt uns auch Studien angeschaut, was irgendwie am effektivsten ist vom Coaching her. Weil, also, kann man ja Therapieforschung nehmen und Coaching-Forschung. Ja, Gruppentherapie ist extrem wirkungsvoll. Genau. Und wir haben halt die Kombination von Einzelsitzung und Gruppensitzung. So dieses Kombinierte. Und bei den Gruppensitzungen ist es halt so, da sind Leute dabei, die starten jetzt ganz neu. Also, die starten einmal im Monat. Dann sind aber Leute, die sind vielleicht schon ein oder schon zwei Monate sogar dabei. Und die sind dann schon etwas entspannter und dann öffnet zum Beispiel sich am Anfang des Calls jemand mit dem Thema, hey, so, ich war jetzt vor vier Tagen Coaching gehabt, ja, war halt Gruppe und dann kommt der so rein, ja, und so. Und ich hab da so ein Mädel, also so ein Marderl auf der Arbeit und die, also die, das sind jetzt 10 von 10, also ich find die so toll und die ist so sympathisch und ich mag die einfach so und dann bin ich so zu dir geil gesagt. Nee, er hat, er hat, ich glaube, er hat toll gesagt, aber er fand sie geil. Er hat geil gemeint. Auf jeden Fall, das war vielleicht ein bisschen schambefreit, das war erster Monat, noch nicht zweiter. Und auf jeden Fall, ja, sie ist Marderl. Und ich bin dann so zu der hingegangen, ich hab da mit der geredet und so, boah, wirklich find ich so toll und so weiter. Und dann hat er so sein Herz irgendwie ausgeschüttet und sie so, ah, danke, danke, danke und so weiter. Und jetzt frage ich mich aber, wie geht's jetzt weiter? So. Und dann sag ich zu ihm so, hm, du hast jetzt schon sehr viel Interesse gezeigt, warst so sehr zugewandt und ich glaube zum einen, diese, was denn? Dieser, schreib mir jetzt zwei Tage nicht auf WhatsApp zurück. Ja, das ist meine, meine Taktik. Dadurch habe ich meine Frau verführt. Der Manipulationsteil. Nee, aber guck mal, ich glaube, das ist wirklich so. Wenn wir gut kommunizieren können, dann ist es geil für die andere Person und für uns, also für die Frau und für den Mann oder wie auch immer. So, und ich hatte dann gesagt... Amen, ey, 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 das ist wie ein Tanz, Digga. Das macht richtig, richtig Spaß, wenn du so einen Takt, einen Rhythmus hast, mit einer Person zu sprechen. Real Talk. Voll, voll. Und deswegen ist Kommunikation für mich nicht, ich manipuliere die andere Person, dass die was macht, was ich will. Viel, sondern effektive Kommunikation ist, wir schwingen uns zusammen ein auf eine Situation, die für uns beide geiler ist. Ey, ja, also das einfach für dich lernst und wenn es dann halt nicht klappt mit der Person, dann klappt es nicht mit der Person. Ja, und das kann entweder daran liegen, weil du bewusst sagst, ich möchte nicht, dass es klappt, oder es liegt an deinen eigenen inneren Mustern und da kannst du dran arbeiten. Also zum Beispiel, ihm habe ich ja gesagt, stell dir mal folgenden Satz an. Ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Und er so, boah, das kräftigt. Ich habe noch nie ein besseres Feedback zu einem Couch. Ich liebe so simple Menschen, die so etwas besser zusammenfassen, als man selbst kann. Boah, das kräftigt. Geil. Aber das ist es doch, weil wenn du sagst, so dieses romantisch und Hollywood, ich brauche dich, das ist halt einfach auch bedürftig. Schwach. So, schwach. So, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, so ja, ich bin jetzt hier eben so Pickup, Alpha, so ja, ich brauche dich nicht und will dich auch gar nicht, so zwei Tage warten. Das wird auch diesen Tanz nicht fördern. Wenn du sagst, ich brauche dich nicht, aber ich will dich, dann kann so eine Ebene entstehen, wo dann das spannend wird. Und dann sagt er, oh, das ist kräftig, das ist jetzt cool, ja. So, und dann hat sich das gleich aufgeschrieben. Und das war aber der Teil der inneren Kommunikation, also der Persönlichkeit. Und in uns, also bei uns beim Karisman Mentoring, wir sagen Karisman, besteht quasi aus zwei großen Kreisen, die übereinander liegen müssen. Einmal dem Kreis Persönlichkeit. Also, wir hatten es letztes Mal von Andrew Tate, von anderen Persönlichkeiten wie Nelson Mandela, wie Martin Luther King oder sowas, Oprah Winfrey. Du musst die nicht mögen, aber bei allen kannst du sagen, okay, die haben eine Persönlichkeit, die sind ein Charakter, so. Die haben Werte, die haben eine Klarheit, die haben eine Mission, die haben eine Selbstsicherheit und dann kommt der zweite Kreis, das auch nach außen zu bringen. Weil, was bringt dir die beste Persönlichkeit, wenn du es nicht nach außen kommunizieren kannst? Wenn es niemand im Außen sieht? Ich habe eine Frage dazu, wie kannst du wissen, ob dein Klient oder die Person, mit der du sprichst, tatsächlich über genügend innere Prinzipien hat, dass das jetzt nicht so ein hohles Mantra ist, guckst in den Spiegel, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Und du weißt, der ist eigentlich deep dependent und der kann halt diesen Satz nicht leben, weil er seine eigene innere Welt halt einfach nicht aufgebaut hat. Oder verstehst du, was ich meine? Ja, voll, absolut. Also im Gruppencoaching sind ja immer zwei Aspekte interessant, sowohl der Aspekt, wie arbeite ich mit der Einzelperson und was macht es dann auch mit der Gruppe? Weil Coaching, wenn ich jetzt in einem 1 zu 1 Coaching bin, dann gehe ich voll zu dir hin und schau, wo stehst du gerade? Und dann bist du gerade auf dem Weg, bist du gerade hier und dann gebe ich dir den einen nächsten Schritt mit und dann nimmst du ihn direkt auf, cool, dann gebe ich dir auch einen zweiten und den nächsten Schritt mit. Oder er kommt aus dir selbst, also das ist ja immer so eine gemeinsame Symbiose. Gleichzeitig weiß ich aber, wenn du die extrem dependendste Person bist und du hörst aber nur, wie ich mit dir spreche und du hörst von der Ecke, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Und du hörst den Satz nur einmal, dann machst du dir schon mal Gedanken darüber. Du kannst es noch nicht aufnehmen und es ist noch nicht 100%, aber das ist etwas, wo ich sage, das kann ich der ganzen Gruppe geben. Es gibt Sachen, wo ich sage, das kann ich nicht der ganzen Gruppe geben und dann muss ich das gewisserweise framen, dass es nur für dich ist oder so. Also wie ein Samen, der wächst unterschiedlich schnell in der Gruppe. Genau. Und bei manchen ist vielleicht auch irgendwie der Boden irgendwie gar nicht offen dafür und dann ist es halt auch nicht so und ist ja auch okay. Aber solange du sagst, okay, dem Benedikt finde ich irgendwie, da ist eine Sympathie da, weil sonst geht es nicht. So, dann den lieber zu jemand anderen, es gibt genug andere tolle Kollegen. So, aber wenn du sagst, okay, das passt irgendwie, so. Dann zweitens, du sagst, ich möchte an diesen Themen überhaupt arbeiten. Also es ist eine innere Bereitschaft da, eine Offenheit da. Ich muss noch vor, weil erst mal zehn Leute aufzählen, die gute Kollegen sind, damit die Alternativen haben. Nein, Spaß. Wissenschaftlich, mehr Praxis, wo die Leute dann auch üben können. Reden lernt man nur durch Reden. Aber deswegen, wenn das da ist, du sagst, mit der Person möchte ich den Weg gehen und ich möchte überhaupt den Weg gehen, dann glaube ich, ist der Boden erst mal überhaupt so offen, dass eine Weiterentwicklung möglich wird. Okay. Weißt du, was ich auch an diesen Gruppensachen extrem spannend finde, ist, dass das wie so eine vorbereitende Nummer ist, also in der Öffentlichkeit, im Sozialleben erst mal zu trainieren. Und was auch spannend ist, ist so diese ganzen, du hast dann so Gruppendynamiken, die dort entstehen, wo du eigentlich gefühlt auch fast, jetzt will ich nicht sagen, du lehnst dich zurück und moderierst nur, aber du siehst ja dann, du gibst einen Ratschlag raus zum Beispiel und dann siehst du, fünf Leute manifestieren ihn auf eine unterschiedliche Art und Weise und dann orientiert sich die Gruppe vielleicht an dem einen Typen, der das voll cool macht und du dann selber denkst so, fuck, Alter, das ist echt das Beste draus gemacht. Das habe ich selber noch nie gesehen. Genau, und das ist ja das Tolle, es entsteht halt im Spiel mit allen und dann sehe ich ja auch schon, gucken die Leute so, sind sie irgendwie skeptisch, sind die Leute, ah ja, oder zum Beispiel, als die gesagt haben, deskräftigt, ja, alle, die ganze Gruppe war so, yes, und Daumen hoch und geklatscht und so weiter. Und zum anderen, das hast du selbst richtig gesagt, soziale Fähigkeiten lernst du in einem sozialen Umfeld. Und wenn du halt die Möglichkeit nie hast, in einem geschützten Rahmen dich auszuprobieren, aber auch zu kommunizieren, über deine Themen zu reden, über dich zu reden, wo sollst du es dann bitte sehr lernen? Und dafür schaffen wir halt so einen Kontext, wo wir teilweise halt wirklich üben, wo wir auch Zweier-Sessions haben, Dreier-Sessions haben, Gruppen-Sessions haben, wo es in die Übung geht und dann aber auch Input, um halt Neues mit hinzuzufügen. Weißt du was, du warst jetzt bei Charisma, du hast gesagt, okay, wir müssen erstmal an dieser inneren Welt arbeiten. Also was sind deine Prinzipien, was ist dein Charakter, so dein Groundwork zu machen, bevor du quasi Reden, Charisma und Eindruck nach außen lernst, aber du innen das gar nicht leben kannst, du nicht verwurzelt bist, nicht verankert bist und dann, sobald es irgendwie hart auf hart ankommt, Fähnchen im Wind. Was ja immer die Gefahr ist, oder wo wir letztes Mal ja viel drüber gesprochen haben, Leute, die, keine Ahnung, die ganze Zeit an ihrer Rhetorik arbeiten und wenn es dann ans Machen geht, das halt einfach gar nicht bringen können, was sie reden. Also für euch alle, das ist so die Chronologie der Dinge, auch wenn man reden lernt. Aber was ich jetzt auch ganz spannend finde, wie drücke ich das aus? Ich habe die Erfahrung gemacht jetzt, so in der letzten Zeit, dass, wenn ich vor allem mit so Leuten spreche, ich weiß nicht, was der Altersdurchschnitt ist bei dir, dass Leute echt ein massives Problem entwickelt haben, ihre eigene Welt auch irgendwie zum Ausdruck zu bringen, verbal. Also ihre Gefühle, ihre, also es fühlt sich für mich so an, als hätten die so diese gesamte, als wäre so diese Reflexionszeit, die ein Mensch früher gehabt hat, diese, ich nenne es mal emotionale Verdauung, bla bla, dass die weg ist. Und dass, wenn ich zum Beispiel mit Leuten häufig spreche, so für mich dann so, okay, wenn ich jetzt wirklich mal zwei, drei Stunden mit einer Person zu tun habe und ich merke, die hat halt irgendwie so, weiß ich, Leute haben irgendwie genießen, das vielleicht mir irgendwie von ihren Problemen zu erzählen. Ich finde es auch ganz spannend. Aber ich merke echt, weil ich das jetzt schon auch in meiner Schulzeit schon gemacht habe und so, da früher waren Leute, waren sich viel klarer über diese Sachen, die konnten die echt auf den Punkt bringen. Jetzt teilweise habe ich das Gefühl, da ist eine riesengroße Verwirrung da. Und bevor wir jetzt über diese Kommunikation gehen, habe ich so echt das Gefühl, wenn wir an dieser inneren Welt arbeiten oder was jetzt dein professioneller Eindruck ist davon, dass Leute echt gar nicht, das gar nicht verbalisieren können, wie sie sich fühlen teilweise, was ihre Probleme sind. Jetzt die Lösungen und Probleme ist natürlich schwierig, das alleine auch hinzukriegen. Deswegen hast du ja auch Therapeuten und so. Aber ich habe echt das Gefühl, dass da super viel unter den Teppich gekehrt ist und dass es echt massive Probleme da sind, das in Worte zu fassen. Ja, stimme ich dir zu. Vor allem, weil, ich meine, das kennst du ja aus dem physischen Bereich. Du gehst ins Fitnessstudio, dann, keine Ahnung, Urlaub, gehst mal zwei, drei Wochen nicht. So, wenn du dann gehst, dann fühlt sich das gleiche Gewicht viel schwerer an und du kannst es einfach gar nicht nehmen und musst eins, zwei Stufen runtergehen. So, weil einfach nicht die Praxis da war. Und so ist es halt, wenn du, das hatten wir letztes Mal schon, Thema Corona, mehrere Jahre in einem eingeschränkten sozialen Umgang bist, weniger mit Leuten redest, weniger intim redest, weniger Körperkontakt hast. Das sind ja alles so kleine soziale Marker, die dann einfach fehlen. Dann ist es auf jeden Fall so und das haben wir letztes Mal schon besprochen, dieser Satz von Martin Buber, das Ich wird es ich am Du. Das ist ein krass, den habe ich mitgenommen, das war ein krasser Satz. Und das zeigt aber auch, wenn das Du nicht da ist, dann kann auch das Ich nicht werden. Ja. Und deswegen haben die Leute keine innere Klarheit. Goethe sagt, inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes erkennen, er misst sich nach eigenem Maß schnell zu groß und leider oft zu klein. Übersetz mal. Also kurz gesagt, in der Selbstreflexion, wenn ich nur mir Gedanken über mich selbst mache, lerne ich mich nicht selbst erkennen, also verstehe ich mich selbst nicht, weil ich nach meinem eigenen Maß schnell mich überschätze und denke, ich bin der große Babbo. Irgendwie ist es auch irgendwie so, ich glaube irgendwie 95% aller amerikanischen Männer, da wurde die Studie gemacht, halten sich für überdurchschnittliche Autofahrer. Also wir messen uns extrem schnell in diesen egozentrierten, egoistischen Dingern zu groß. Thema Kommunikation. 85% halten ihre Kommunikation für überdurchschnittlich. Und das ist interessant, weil in der Realität funktioniert es dann nicht. Und dann externalisieren sie und sagen, ja meine Kommunikation ist ja überdurchschnittlich, dann müssen die anderen also dumm sein, mich nicht verstehen, bösartig sein, gegen mich sein. Ja, das sind halt die Frauen heutzutage so, sind die Männer heutzutage so. Und die Sache ist die, es stimmt sogar zum Teil, in der Interaktion entsteht es. Aber das Problem ist, du bist 50% mit Schuld. Mindestens. Ja. Du kannst die andere Person, ich erzähle das manchmal, an der Schule bei uns in der Stadt vorbeigelaufen, kam so ein kleines Mädchen in so einem pinken Feenkostüm, sage ich jetzt mal, aus der Schule rausgelaufen. Ich dachte mir, wie süß, ja. Und dann kam fünf Meter dahinter, um die Ecke, offensichtlich, also eine Frau, die offensichtlich ihre Mutter war, wie aus dem Gesicht geschnitten und auch irgendwie in so einem Kleid, also sie hatte kein Feenkleid, aber es war sehr, sehr passend. Und dann habe ich so zu den beiden so irgendwie so, jetzt so hingesagt, so was im Sinne von, also ich dachte mir, wow, du bist irgendwie das feenhafteste Wesen, das ich je gesehen habe. Aber als sie dann vorbeikamen, dachte ich mir, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und die haben beide gestrahlt und waren voll, voll, voll happy und sind beide geklappt. Jetzt kommt aber, hätte ich in der Situation gesagt, pinkes Kleid, also wir haben 2023, also was Schlimmeres kann man ja für den Feminismus ja gar nicht tun. Gleichberechtigung, Emanzipation und dann ziehen sie ihr Kind so an. Ich dachte mir, wer macht so was? Dann habe ich sie gesehen, dann weiß ich, wo es herkommt. Weißt du? Wieso hast du das gesagt? Genau. Es wäre doch viel witziger gewesen. Es wäre vielleicht witziger gewesen, wenn ich Tim Gabel bin, aber ich bin dann gefällt und habe gewisse Soziale. Du hast gerade gesehen, wie ich in der Situation so... Ich habe es gesehen. Leute, Tim sollte sich auch noch wirklich in Kommunikation... Wenn du willst, komm bei uns ins Manchering, ja, und dann schauen wir mal, wie du solche Situationen auf der Treppe nicht... ich kann dich auch hier therapieren. Du legst dich doch gleich sowieso wegen den Rückenproblemen hin. Dann kann ich hier so dich auf der Couch therapieren. Aber sie ist rot geworden. Hat geklappt. Sie ist rot geworden. Was hat da geklappt? Wir können ja sie mal fragen, was da geklappt hat. Vielleicht war es ja auch einfach nur peinlich. Naja, also wie gesagt, die Wirkung deiner Kommunikation entsteht beim Empfänger. True. Ich war einfach leise, glaube ich. Du warst bestimmt sehr leise. Du warst sogar so leise, dass du am Schluss nichts mehr gesagt hast. Ich habe ein halbes Wort. Ausge... Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, wenn ich das eine zu den beiden gesagt habe, haben sie aufgestrahlt. In anderen Situationen hätten sie mich beleidigt, wahrscheinlich. Zu Recht. Sind die jetzt böse oder gute Menschen? Kann man so nicht sagen. Es entsteht aus der Interaktion, aus der Kommunikation. Jetzt gehe ich zurück wieder zum Punkt, dass ich wird erst ich am du. Wenn wir über Jahre lang weniger dieser Interaktion hatten und jetzt ja immer noch Homeoffice, Zoom, gibt es ja Zoom-Fatigue, bla, bla, bla. Einer der Sachen, ja, Praxistipp, schalte bei Zoom, wenn du Zoom nutzt, die Selbstansicht aus. Warum? Es gibt in der Psychologie einen Faktor, der nennt sich Selbstbeobachtung. Das ist quasi... Also generell auch. Jetzt in so einem Interview. Selbstbeobachtung wäre, wenn ich mir jetzt überlegen würde, wie wirke ich auf dich? Was für einen Eindruck mache ich? Wie komme ich bei dir an? Oh, ist das jetzt okay, wenn ich das sage? Ist das so ein Hellmark von Anxiety tatsächlich? Genau. Dass Leute dann so hypervigilant sind und so auf sich selbstgerichtete Aufmerksamkeit haben und dich vergessen. Genau. Zum einen vergessen sie die andere Person und zum zweiten werden sie selbst unsicherer. Ich sage immer... Hallo. Dafür sind wir hier. Na, aber guck mal. Ich sage immer, Charisma ist der Ausdruck, der Eindruck macht. Und wenn du dich zu sehr auf den Eindruck fokussierst, also wie du wirkst, wie du jetzt ankommst, dann wirst du nicht charismatisch. Du kannst Charisma, genau, am Eindruck zwar messen, aber es geht am Ende des Tages um deinen Ausdruck. Und das ist wieder der Punkt, wenn du in Zoom dich selbst beobachtest. Also in so einer Situation kann ich mich ja gar nicht selbst in echt beobachten, weil hier kein Bildschirm oder kein Spiegel oder sowas ist. Aber in Zoom kann ich mich sogar selbst beobachten. Dadurch entsteht Zoom-Fatigue, also Zoom-Müdigkeit. Das ist ein Forschungsfeld in den letzten Jahren geworden. Einfach, weil das extrem viele kognitive Kapazitäten und emotionale Kapazitäten verbraucht. Also kurz gesagt... Du hast quasi Kommunikation und Self-Monitoring anstatt nur Kommunikation. Genau, richtig. Self-Monitoring ist genau einfach der deutsche Begriff Selbstbeobachtung. Und das ist halt das Problem. Wenn du weggehst vom Ausdruck, weggehst vom Eindruck hin zum Ausdruck, dann kannst du dich im Dialog auch besser kennenlernen. Und das ist halt auch das Problem, um wieder zu deiner Frage zurückzukommen. Die Leute kennen sich nicht sonderlich, weil, to be honest, Kommunikation und Psychologie und Charisma ist nichts, was du in der Schule lernst. Eigentlich auch nicht im Studium. Okay, du hältst drei Präsentationen, aber wo sollst du es denn lernen? Naja, entweder in der Praxis, dann ist alles gut. Oder indem du dich halt sonst irgendwie weiterbildest und viereinhalbstündige Podcasts auf der Couch irgendwie anschaust. Wir haben uns letztes Mal richtig über Gerd Postel da ja so, sag ich mal, lustig gemacht. Aber ich muss sagen, in dem Kontext hat der Mann am Telefon zu mir eine Sache gesagt, die wirklich true ist. Muss man ihm lassen. Das, was du gerade beschreibst, hat er gesagt, da monologisieren die Leute vor sich hin und es entsteht kein Dialog. Bisschen ironisch, weil er, glaube ich, selber auch sehr stark darauf achtet. Könnte man Projektionen in der Psychologie nennen. Ja, genau. Das, was ich selbst mache, sehe ich in anderen. Ja, genau, genau, genau. Also nennen wir es mal nett ein unbewusstes Übertragungsphänomen. Aber ich muss sagen, dass tatsächlich das, glaube ich, schon so eine Rolle spielt. Also ich will jetzt nicht immer kommen mit diesen großen Wörtern wie Narzissmus oder so, aber ich glaube, jeder hat ja, so wie du das in der Selbstbeobachtung hast, wie sehe ich jetzt aus und dann hast du die Möglichkeit, das anzugucken und einfach diese Möglichkeit zu eliminieren. Ich kenne es ja selber, ich lege mit der scheiß Frontkamera auf Instagram und so und dann guckst du ja auch so, ey, oh, sehe ich, dann ist es nicht nur, ey, ist das, was ich sage, gut, sehe ich auch noch nicht ultra scheiße aus, blablabla. Und das ist dann auch eine Komplexität, die dir das Ganze auch gezwungener wirken lässt, unangenehmer anzugucken lässt und auch dir irgendwann die Freude drauf, wenn du das fünfte Mal machst. Absolut. Und das Problem ist ja dabei, dass es entsteht kein direkter Dialog und die andere Person fühlt sich nicht gesehen und du drückst aber auch gar nicht das aus, also du lässt halt einfach plätschern, was kommt und das ist halt eigentlich super schade. So, ich saß mit meiner Frau vor zwei Tagen, wir haben zwei Abends gegessen und dann habe ich mal nur mich darauf fokussiert. Ich hoffe, du hast ja nicht diese Fehlgeschichte erzählt. Ich habe ja nicht, doch, die Fehlgeschichte habe ich hier sogar auch und da hat sie kein Problem mit, ja, also sie redet ja auch so offen mit Leuten, aber ich habe auch nicht irgendwie so 36 Fragen gestellt, dass es jetzt irgendwie interessant wird, sondern ich habe ihr einfach zugehört und über ein Thema geredet, so eben, was sie gerade bewegt hat und dann sind wir tiefer und tiefer gegangen und dann hat, also kam aus ihr was, wo sie selbst gar nicht wusste, ach krass, das ist so ein Modell und das hat sie dann auch bei uns im Coaching dann letztendlich verwendet und dann hat sie aber nur mir zugehört und das ist spannend, das ist jetzt nicht normalerweise so, ja, aber wenn wir es schaffen, raus aus unserem eigenen Kopf zu kommen, dann kann echte Verbindung entstehen. Ja. Es gibt spannende Studien dazu, das hilft sogar, die Nervosität zu reduzieren. Man hat, für Leute, was sowieso immer ein Angstsetting ist, von einer großen Gruppe von Menschen sprechen, ja, hat man das gemacht, aber nicht in echt, sondern man hat denen eine VR-Brille gegeben und entweder haben sie die Audience, also die Zuschauerschaft gesehen oder sie haben die Zuschauerschaft und ihre eigenen Hände gesehen, also so wie man halt normalerweise redet, man sieht ja seine eigenen Hände. Was ist passiert? Die Gruppe, wo man die Hände nicht gesehen hat, also wo man nur aufs Publikum fokussiert war, war besser, war viel besser in der Performance, viel niedrigere Angst und Nervositätswerte, physiologische Marker und so weiter und das zeigt, dass Selbstvergessenheit, du musst einfach so dastehen oder irgendwie so einfach blind, einfach die Augen zumachen, dann sieht man nämlich gar nichts mehr. Aber je mehr du dich auf andere fokussierst, desto mehr wirst du du selbst und das, also nicht immer, eben, es gibt ja auch Hyperdependent und so weiter, aber es gibt so dieses schöne Bild, die Sonnenblume wendet sich voll der Sonne zu, weil sie keine Angst hat, selbst zur Sonne zu werden. Wala, du solltest Glückskekschen draus bringen, du kannst, du hast schon fünf Sprüche gebracht. Coaching ist heutzutage wahrscheinlich das nächste, was irgendwie an Horoskop und Dinge reingeht, wenn ich mir die Szene irgendwie so anschaue. Ich versuche so ein bisschen Gegenpart darzustellen mit Wissenschaftlichkeit und so. Nein, aber das ist ja Jokes, du reduzierst ja dadurch Komplexität. Ich reduziere Komplexität und das ist was, ein Samen, worüber du nachdenken kannst und denkst dir, okay, interessant. Ja, Moment mal, es ist doch sogar so, wenn die Sonnenblume sich der Sonne zuwendet, dann wird sie mehr zur Sonnenblume, zu sich selbst. Und das ist was, was die meisten Leute halt nicht raffen, weil wir schon in der Welt leben und auch dieses ganze Hyper-Competitiveness und so weiter, wo schon sehr viel Selbstbezogenheit da ist. Extrem. Wir sind gerade in einer, oh, Alter, das ist wundervoll. Wir sind gerade in einer Zeit, die ultra-selbstbezogen ist. Weil du musst ja überlegen, im Endeffekt, dein Handy ist ja ist ja im Endeffekt eine Spiegelwelt deiner eigenen Seele, more or less. Wir nennen es zwar Social Media, aber es hat ja nicht so viel. Die Wabbel wird ja immer mehr gespiegelt. Genau. Und ich glaube, da bin ich jetzt voll interessant, was deine Meinung dazu ist. Das war ein Video, was ich aufgenommen habe und dann wieder gelöscht habe, weil ich es nicht gut erklärt habe. Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir jetzt mal in die normale Welt gucken, dann hast du ja so ein Spannungsfeld, also ich nenne es mal ein Entwicklungsfeld. Und das Entwicklungsfeld besteht halt aus Gratifikationserfahrungen, wo du zum Beispiel im Gruppensetting bist und da sagt der, oh, das macht jetzt, das bekräftigt. Und dann hast du eine, du fühlst dich belohnt, die fühlen sich belohnt, die Energy geht hoch. Aber das ist doch Scham-Erfahrungen. Und ich glaube halt, dass du im Internet hast du diese ganze Scham-Dimension, die ist deinstalliert, was sich auch so attraktiv macht. Wieso du zum Beispiel auch so viele Leute hast, die dann halt auf Instagram Frauen massenweise anschreiben. Ich meine so, wenn ich mit so Freundinnen oder so spreche und die mir sagen, ey, von wie vielen Typen die irgendwelche Flammen-Emojis die ganze Zeit haben. Und die so denken, ja ey. Das ist der Flirt-Trick, das hat sie noch nie gesehen. Ich bin übel feucht geworden, weil mir scheiß Flammen-Emojis geschickt ist, du kleiner Bastard. Und ich denke mir so, ey, und ich denke mir so, ja, oh, kenn ich auch, wenn man mit dem Bono kurz da sitzt und mal kurz auf Flamme drückt, aber. Flamme. Nein, aber verstehst du, es ist halt. Ich verstehe das, ja, ja. Ey, ich verstehe den männlichen Höhlenmenschen in einem. Ich habe Feuer mitgemacht. Sieht geil aus. Aber es ist halt so, es ist so primitiv und du, und dann geht das Ganze, sag ich mal, nochmal so, ey, wenn du so, jeder hat ja irgendwie ein Fake-Profil oder so, aber man merkt ja dort sozusagen, okay, Fake-Profile sozusagen, ich maximiere Gratifikation und ich minimiere Scham oder ich deinstalliere sie komplett. Und wenn du mit, und das Ding ist ja, das macht ja was mit deiner Frustrationstoleranz. Du kannst es jetzt Resilienz nennen, aber ich nenne es jetzt in dem Fall mal so Frustrationstoleranz. Und das ist ja das, wovor die Menschen am allermeisten Angst haben, ist sozial zurückgewiesen zu werden auf irgendeine Art und Weise, dass ich mich jetzt dumm anstelle oder, keine Ahnung, wir machen uns jetzt gerade Lust darüber, wie bin ich in einem Treppenhaus, wie gehe ich mit Menschen um oder so. Und dann denkst du da so, ah, hätte ich da was anders machen sollen, das sehen jetzt andere Leute, boah, schäme ich mich jetzt dafür, ist das Kacke. Dann isolierst du dich und so weiter und man hat noch mehr Ängste. Aber das Ding ist ja, wenn das Internet ein noch weiterer Watte-Kokon ist, dann wirst du ja diese Fähigkeiten nicht mehr entwickeln. Deswegen finde ich auch diese Gruppentherapie so gut, weil die meisten Leute, die jetzt Gruppentherapie hören, sind so erst so, oh, erst mal eins auf eins, was für Gruppe, so, ne, dann bin ich, was ist das hier, anonyme Alkoholiker, bin ich da mit anderen komischen, also, ne, jetzt. Ja, voll, 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 klar. Also das denkt man sich, ja. Klar. Und mein Punkt, auf den ich zurückkommen möchte, hier die Präzision, die habe ich noch nicht drauf, aber ist. Gratifikations- und Scham-Erfahrung. Genau. Also wie du, wie du diese Spannungsfeld so siehst, weil ich sehe das halt vor allem, diese Reliance ans Telefon halt, es entsteht eine Illusion. Ja, es entsteht eine Illusion, wo du sozusagen sagst, ey, wenn ich mein Selbstbild maximiere wie ein Influencer und immer besser aussehe, dann habe ich mehr Likes, ich habe mehr von dieser sozialen Währung. Und man vergisst komplett die Wichtigkeit dieser Negativerfahrungen, die man sozial auch irgendwo mitbringen muss, weil du sonst halt, ja, dich isolierst, mit deinem Handy da bist, hast dein Fake-Profil und denkst halt, okay, so komme ich irgendwie an Frauen ran und dann wunderst du dich, wieso da keiner eine bedeutungsvolle Erfahrung hat, aber auch es nicht mehr satisfying ist, wenn er die Möglichkeit hat, eine zu haben und dann diese Leere kommt und man so ist so, fuck, das ist ja gar nicht mehr, also so, weißt du, was ich meine? Und dann kommt so eine krasse Sinnkrise, wo, glaube ich, viele Leute gerade so noch nicht so ganz das ausdrücken können, aber man so die Anfangszüge davon jetzt gerade so, also ich zumindest, meine zu beobachten. Also ich glaube, dass dieser, ich fand das Bild sehr schön von diesem aufgespannten Raum, der Raum wird schmaler und je weniger du weinen kannst, desto weniger kannst du auch lachen. boah, ich wüsste echt, schreib dir mal mit, hallo, nein, aber es ist ja wirklich so, also, es gibt von Halil Gibran im Buch der Prophet, erstes, zweites Kapitel, von der Liebe, so ein Part, der quasi heißt, wenn du dich nicht in dieses Feuer der Liebe hineingibst, wo du sowohl, jetzt mal umso zu sagen, belohnt werden kannst, aber auch Schamerfahrungen sammeln kannst, wenn du dich da nicht reinbegibst, dann kommst du rein in eine Welt, wo du lachst, aber nicht dein ganzes Lachen und weinst, aber nicht all deine Tränen. Und ich finde, das ist so krass, dass dann, und das ist ja jetzt, das ist für mich dann die spannende Konsequenz, also zum einen hast du dann ein flacheres, ein graueres Leben, aber zweitens, du machst dich auch gar nicht auf in ein bunteres Leben, weil du Angst hast, dass eine Schamerfahrung, die aber auch zum bunteren Leben eventuell dazugehören könnte, auch dazugehört. Also es ist wirklich so, wir hatten, es ist witzig, dass du es jetzt gerade angesprichst, weil nach dem, mit dem das kräftig, der war so eine Hype-Energy, kam ein anderer Teilnehmer, der ist sehr, der ist schon dritter Monat, der ist bei uns sehr, sehr, sehr gut drauf, der strahlt eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen, also sehr, sehr fröhlicher, fröhlicher, glücklicher Mensch auch, so. Und er hat dann gesagt, ja, also da gibt es schon eine, die findet er auch interessant, und er weiß, dass sie ihn auch interessant findet. Dann sage ich, ja, was willst du jetzt von mir wissen, ja, was soll ich jetzt machen? Schick, Dickpick. Einfach weich, Flamme, Flamme, ich, Flamme, Tim, Dickpick, das ist das Nächste, erst die Flamme. Alter, ich höre deine Gruppentherapie richtig aufmischen mit Scheißen. Du musst kommen, du musst kommen. Du musst sagen, es ist keine Therapie, ja, also es ist nur, also Coaching. Also möchte ich, positive Psychologie, ja. Also möchte ich differenzieren, weil wir sind keine Therapeuten, sondern wir sind Psychologen und Coaches. Und die Leute sind nicht krank bei euch, die wollen sich selbst optimieren. So ist es. Wobei es ist auch wieder witzig, ein guter Freund von mir ist ein toller Therapeut und auch Ausbilder von Therapeuten. und der ist zu mir gekommen, hat gesagt, naja, also wenn meine Klienten nicht auch krankheitswertige Bilder hätten und da mitmachen könnten, dann würde er sie alle zu mir schicken, irgendwie ins Mentoring, weil am Ende des Tages ist dieses Trainieren von sozialen Fähigkeiten und von diesen positiv-psychologischen Interventionen halt auch wichtig. Aber um nochmal zurückzukommen auf dieses Beispiel, ich sage, naja, geh halt einfach den Schritt. Treff dich auf einen Kaffee mit ihr oder was auch immer. Und das sehe ich aber ganz oft, dass aus Angst vor Ablehnung die Leute erst gar nicht den Schritt gehen. So dieses Ding von aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Und gerade bei der Angst vor Ablehnung ist es so. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass teilweise Leute schon eben irgendeinen Kommentar oder irgendwie die Person antwortet jetzt mal ein paar Stunden später irgendwie so, das schon als Ablehnung ansehen, weil es in diesem Korridor gerade schon ein bisschen auf der negativen Skala ist und zu sehr auf der negativen. Aber wenn sie ihren Frame geweihtet hätten und wüssten, wie geil das Leben sein kann und wie aber auch dieser Feuerritt durch die anderen Emotionen... Wie so eine Schleuder, wo du das Gummiband kurz spannst ins Negative, damit du dann fliegst ins Gute. Ich nenne das bei uns im Coaching Bogenintervention. Manchmal muss ich die Leute sogar zurückziehen, provokativ, negativ, ins Negative. Ja, red halt nicht mit dir, ist halt dein Problem. Nee, das will ich jetzt schon machen. Also geht es dann in die andere Richtung. Ich kümmer mich drum. Ich habe auch hier Platz. Nee, aber das ist schon so, das nehme ich auch wahr, dass dieser, dass der Radius des Lebens dadurch kleiner wird. Und das ist schade. Aus Angst, so Negativität einfach zu vermeiden. Das ist so das, was man so in Kauf nimmt. Aber das ist auch so, glaube ich, dieses Phänomen von so lieber den Teufel, den man kennt. Ein bisschen, also Sicherheitsbestreben. Aber ich habe noch eine Frage dazu, weil ich glaube, also ich habe persönlich die Beobachtung gemacht und auch selber so das Gefühl, dass man auch ein idealisiertes Bild aufbaut von vielleicht der Person, der Vorstellung, der Fantasie, die man zu der Person hat. Ja. Und also, ob das zum Beispiel jetzt online ist oder ob das jetzt beispielsweise so ist im Arbeitsumfeld oder so. Und man hat so eine, sage ich mal, gesunde Distanz. Auf der einen Seite gibt es nicht diese Angst vor Zurücklehnung und man hat so diesen Safe Space, aber auch so dieses Bild, was man sich aufgebaut hat. Und ich glaube, dass auch viele Leute, die Erfahrung gemacht haben, vielleicht in der Vergangenheit, dass halt dieses Bild irgendwann zerstört ist, wenn das dann halt so, also erst mal Selbstbild ist dann vielleicht zerstört, weil man ja auch immer irgendwie einen anderen Charakter spielen kann, mit genug Abstand. Ja. Und die andere Person auch, sage ich mal, vielleicht dann doch nicht so makellos ist wie in der Fantasie und so weiter. Und ich glaube, dass das Internet wie so ein Fantasieersatz geworden ist für viele Leute, wo wenn du zum Beispiel mit jemandem schreibst, ist ja eine ganz andere Interaktion, als wenn du mit der Person sprichst. Weil du kannst ja noch mal kurz nachdenken, kannst noch mal in dich gehen, du kannst ja auch mal fünf Minuten zum Beispiel kurz Bedenkzeit haben. Das kannst du ja alles nicht, wenn ich jetzt mit dir hier sitze, da kann ich mich ja nicht kurz... Moment mal, was sage ich jetzt witzig ist ja, ja. Genau. Du hast ja auch hohen Informationsverlust und ich glaube, dass halt, wenn du dich auch reintrainierst in diese Situation, dass glaube ich auch das nochmal so ein Teil der Komponente wird, nicht nur, also ja auch Scham, das ist irgendwie so eine... Pervers ist das falsche Wort, weil ich jetzt nicht pervers im sexuellen Sinne meine. Idealisierte. Aber genau dieses schon fast pathologisch Idealisierende, dass dann irgendwie sagst du, ey, die Realität kommt da gar nicht mehr mit. 100% Stell dir das so vor, wir haben hier diesen Korridor. So. Und wenn du dieses Leben lebst, dann lebst du ein anderes als dieses. So. Und das Problem ist, dass die Leute von den negativen Erfahrungen denken, die wären hier. Also wenn ich einmal eine Abfuhr bekomme, dann bin ich katastrophisieren und dann gehen sie halt auch nicht mal den nächsten Schritt. Und das meinte ich ja das, wo ich gesagt habe, ich gebe im Coaching auch den nächsten Schritt weiter. Weil ich auch gar nicht weiß, was der siebte oder der achte oder der tz, ich weiß ja nicht, was in fünf Jahren da bei der Person los ist. Aber ich weiß, anhand dessen, was sie sagt, was der nächste Schritt wäre. Und das ist dann aber auch auf der anderen Seite so, also es gibt Interventionen, die damit zusammenhängen, ein zu negatives Angstbild zu zerstören. Dann gibt es aber auch ein zu positiv idealisiertes Idealbild zu zerstören. Weil dann auch der Weg, ach so, Moment mal, ich kann ja auch einfach mal zur Person hingehen und erst mal Hallo sagen. Und dann so, ich muss nicht gleich schon die Hochzeit planen. Und weißt du so, also das sind ja so Bilder von, ja und wir liegen dann am Strand und sie hat dann das weiße Kleid. Aber viele sind verliebt in diese Sache und nicht in die Person. Genau, richtig. Und das ist gefährlich. Und dann entsteht auch, oh, die andere Person ist ganz besonders, dann muss ich auch ganz besonders sein. Aber das ist ja, das ist schon die narzisstische Verfehlung. Jeder Mensch ist besonders. Das ist ja die Projektion sozusagen. Genau, niemand ist besonderer als jemand anderes. Wenn du dann aber das Instagram-retuschierte, nur die besten Sachen hervorhebende Bild siehst und dann natürlich auch einfach irgendwelche Neurotransmitter einkicken, wo dein Inneres ist. Das ist ja nicht nur Social Media, das war ja auch schon vor 100 Jahren so, dass die Leute den Partner idealisiert haben und was auch immer. Und Blutflussabzug aus dem Hirn in andere Körperregionen. Genau, es ist einfach nichts mehr da, wo man denken kann und dann denkt man mit anderen Körperteilen und dann so. Aber das ist es am Ende des Tages. Und wenn dieses Idealbild geht, dann ist wieder Luft da, einfach als normaler Mensch zu einem anderen normalen Mensch auch mit seinen Themen den nächsten Schritt zu gehen. Aber weißt du, was ich da so interessant finde? Das ist, es ist aber auch, man kann sagen, was man will, ich bin echt kein Kulturpessimist, aber es ist schon komplizierter geworden. Also die Anforderungen da steigen. Aber guck mal, jetzt, du guckst dir das mal an, okay, es ist natürlich, also was sagen wir, es ist komplexer in dieser Internetwelt, da so ein bisschen zurecht zu kommen, weil wir haben noch keine Regeln dafür. Wir sehen ja irgendwie, es ist positiv, es gibt viele Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen kennen wir nicht. Also wir müssen das ja noch so alles auseinanderklamüsern, was ist jetzt gut und was ist jetzt nicht so gut. Und, also ich sag mal, meinem Freundeskreis ist halt auch so, ey, wie oft du das gehört hast, teilweise so, yo, ey, die ist voll geil, aber ihr Instagame ist einfach weird. Die benimmt sich online komisch. So, oder wie die sich gibt oder was sie da rumpostet und bla bla. Und genauso hast du es ja auch andersrum, dass du dann so guckst und sagst, ey, wow, die sieht da halt auf Ding übel gut aus. Und dann, also das kann ich so als Influencer-mäßig sagen, wenn du dann halt Leute kennenlernst, die sich halt online, die, sag ich mal, diesen Skill richtig gut drauf haben, sich online gut zu präsentieren auf Bildern und wir sind visuell, wir brauchen jetzt hier nichts zu tun, als wäre das jetzt hier. Und dann triffst du die im echten Leben und dann bist du halt so einfach, du hast halt eine Enttäuschungserfahrung gefühlt nach der nächsten, aber weil die halt, weil du konfrontiert bist mit der, mit dieser Fantasieorgie, die die Person von sich selber hat, also diesen kleinen narzisstischen Traum, den man so aufbaut im Internet, der so belohnt wird, so ne, das ist ja so diese mediale Illusion, die man aufbaut. Was ja irgendwo eine Leitbildfunktion hat, was super spannend ist auch, wir sehen ja viel davon, ob es jetzt so virtuelle Realitäten sind, ob es AI ist mit diesen Chatbots und so. Du siehst ja sehr viel von dieser, von dieser Fantasiewelt oder wenn wir jetzt in dieser Psychoanalytik bleiben wollen, dass du so dieses Über-Ich irgendwo so rein projizierst in dieses Virtuelle und es dann so semi-real ist. Und dass Leute dann halt so diese Grenzen verschwimmen mit, versuchst du gerade Fantasie mit Realität zu vergleichen, aber es fühlt sich gleich an, du hast diese Grenzverschwimmung und das macht halt Beziehungen auch so kompliziert, weil man nicht so ganz weiß, wie man damit umgehen soll. Das ist gerade kompliziert gesagt, aber ich hoffe, du checkst, was ich meine. Ja, ich versuch's gerade zu verstehen. Naja, weil tatsächlich, interessanterweise würde ich beim einen Punkt widersprechen, also ich kenne das aus meinem Umfeld nicht so sehr, gerade was das Thema angeht. Also ich glaube, da bist du halt schon sehr in dieser Social-Media-Welt auch zusätzlich drin. Also bei uns im Coaching, das sind meist Leute, da geht's wirklich um echte Menschen und die kennen die und das andere spielt schon mit rein. Das würde ich schon sagen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der See nur Boomer ab 45. Nee, also bei uns, nein, nein, also von der Altersstruktur würde ich sagen, 20 bis 35 ist schon so die Hauptgruppe der Leute, die bei uns im Coaching sind. Ja, vielleicht so, aber es ist teilweise auch schon 18, teilweise auch 40 und so. 78 war unsere älteste Teilnehmerin, aber das ist dann schon eine Ausreißerin. Aber kurz gesagt, das sehe ich eher weniger, was ich schon sehe und dann kommen wir jetzt auf die Beziehung, dass es da dann halt nochmal anders wird, weil eben gerade in dieser Welt, wo wir im Internet vielleicht viel Bestätigung bekommen und uns aber auch aus Scham-Erfahrung raushalten, dann in eine Beziehung kommen, wo einfach zwei verschiedene Weltbilder, egal wie ähnlich man sich ist, einfach zwei verschiedene, komplette Welten, man sich denkt, wie kann man so komisch sein, die andere. Aber das sind halt einfach die Werte, die dann über die Zeit, die man Jahrzehnte selbst sozialisiert bekommen hat, lebt und dann ein anderer Charakter, der halt auch Jahrzehnte was gelebt hat. So und dementsprechend, das sehe ich vor allem in Beziehungen, dass da so diese Diskrepanz in gewisser Weise da ist. Diese, ich halte mich selbst für viel und die andere Person aber auch und die andere Person aber gleichzeitig, das ist dann auch wieder blöd, weil die diese Wert hat und ich fühle mich auch, also in der Verliebtheitsphase ist es ja so, in gewisser Weise, man selbst fühlt sich so, wow, ich schaue da so hoch. Aber das Paradox ist ja, die andere Seite auch. Das ist eine doppelte Verschränkung. Diese andere Seite fühlt sich ja auch, wenn sie auch verliebt ist, so, ich schaue auch hoch zu anderen Personen. Und dann ist so eine verdoppelte Verschränkung und dann kommen ganz spannende Sachen raus und dann, nach ein paar Monaten, wenn die Hormone nachlassen, dann wackelt das System, weil dann beide nicht mehr ihre eigentlichen Werte zurückhalten, was sie am Anfang vielleicht tun, weil sie denken, so toll, ich kann ja immer so leben mit der anderen Person, wie die andere Person will und dann ist es so, man klumpt so zusammen. Der Gullideckel ist stabil. Alles gut und dann irgendwann kommt es halt wieder hoch nach ein paar Monaten. Ja und was macht man dann? Also das finde ich jetzt, das finde ich interessant. Also was passiert nach dieser Verliebtheitsphase und ich muss nur kurz einmal Position wechseln, weil sonst bin ich hier echt. Ja. Tut mir leid. Jetzt geht es um nach der Verliebtheitsphase und ich lege dich flach. Toll. Ich finde es gut. Wir sollten weiter so machen. Junge. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Du wolltest wissen, was nach der Verliebtheitsphase passiert und legst dich hin. Also ist es so langweilig, dass man sich jetzt schlafen legen muss? Na klar. Sorry Leute, mein Rücken ist einfach gefickt. Nicht nur dein Rücken. So, also, was ich sagen wollte ist, ist schon so weit gekommen, dass die Gäste mich parodieren dafür, dass ich hier rumliege im Podcast, weil mein Rücken so am Arsch und die Schmerzen habe und auch in den Kommentaren nehmt ihr mich auch jedes Mal hops. Das ist schade. Ich nehme es aber trotzdem Anlass, um Werbung zu machen für eine Sache, die nichts damit zu tun hat. Gib, 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 gib. Ja, Gunnergy ist auch gut, aber ich meine tatsächlich unsere Akkupressurmatte. No shit. Wir haben Tausende verkauft, als ich zum QVC-Verkäufer mutiert bin und ich mache gerade Witze und so, aber die ist wirklich verdammt gut. Hierfür setze ich mich sogar hin. Kurzer Real Talk, weil das ist ein krasser Game Changer gewesen in meinem Leben und richtig viele von euch haben mir gefolgt auf diesen Ratschlag und ich habe unfassbar viel positives Feedback bekommen und deswegen die Akkupressurmatte. Ihr könnt die vorbestellen bis Anfang, Mitte November und dann werdet ihr sie im Dezember safe bekommen, weil wir haben so viele davon verkauft, dass wir keine mehr haben und ich hätte nie gedacht, dass es so krass ankommt bei euch und dass so viele von euch einfach so gute Erfahrungen halt mir geschickt haben und dann war crazy, wie viele Leute sich die Matte gekauft haben. Die ist wirklich verdammt, verdammt gut, aber wenn ihr eine vorbestellen wollt, kriegt ihr auch noch ein gratis More-Kissen mit dazu. Für die Leute, die sich gerade fragen, was zum Fick ist so eine Akkupressurmatte, wo dieser Schmerz echt stark ist. Ich gebe mal Revi als Beispiel. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, Tim, Bro, das sieht aus wie der dickste Scam überhaupt. Warum zum Fick willst du Leuten diese Stachelmatte an drehen? Und ich war so, ich bin selber so ein Mensch, ich habe so ein bisschen ADHS-hafte Züge und ich habe Probleme, damit runter zu kommen. Ich meditiere schon super lang. Er hatte immer Probleme zu meditieren und er hat es noch gar nicht gemacht und er hatte seine erste meditative Erfahrung auf dieser Matte. Er hat selber gesagt, er hat nicht glauben können, wie er hat abschalten können. Für mich ist es eine 12 von 10 gewesen. 12 von 10? Bro, man kommt ja wirklich in einen Gedankenfluss, den man so normalerweise gar nicht hat. Ja, ja. Ehrlich, so krass. Dieses Gefühl, wenn ihr da drauf seid und diese Schmerzen habt, ihr habt keinen Platz, euch irgendwie Sorgen zu machen, über das, 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 das nachzudenken, sondern ihr seid ruhig. Das ist, glaube ich, für viele Leute eine der wenigen Möglichkeiten, wo sie in diesem stressigen Leben mit ganz viel Handy und Co mal abschalten können, tief in sich kehren können, reflektieren können, nachdenken können und vor allem entspannen können. Und ich kann euch sagen, danach, ich kann easy zwei Stunden lesen, ist für mich wie so ein krasses Beruhigungsmittel und ich kann euch sagen, ich mache es jeden Tag und dort auf dieser Matte zu meditieren, ist für mich ein krasser Game-Change. Ich kann es euch nur empfehlen. So, Freunde, wenn ihr so krass entspannen wollt, wie ihr es euch kaum vorstellen könnt, wenn ihr auch diese Probleme habt, geht auf weibelt.de, zieht euch die Matte und dann im Dezember bin ich gespannt, wenn ihr sagt, wie ihr das findet. Okay? Okay, die ist, die Matte ist wirklich crazy. Die ist schwer, Bro. Wie funktioniert also Kommunikation in der Beziehung, willst du wissen? Ja, vor allem, was muss man mitbringen, damit es klappt? Also, was siehst du da für Sachen? Weil, also ich versuche mal kurz, das Problem aus meiner Sicht zu beschreiben. Ja, die Verliebtheitsphase ist im Endeffekt halt ein riesengroßes Pflaster oder da kannst du, das ist wie wenn du ein Unternehmen hast mit 100% Profit, da kannst du Scheiße bauen, wie viel du willst, es wird irgendwie klappen, so gefühlt. Wohingegen dann später dieser emotionale Puffer halt niedriger ist. Das heißt, es kommen mehr Probleme, es kommt der Alltag und es ist nicht mehr alles so forgiving. Und hier haben dann beide Leute zum Beispiel Probleme, vielleicht wie auch immer und dann kommen auch diese Automatismen irgendwann so schleichend zustande, weil man ja viel in dieser Verliebtheitsphase unter den Teppich kehrt. Und dann entstehen ja aber auch so Dynamiken, die unbewusst sind, die automatisiert sind mittlerweile, aber die auch eine Person abfacken können. Aber man sagt es dann halt erst noch am hundertsten Mal. Und dann gibt es so ganz viele, sag ich mal, Interaktionen und Dynamiken, die wie so ein Eisberg sind, wo du halt nur so die Spitze des Eisberges siehst und diese ganzen Diskussionen, diese ganzen Probleme, dieses ganze automatisch voneinander genervt sein vielleicht auch, was gewisse Probleme angeht, ist nur die Spitze des Eisberges. Und ich glaube, dass für eine erfolgreiche Beziehung dieses Zusammenruntertauchen und wirklich systematische Aufräumen dieser Sachen, was ein gigantischer Akt von Selbstlosigkeit teilweise auch manchmal sein muss und Verständnis und viel reden und das passt ja gar nicht in dieses Bild von rosa-rote Brille, wir lieben uns und alles ist super, sondern da fängt die Zeit an, wo Beziehung Arbeit wird, meiner Meinung nach. Und da würde mich interessieren, ich würde mit dir gerne an dem Bild arbeiten und ich würde gerne, du bist jetzt hier der Profi, du hast ja super viele Beziehungen gehandelt. Genau, ich habe alles ausprobiert und das irgendwie, habe jetzt ein Modell für dich, das dir auch in deiner miserablen Situation. ausprobiert, damit ihr es nicht müsst. Tatsächlich, also ist der Vorteil ja, dass das, was wir bei der Redefabrik machen, ist wissenschaftlich basiert und ich denke mir das nicht aus, oder das ist aufgrund meiner Erfahrung nur, sondern wirklich halt auch auf wissenschaftlichen Dateien. Also zwei Dinge sind, glaube ich, sehr wichtig. Einmal, eins der für mich besten Modelle, was eine tiefgründige Beziehung angeht, ist das Sternberg-Modell, die Sternberg-Theorie. Sternberg sagt, für die vollkommene Liebe braucht es drei... Widder und... Genau, der Mond im Ascendenten und die Spiegelung und ich bin Ascendent-Arschloch und du bist... Naja, egal. Gut, also auf jeden Fall, drei Aspekte gibt es beim Sternberg-Modell. Für die vollkommene Liebe braucht es erstens Sympathie. Das ist quasi so diese freundschaftliche Ebene, so ein bisschen, wo man sagt, wir sind uns sehr ähnlich. Also da ist Gleichheit da. Zweitens braucht man Commitment, also sich auch festlegen zu können und zu sagen, wir gehen den Weg gemeinsam. Was für ein Weg? Das kann ich gleich sagen. Und drittens ist Leidenschaft, also auch Unterschiedlichkeit, sexuelle Polarität und so weiter. Und das Spannende ist, wenn sexuelle Polarität fehlt, dann ist es mehr wie eine Freundschaft. Wenn Commitment fehlt, dann ist es so ein Spiel, aber wird da auch schnell wieder losgelassen. Du hast die Peaks, es ist so geil und schlimm, Achterbahnfahrt ohne Stabilität. Genau. Ja, es kann auch schön sein manchmal, aber es ist halt nicht so diese, wir wollen gemeinsam, was du gesagt hast, auch uns hineinbegeben, diese Arbeit zu machen, die eine Beziehung auch am Ende des Tages ist. Und dann das Dritte ist halt Freundschaft, wenn du Commitment hast und Leidenschaft, aber diese Freundschaft nicht, dann ist es so ein Love-Hate-Ding. Ja, wir halten irgendwie dran fest, und das ist ja auch irgendwie geil, aber so, man fährt sich irgendwie aus. Und du hast gefragt, wozu Commitment? Also ich glaube, also um mal mit dem... Wozu alles? Ja, genau. Das ist ein vollinteressantes Modell. Also es ist krass. Also ich finde es ein extrem spannendes Modell, weil die meisten Leute an einem der drei Punkte mindestens ein Lack haben. Also ein Fehler ist. Ey, gibt Tipps, ich habe überall Lacks. Überall, okay. Das wird jetzt ein längerer Podcast. Nein, jetzt mal ehrlich, jetzt mal Real Talk ehrlich. Wir leben gerade in einer Welt, die stark dominiert ist von Novelty-Seeking. Und eine Beziehung, eine stabile Beziehung und Familie und Co. ist das absolute Gegenteil von Novelty-Seeking. Und du bist ja dadurch konditioniert auf eine Ungeduld, die systematisch in unser System eingebaut ist bei uns, wo du mit einer Erwartungshaltung reinkommst in eine Beziehung, die also... Dann ist ja klar, dass super viele Leute sagen, ja, ich mache jetzt offene Beziehungen oder, ja, ich brauche keine Beziehungen, um glücklich zu werden. Aber ich persönlich glaube, guck mal tief in den Spiegel und das ist wiederum alles eine Projektion von deinen eigenen Unzulänglichkeiten. Das ist meine Meinung. Aber ich sage auch ganz offen, ich denke, dass viele, also das ist jetzt nicht schlimm, massive Probleme dort zu haben. Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, die prädestiniert sind, diese massiven Probleme zu haben. Also, ich stimme dir da voll zu und du hast mir voll aus der Seele gerade gesprochen, auch was dieses Novelty-Seeking angeht. Und ich glaube, bei vielen ist es so, dass es immer wieder so ein Dopamin-Kick ist, die nächste Beziehung und bla bla bla. Und das ist halt erstmal der erste Faktor Commitment. Es ist halt einfach eine uns im tiefsten Kern beängstigende Vorstellung, gerade in einer Welt, die so selbstbezogen ist, zu sagen, ich gehe ans Ende der Tage mit dir, in den guten wie in den schlechten Tagen. Wie in den schlechten Tagen. Genau, in den guten Tagen, kein Problem, das kriegen wir hin. Aber in den schlechten Tagen, das bedeutet, also jetzt mal vorausgesetzt, irgendwie ist es vielleicht jetzt, also man hat irgendwie einen gemeinsamen Kinderwunsch oder keinen gemeinsamen Kinderwunsch oder man hat, und es ist jetzt auch keine Gewalt in der Beziehung. Also jetzt mal extrem verlöffentlich. Aber egal, also egal was ist. So, wir bleiben zusammen. Ich glaube, dass da so viele Ängste von Individualisierung, Selbstverwirklichung, ja, ich will aber meinen eigenen Träumen, Leidenschaften, ja, kannst du machen, aber bleib halt mit der Person zusammen, wenn du ihr dieses Wort gegeben hast. So, der Ring an meinem Finger ist für mich ein Zeichen, zu sagen, so, die Notausgangstür ist, das hat mein Mentor immer gesagt, das ist das Bild von ihm, das ist die Notausgangstür zuzuschweißen. Und das ist erstmal beängstigend. Aber, dann ist nicht die Frage, liegst du richtig, liege ich richtig, sondern, hey, keine Ahnung, wir müssen hier eh weitermachen, dieses Versprechen haben wir uns gegeben, und da müssen wir jetzt einfach nur eine Lösung finden. So, und da, bevor ich jetzt zu den anderen beiden von Sternenberg komme, komme ich zum zweiten großen Ding. ich glaube, es sind drei große Cluster an Fähigkeiten, die es braucht. Also, für eine gesunde Beziehung. Also, für eine gesunde Beziehung braucht es Kompromissbereitschaft, Kooperationsbereitschaft, das ist was sehr anderes, und Konfliktbereitschaft. Fangen wir an mit dem ersten. Konflikt bin ich gut. Konfliktbereitschaft, da sind viele nicht gut. Und ich war es auch nicht, und ich habe es durch meine Frau gelernt. Ich muss es auch lernen. So. Ich war übel schütt darin, ich habe es immer vermieden, weil ich dachte, ich will nicht alleine, ich hatte Angst, alleine zu sein, deswegen habe ich es vermieden. 100 Prozent, ja. So, ich hatte Angst, krasse Angst, alleine zu sein, und ich hatte immer Angst, dass ich halt dadurch so narzisstisch, selbstbezogen, einnehmend rüberkomme. Und auch die andere Person vielleicht verletze. Genau. Das war zumindest bei mir auch eine Angst. Ja, ja, ja. Und dann, und das war für mich ein Satz, also ich habe den erst als, sage ich mal, konfliktscheuer Mensch nicht verstanden, als den meine Frau zum ersten Mal zu mir, oder damals Freundin, zu mir gesagt hat. Sie hat gesagt, ist doch kein Problem, wenn wir einen Streit haben. Und ich so, doch, die Definition von einem Streit ist, dass es ein Problem ist. Und ich so, nein, nein. Ein Streit ist etwas, was notwendig ist, dass wir beide unsere Wahrheit ausdrücken können und dann gemeinsam eine Lösung finden können. Weil wenn ich sage, ich halte mich zurück und lass dich gewinnen, oder du hältst dich zurück und lässt mich gewinnen, ist es, ne, so, beides Mal irgendwie so eine Form von Abhängigkeit und von Unterdrückung eines inneren Teils. Da gibt es ja tatsächlich so, ich müsste, du kennst vielleicht die Zahlen besser als ich, da gibt es Modelle, wo du die Beziehungsfähigkeit von Menschen ja mathematisch berechnen kannst und die haben ziemlich gute Prognosewahrscheinlichkeiten. Ja, sehr hohe. Gottman. Ja, Gottman-Studien, ja. Die rothaarige Frau da, war das die oder die hat darüber gesprochen? Dann ist es vielleicht die Frau von ihm, also die hat jetzt glaube ich keine roten Haare mehr, aber es geht um Gottman und Gottman, ja. Okay, auf jeden Fall, da war ein prognostischer Faktor in dieser gesamten Rechnung. Was? Dieses 5-2-1-Schema? Dieses Streiten halt, wie oft streitest du sozusagen und dann gab es halt glaube ich, es gab irgendwie alles was seltener ist als auf 11 Interaktionen einmal streiten ist zu wenig streiten und alles was quasi öfter ist als unter 5-mal einmal streiten ist oder 4-mal einmal streiten ist zu oft streiten. Genau. Also da gab es so einen Sweetspot, wie oft du sozusagen dich pro Interaktion streiten solltest. Ja, also das ist spannend, das sind die Studien von Gottman, John Gottman, Professor Dr. John Gottman, extra, also das ist ein sehr spannender Forscher auch, folgende Situation. Also es gibt Studien, die zeigen, anhand von individuellen Parametern, also deine Persönlichkeit, deine Konfliktfähigkeit, bla bla bla, kannst du nicht vorhersagen, ob du mit einer anderen Person matchst. Diese ganzen Dating-Algorithmen auf irgendwelchen Plattformen, Bullshit, funktioniert einfach nicht. Ich finde es schön, wenn es Randomness gibt und man was nicht berechnen kann. Ich finde es toll. Vor allem bei Liebe finde ich es toll. Genau. Und jetzt kommt das Spannende, Thema Selbstbezogenheit. In den Individualparametern kann man keine, kein Matching finden. Wenn man aber, und das hat John Gottman gemacht, der hat wie so ein Big Brother Setting gemacht, der hat die so zusammen zwei Leute leben lassen für, ich glaube, zwei, drei Tage. Der hat alles gemessen. Also der hat Kameras gehabt, wussten die natürlich, Kameras gehabt und die wurden gefilmt. Die wurden, die Texte, was die gesagt haben, wurden transkribiert. Die Mikroexpressionen wurden alle gemessen. Die sind auf Toilette gegangen und im Urin wurden die Hormone und was auch immer gemessen. Dann wurde Blut abgenommen. Da wurde der Druck gemessen. Die haben alles gemonitored. Und was haben sie herausgefunden? Mit, du hast es gerade eben selbst genannt, 97%iger Wahrscheinlichkeit konnten sie vorher sagen, ob die in den nächsten fünf Jahren noch zusammen sind oder nicht. Okay, das wusste ich nicht mal. Ich erkannt andere. Okay, erzähl. Genau. Und der hat dann geschaut, was macht, also in der sozialen Interaktion können wir sagen, ob sie zusammenbleiben oder nicht. Individual nicht, in der sozialen Interaktion erst. Und dann hat er halt herausgefunden, was sind denn diese Parameter? Und er hat es wissenschaftlich, ich, du. Und er hat es aber berechnet mit mathematischem, wirklich empirischer Science. Und er hat tatsächlich festgestellt, genau, die glücklichen Paare, die zusammenbleiben, nach fünf Jahren, haben selbst in schlechten Momenten eine Interaktionsrate von fünf positiven Interaktionen zu einer negativen. Und dann hast du aber auch recht, elf positive Interaktionen zu einer negativen, da weiß ich jetzt nicht die ganz genaue Zahl, ist dann auch irgendwann zu viele positive zu keiner negativen, im Sinne von, man kann nicht auch mal offen über Probleme reden. Das ist der erste Punkt, den wir genannt haben mit Konfliktfähigkeit. Das braucht es für eine gute Beziehung, Konfliktfähigkeit. Dann braucht es als zweites Kooperationsfähigkeit, weil Kooperation bedeutet, beide haben am Schluss mehr. Win-win. Klingt erstmal toll, aber in einer sehr selbstbezogenen Welt und gerade, wenn man dann irgendwie so in dieses Groll, in dieses Säuerliche reinkommt, wenn man sich zu sehr viel streitet, dann sagt man, nee, ich will, also am Anfang war es so eine Abhängigkeit und dann wird es eine gegenabhängige. Nein, ich will es nicht und dann geht man sogar gegen die andere Person und die Person, das ist jetzt quasi so ein bisschen in dieser Täter-Ecke, die so sehr starke, sehr starke Konfliktmöglichkeiten haben, die müssen eher an der Kooperationsfähigkeit arbeiten, dass sie auch liebevoll positive Lösungen finden. Das eine ist eher so ein bisschen Opfer-Ecke, das andere ist Täter-Ecke und das dritte ist Retter-Ecke und da wird Kompromissfähigkeit wichtig. Was ist der Unterschied zwischen Kooperations- und Kompromissfähigkeit? Kooperationsfähigkeit ist, beide gehen besser raus. Win-Win. Das ist toll. Und in unseren Verhandlungstrainings schule ich Leute, dass sie am Schluss Win-Win-Lösungen haben. Amen. Und gleichzeitig, muss ich ehrlich sagen, in einer jahrzehntelangen festen Beziehung, wo man sich drauf committet und sagt, wir bleiben zusammen, komme, was wolle, wird es Momente geben, wo du keine Kooperation findest, wo beide glücklich herausgehen. Und da braucht es Kompromissfähigkeit, also einen Kompromiss zu machen, um zu sagen, all right, ich stecke heute zurück, ich stelle mein Ego hinten an. Das ist ja der Job für eine Frau. Und immer, jedes Mal, haben wir schon in der Andrew Tate-Bibel zusammen gelesen, heute Morgen schon. Deswegen ist der halt krass. Amen. Das ist einfach wichtig. Und er hat auch 40 Bugattis, wobei er im Interview gesagt hat, und das fand ich spannend, da sieht man wieder, was Andrew Tate so nach außen zeigt und wer vielleicht auch teilweise hinter der Fassade ist. Er sagt, ich habe 40 Supercars und das halt einfach, weil ich diesen Wunsch danach hatte, die zu haben und ich habe die halt bekommen, weil ich bin der kompetitivste Mann, so sein Blablabla-Marketing-Ding. So, und dann aber spannend, sagt er ja, besser wäre es nur, wenn du authentisch nicht den Wunsch nach diesen 40 Supercars hättest. Das wäre besser. Finde ich spannend. Naja, gut, hat er gesagt, im Interview mit einem Psychotherapeuten, der ihm drei, vier Mal geknackt hat und erst dann hat er das gesagt. Reflektiert aber. Ja, reflektiert, zusammen mit einem Psychotherapeuten, der ihn auch in diese Reflektion mit reingebracht hat. Ja gut, man muss ja auch sagen, zu der Wissenschaft da mit den Frauen, dass der ja auch in dieser, der Goddard da, wie heißt der, wie heißt der, Goodman? Oder wie? Gottman. Gottman, Gottman. Der hat ja auch herausgefunden, dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass du die schönsten Frauen kriegst, das zusammenhängt mit einem Lampokiner. Und einem guten Mindset. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut du die Studien kennst. Vor fünf Minuten kanntest du den Namen nicht und dann bist du so tief in diesen Studien drin. Das ist schon gut. Na, aber okay, also das ist Kompromissfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Kooperationsfähigkeit. Weil am Ende des Tages brauchst du, ich stecke zurück für dich, weil dann auch die andere Person sagt, okay, ich stecke auch zurück für dich. Das ist so dieses, wenn wir beide auf 100 Prozent sind, alles geil. Aber wenn du auf 20 Prozent bist und ich vielleicht gerade auf 80, dann gleiche ich das aus. Wenn ich selbst auf 30 bin, ziehe ich uns trotzdem ein bisschen hoch. Und das ist nicht cool. Am besten sind wir beide auf 100 Prozent. Das ist das Schönste. Aber es ist halt nun mal einfach nicht so. Nicht immer. Und das ist dieser erste große Punkt von, um jetzt wieder zum Sternenbergmodell zu kommen, Commitment. Wenn wir uns darauf committen und eine Lösung finden, das ist die erste große Sache, die in der heutigen Zeit groß fehlt. Also wenn es das erste Mal nicht so gut läuft, Schluss machen, neue Frau suchen. Sofort. Okay. Du lernst so schnell, Tim. Ich bin immer mehr überrascht über unsere Interaktionszeit. Ja, aber ist doch besser, 20 Frauen, 50 Frauen in seiner Lifetime zu haben, um so bezirksbefruchtermäßig unterwegs zu sein, als halt eine Frau, Alter. Das ist interessant. Erzähl mehr von dir. Nein. Allein dieses Konzept von Lebensabschnittspartner. Gibt es das? Das sagen Leute. Das ist mein Lebensabschnittspartner. Ehrlich? Ja. Ja, aber weißt du, weißt du was da, ich glaube, die sind in ihrer Entwicklung dahingehend hängen geblieben, dass sie denken, dass sie unendlich viel Zeit haben, dass sie immer jung bleiben werden und dass es ihnen immer gut gehen wird. Weil, also jetzt, ich komme jetzt nicht mit der These von, sei zusammen mit einer Frau, weil es eine Versicherung ist für dein Leben oder so, sondern es ist halt eher so, ey, ich merke das, also wir kommen gleich wieder auf die Wissenschaftlichkeit, aber guck mal, wenn du jetzt, das wirst du ja bei dir auch gemerkt haben, bei deiner Frau, es gibt ja voll viele Sachen, wo wir einfach nicht, also wo du einfach einen Partner brauchst, um dich zu entwickeln. Wo ich auch manchmal sage, ey, ich komme nach Hause von der Arbeit, ich habe keine Zeit für sie und dann ist die halt abgefuckt und dann schluckt die das halt 100 Mal und beim 101. Mal ist sie dann halt, also sehe ich, dass ihr nicht gut geht und dann frage ich mich ja selber auch so, ey, wie kriege ich meine Prioritäten? Und dann bist du auf einmal und merkst, ey, ich kriege auch in weniger Zeit den Scheiß hin, den ich da habe, weil du auf einmal Sachen hast, die halt auch wichtig sind. Und da kommt jetzt der Punkt, in einer sehr selbstbezogenen Welt denken wir, es geht nur um uns und unsere individuelle Entwicklung. Und ich kann dir sagen, meine Frau und ich, wir gehen auf Seminare, wir lesen Sachen, wir lassen uns coachen und so weiter. Uns ist individuelle Entwicklung auch sehr wichtig. Ich sage nicht, dass es, ich meine, ich gebe den Leuten in meinen Coachings individuelle Entwicklung mit. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Nur die individuelle Entwicklung soll vielleicht etwas dienen, was über dich hinausgeht. Und das ist halt in der Beziehung, wenn du sagst, okay, ich committe mich darauf, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Und dann wird nämlich auch klar, dein Partner, deine Partnerin ist nicht dafür zuständig, dass du glücklich bist. Das ist dein Job. Persönliche Entwicklung kannst du auch mit einem Partner an deiner Seite machen. Beruflicher Erfolg kannst du auch mit einem Partner an deiner Seite machen. Nur, wenn du halt denkst, die andere Person müsste das erfüllen, dann geht es halt irgendwann auseinander. Wenn du aber sagst, hey, wir haben uns dieses Commitment gegeben, guten wie in schlechten Tagen, und wenn es mir scheiße geht, dann kümmere ich mich auch um mich. Und ich freue mich, wenn du dich auch manchmal um mich kümmern kannst. Das ist ja auch schön, aber das erwarte ich nicht, weil sonst entsteht halt so ein Druck, der es dann halt auseinanderbringt. Was ich jetzt spannend finde, ist, mit dir weiter so ein bisschen zu erörtern ist, also erstmal, wie funktioniert denn der Funktion, also was sind die Kernaspekte von einer funktionierenden Beziehung, da sind wir gerade immer noch drin, aber es gibt ja zwei Extreme. Ich zum Beispiel bin so ein Arbeiter in einer Beziehung, heißt, ich zum Beispiel versuche echt zu gucken, ich versuche es möglich zu machen irgendwie. Heißt, für mich, so ein Schluss machen ist für mich auch irgendwo, wäre ein persönliches Versagen. Also das, aber bringt ja auch die Gefahr mit sich, dass man sich unglücklich macht und dass man vielleicht auch Sachen mitzieht oder die vielleicht auch gar nicht sein müssten. Das ist die eine Gefahr, die vielleicht sicherlich viele Leute irgendwie damit relaten können. Die andere Gefahr ist, ja okay, jetzt bringt mir die Frau gerade keinen Spaß oder jetzt gerade ist die depressiv oder die ist jetzt gerade halt in eine komische Phase, ich gehe jetzt irgendwie, hole ich mir lieber eine andere. Also ich jetzt persönlich sehe viel mehr von dieser zweiten Sorte gefühlt, aber das darf man auch, wenn du jünger bist, dann sampelst du auch rum, weil du probierst ja aus und so. Ich glaube nur auch, dass aber diese krasse sexuelle Offenheit und Co., da gibt es ja auch interessante Studien zu, dass wenn du viele Sexualpartner hast, bevor du quasi dich committest oder Ehe und so, dass die Scheidungsraten höher werden. wir jetzt hier nicht so mäßig christlicher Korknabe mäßig kommen und sagen, ey, hier die religiösen Werte predigen. Aber es ist ja nicht deine moralische Einstellung, sondern es sind die Studien, die zeigen das halt. Genau, genau, genau. Ist halt so, kann man machen mit jetzt, was man will. Und ich kann selber auch sagen, dass ich dahingehend ein bisschen ruiniert war. Also ich habe echt durch vieles Rumvögeln die Fähigkeit verloren, mich zu verlieben eine Zeit lang. Also es war wirklich für mich voll schwierig, ultra schwierig, mich zu verlieben. Und es war so, ich wollte, ich habe es so einfach gemerkt, mir fehlt dieses Gefühl und ich kann es dir versichern, ich habe es teilweise bei denselben Frauen vorher gehabt, aber das war einfach weg, blass. Und es war so ganz komisch. Und das ist für mich etwas extrem Gefährliches, aber es klingt halt attraktiv, weil du kannst es zählen. Weil eine Sache, die tief geht, ist so dieses Tiefes, dann viel esoterische Glaube. Weißt du, du kannst viel da irgendwie so, ja, ja, mal gucken und so. Und das andere ist ja eins, zwei, drei, vier, weißt du, was ich meine? Ja, klingt, du kannst es angeben mit blablabla. So, ne, andrutechnäßig. Und was mich hier jetzt interessiert, ist so, ja, also diese zwei Sachen, also dass wir quasi jetzt nicht so in diese Richtung gehen und sagen, ey, nur diese eine Sache ist schlecht, sondern du kannst dich auch überarbeiten, das kann ja auch in abusive Relationships gehen oder auch Sachen, die nicht abusive sind, aber irgendwo, wo vielleicht auch das Feuer wirklich weg ist. So diese Differenziertheit mit diesen zwei Polen so ein bisschen reinzubringen und wie du das siehst. Ich glaube, die Hauptaspekte haben wir da schon zum Teil genannt. Also zum einen dieses Thema Commitment. Ich halte das schon für eine sehr sinnvolle Sache, weil Abwechslung... Abwechslung voll. Also dieses durch dick und dünn gehen, das ist einfach, also das kann ich aus eigener Erfahrung auch einfach sagen, ey, du willst doch am Ende deines Lebens irgendwann, du willst ja auch nicht mehr noch mehr Leute kennenlernen und dann gibt es so diese No-New-Friends-Mentalität und so weiter, aber ey... Und das ist halt das mit dem Thema Commitment. Das ist ja nur, also nur ein Commitment in einem Lebensbereich. Du kannst ja trotzdem Abwechslung in deinem ganzen anderen Lebensbereich haben und wenn du halt sexuelle Abwechslung haben willst, ja dann lass dir was einfallen mit deiner Frau oder mit deiner Partnerin. Und da gibt es ja auch Noch und Nöcher und das ist halt die Sache, wenn du zum einen sagst, Commitment ja, dann hast du so ein bisschen diesen einen Typen, der nur, das hat lustigerweise, der mit dem kräftig, der hat auch gesagt, wie heißt es, also früher dachte ich, ich wollte nur rumhuren, aber dann habe ich gemerkt, na die, bei der könnte ich mir das schon vorstellen und so weiter. Also wie gesagt, es muss dann schon passen und so weiter, aber am Ende des Tages, wenn dieses Thema geklärt ist, Commitment, dann wird die Frage, wie kann man dann daran arbeiten, dass es möglichst gut für beide wird. Also es geht ja nicht darum, ja wir halten daran fest, den guten wie den schlechten Tagen, so als wären das so wie, die Götter kommen jetzt und schicken uns schlechte Tage und gute Tage, sondern wir machen ja auch die Beziehung zu den guten und schlechten Tagen. Also es ist ja nur im Sinne von, okay, wir haben jetzt gute Tage kreiert, so im Sinne von, cool, wir können jetzt die Früchte auch ernten, unsere Arbeit auch in gewisser Weise und an den anderen Tagen ist halt gerade Dürre und dann wird halt geerntet, dann wird halt wieder Zeit miteinander verbracht und so weiter und das ist einfach nur das Commitment, das ist die eine Sache. Für mich ist das so ein bisschen, also ehrlich, so wie das Commitment zum Leben. Also es gibt Leute, die sagen, wegen den Schwierigkeiten des Lebens möchte ich es beenden. So. Und das ist der eine Thema. Aber wer sagt, nee, ich committe mich zum Leben, es wird Scheißtage in meinem Leben geben, es wird tolle Tage in meinem Leben geben, aber ich committe mich so mit meinem Leben, dass ich weiterhin am Leben bleibe. Egal was passiert. Da kann man jetzt auch sagen, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie schlecht es werden kann oder wie unglücklich du dich dadurch machst. Es wird unglückliche Tage geben. Ja toll, die gibt es auch ohne eine Partnerin oder mit einem Partnerin. Das ist so, das ist so, das wird sowieso kommen. Und wenn du sagst, okay, ich committe mich zu meinem eigenen Leben und zu einer anderen Person. Und ich meine jetzt nicht gleich Ehe von Anfang an, also das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, aber das ist so der eine Teil. Und dann ist aber der andere Teil. Also schon heiraten, vorbumsen, oder? Jedes Mal. Du musst es einfach, und aber auch gleich den Ehevertrag, dass klar ist, wie das mit dem Cash geregelt ist. Ja, natürlich. Das muss einfach sein. Der Lambo finanziert sich nicht durch meine Arbeit, sondern die durch meine Frau auch. Ja, so wie Drake sagt, no 50-50 will no ho. Das ist ein tiefes Zitat. Ich glaube, das können wir auch in so ein Glücksgeld schreiben. Das finde ich gut, ja. Das ist sehr gut. Ja, auf jeden Fall, warte, wir waren jetzt da, zu sagen, okay, Commitment auf der einen Seite, okay, und dann auf der anderen Seite, wie wird es dann aber nicht, ich halte Sachen aus, das war ja so deine Frage, ich halte zu schlimme Sachen aus. Na, dann ändere halt was. Also, ändere was an deiner inneren Einstellung, ändere was an deiner Kommunikation mit der anderen. Das ist wieder das Beispiel mit den Feen. Ja, wenn du so mit deiner Partnerin umgehst, füge halt auf dieser positiv-negativ-Interaktionsskala nach John Gottman mehr positive Interaktion hinzu. So, und ich sage das nicht leichtfertig. Ich habe, Das ist schwer. Ja, ich habe zum Beispiel eine Klientin, da geht es um Kindeswohlgefährdung und ich unterstütze sie kommunikativ und für die innere mentale Arbeit, für den Gerichtsprozess. So, und da geht es um Kindeswohlgefährdung, da geht es um Gefährdung des Systems, da halte ich es für sinnvoll und haben sie auch gemacht, dass sie sich getrennt hat. So, das ist gut. Und in solchen Situationen dann zu sagen, okay, was kann ich hinzufügen, dass es es besser macht? Und trotzdem zu sagen, wir sind beide noch die Eltern unserer Kinder. Wie können wir das Beste für die Kinder auch finden? Das ist dann die Herausforderung. Also ich sage das nicht so leichtfertig, ja, akzeptiert einfach, was ist und bla bla bla. Macht es best aus jeder Scheiße. So, ja, aber so dumm, es klingt so, wie das ist ein Kalenderspruch, aber es ist ja in gewisser Weise so. Weil du hast nichts anderes übrig, als nicht aus der Scheiße Gold zu machen, aber aus der Scheiße halt Dünger zu machen für irgendwas anderes. Die Scheiße ist da, du hast sowieso keine andere Wahl. Du kannst entweder dich über die Scheiße aufregen, dran riechen, die Nase rümpfen und es ekelhaft finden. Du kannst dich drin wälzen, wie ein Schwein, das da gern drin spielt. Oder du kannst da was draus machen. Und es ist nicht leicht. Und es ist auch nicht so, ja, toll, jetzt ist Gold, nur durch dein tolles Mindset ist jetzt alles wieder gut. Ja, aber da ist eine Frau mit längerem Bein vorbeigelaufen. Ja, Tim, so wie du hier mit deinen Beinen liegst und die hier präsentierst, das scheint auch ein Thema wieder von dir zu sein. Ey, unten Onlyfans verlinkt, wenn ihr wollt. Die Socken oder so. Genau, ihr könnt Socken kaufen, Fußbilder und so. Solltest Ola Kala erweitern um deine persönlichen Socken. Ja, falls, nee, warte kurz, was wollte ich sagen? Der Geschäftsmann geht. Moment mal. Nee, 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 ich habe gerade Angst, dass ich vergesse, es gibt bei diesem Commitment-Topic zwei Sachen. Drei. Da musst du mir helfen. Ich habe immer so drei Sachen gleichzeitig. Also, erste Sache. Gibt es einen Prozess zu Commitment, wo du sagst, wie, was ist, was ist der Gedankengang, den du durchgehst, um dich zu fragen, okay, ist das Commitment würdig? Weil, du musst dich auch fragen jetzt, okay, also, gehe ich das jetzt ein mit einer Person, weil sonst ist das ja blind und so weiter. Welche Fragen stellt man sich? Wie, wie könnte so ein Prozess aussehen gemeinsam? Die zweite Frage ist, ähm, du hast ja häufig, wenn du zum Beispiel mit einer Person zusammen bist, kommt ja irgendwann auch diese Verbittertheit so ein bisschen, ne, auch, also diese Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch stückchenweit diese Verachtung für so gewisse Aspekte der Persönlichkeit von einer Person, wo du denkst, ach, da wird die sich nicht verändern. So, weißt du, so diese Augenrollmomente und die sich, ach, die sehr gefährlich sein können für so eine Beziehung, weil wenn die sich verselbstständigen, das dann halt so eine Art selbsterfüllende Negativ-Prophezeiung wird. Und das führt ja häufig bei Menschen dazu, dass wenn die einmal in dieser, und das gibt keiner gerne zu in einer Beziehung, aber ich glaube, jeder war in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal in so einem Loch oder in so einem Punkt in seiner Beziehung. Ich glaube, würde jeder lügen, wenn das nicht war. Und ich glaube, hier ist es halt echt schwierig, auch einen Prozess zu geben, wie gehe ich damit um. Ich zum Beispiel konkret hatte dann die Probleme, sodass ich mich selber nicht mehr ernst nehmen konnte, weil ich war ja schon so committed in diese bisschen säuerliche Art, wenn mich dann etwas abfuckt an der Sache und ich dann zehnmal nett reagiert habe, zwanzigmal noch auf die Zunge gebissen habe und dann irgendwann so, okay, also jetzt ehrlich, meine Geduld ist am Ende und jetzt wirklich, geh dich mal ficken, so, reicht jetzt. und von dort schaukelt sich das ja hoch und wie kommt man jetzt da wieder raus, weil das ist ja echt schon so diese Notfallsituation, weil da weißt du, ey, okay, das hält vielleicht noch ein paar Jahre, aber also wenn du wirklich, aber das sind solche Momente für mich gewesen, wo es echt schwierig war, probier, 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 dann, ich merke, da passiert nichts, fehlt dann die Konfliktfähigkeit im Vorfeld, die Finalität, die, also so das, finde ich, ist eine spannende Frage und die dritte Sache, die wird mir irgendwann einfallen. Okay, wenn es hilfreich ist. Okay, fangen wir mal mit der ersten an. Woher weißt du, ob du ein längerfristiges Commitment mit der Person gehen willst? Also erstmal, Commitment heißt nicht Ehe. Also Ehe ist wahrscheinlich die langfristigste und finale Form von Commitment, aber Commitment ist auch am Anfang erstmal zu sagen, okay, wir kommen jetzt zusammen, so, und wir machen eine Form von Beziehung, die wir uns beide wünschen. So, fragst du das aus einem persönlichen Interesse oder willst du es abstrakt wissen? Beides. Okay, persönliches Interesse. Welche Frage hast du? Ich, okay, ich stelle mir die Frage, welche Frage du dir stellst. Mein Commitment? Mhm. Also zu ihr. Nee, nicht nur zu ihr, sondern da bin ich tatsächlich auch breit bei Menschen. Ich zum Beispiel bin sehr, ich bin extrem committed. Also ich bin in meinem Freundeskreis so bekannt als, ey, wenn Tim an deiner Seite ist, der ist da so. Du gehst ruhig schlafen. Also das ist, jetzt hört sich weird an, wenn ich so diese, aber so den Ruf, den ich so habe, da ist, du kannst ruhig schlafen gehen, wenn der auf deiner Seite ist. So, also, ob geschäftlich, ob so, der wird nie gegen dich sein. Ich frage mich, woher das kommt und für mich war das immer ein automatischer Prozess und es war eine Selbstverständlichkeit und ich habe halt jetzt so mit meinen 28 Jahren gelernt, dass gewisse Dinge, ich auch gewisse Selbstverständlichkeiten verstehen will, weil ich sie auch nicht dem Zufall überlassen will, weil ich ja auch, das ist so manchmal wie mit Dingen, die wir wiederholen. Es gibt auch wichtige Sachen aus dem letzten Podcast, die wir wiederholen, weil die sind heute, morgen in 100 Jahren genauso richtig und richtig und das hilft mir in meiner Resilienz sozusagen, dass ich will diesen Automatismus schützen. Ich verstehe, ich verstehe es, ja. Und nicht, dass irgendwas ist, was da ist und ja, ich bin so und ich verstehe das zwar nicht so ganz und ich hoffe, das wird immer so bleiben. Ich verstehe. Also wenn es was ist, was du schon so lange hast, was war denn so die Commitment-Dynamik deiner Eltern? Ich bin nur mit Mutter aufgewachsen. Du bist mit Mutter aufgewachsen und hast dementsprechend diese Commitment-Dynamik zwischen deinen Eltern nicht wahrgenommen. Hast du das Commitment von deiner Mutter zu dir stark wahrgenommen? Ja, war sehr stark. Und ich vermute, dass das das Lehrbeispiel war. Die Art von Liebe, die wir uns wünschen, nehmen wir oft aus dem, was wir von unseren Eltern wahrnehmen. Und wenn jetzt halt in dem Fall ein Elternteil da ist, dann ist diese Liebe, die sie zu dir hatte, wahrscheinlich schon ein guter Teil der Idealvorstellung, die du von Liebe hast. Ah, so bemuttern der Jugo-Eltern. Geil. So diese Kochen. Ja, aber von dieser Grunddynamik, dass du deiner Partnerin so vertrauen willst wie deiner Mutter. Also jetzt nicht in so einem Freud-Sinne von du stehst auf deine Mutter. Ja, aber einfach in einem ganz realistischen Sinne von so, wie du weißt, dass du auf deine Mutter zählen konntest kannst. Erlebt sie noch? Wie du auf deine Mutter zählen konntest und kannst, willst du auch, dass andere Leute sich mit dir fühlen? Sehr unbewusster Prozess tatsächlich, aber es macht Sinn. Du sagst quasi wie so ein Vorbild für dich. Genau. Das ist ein frühkindliches, implizites Lernen, so wie Fahrradfahren. Du kannst es, aber du verstehst nicht, warum es so ist. Genau, richtig. Und es ist auch für dich normal. Es ist wie der Fisch, der halt im Wasser schwimmt und der gar nicht weiß, was Wasser ist, aber es ist halt um ihn die ganze Zeit rum. Und das ist die Liebe, die du da erfahren hast, die du dann halt auch schätzt. Und ich halte das für eine sehr, sehr gute und sehr gesunde Sache, weil gerade in einer sehr schnelllebigen Welt und besonders auch bei dir, wo du halt Verantwortung hast, wo viel Schnelligkeit, wo viel Veränderung passiert, da dann zu sagen, hey, das Zwischenmenschliche und auch dieses Commitment und Vertrauen, das ist mir wichtig, halte ich für eine der gesundesten Sachen, die du machen kannst in deinem Metier. Ja, man muss immer sagen, bevor man auch das idealisiert, das hat dann immer auch die Gefahr, da ausgenutzt zu werden und Co. Das ist große History von meiner Mom und von mir. Also das, aber gut, das gehört dazu. Da lernt man, da wächst man dran. Genau, es gehört dazu oder man transzendiert es halt. Weil man kann ja immer sagen, okay, ich halte jetzt so lange fest, oh, jetzt hintergeht es mich, jetzt gehe ich komplett weg. Aber dann lernt das Muster nicht, weil man ist einfach nur aus dem Muster raus. Die Frage ist nur, gibt es eine gesündere Form des gleichen Musters. Commitment, aber auf einer Ebene, wo ich sehr früh schon Dissonanzen anspreche, wo ich, wenn ich sie erstmal in mir spüre, nach außen bringe, wie gesagt, und dann aber auch Lösungen finde und im ersten Moment nicht bereit bin, von meinen eigenen Wünschen loszulassen, weil die beste Lösung, die Kooperation wäre, dass die andere Person an ihren Wünschen festhalten kann und du selbst. Und dann zu sagen, okay, dann machen wir es wie du, ist auch scheiße. Und dann zu sagen, nee, ich gehe hinein erst in diese Konfliktfähigkeit, prevented, also vorbeugt quasi vor, dass überhaupt dann dieses Loch entsteht. Also nicht immer, das Loch kann trotzdem noch manchmal kommen, aber es wird meist nicht so tief, wenn man schon vorher gewisse Themen geklärt hat, wenn es noch etwas in einer positiveren Stimmung ist. Wie ist es bei dir? Was genau? Also deine, nenne ich mal, Commitmentart oder wie bist du da aufgewachsen? Wie hast du das da gelernt? Also ich habe von meinen Eltern eine sehr stabile Beziehung kennengelernt und habe auch nie gesehen, wie meine Eltern sich vor mir gestritten haben. Und das hat zum einen mir eine sehr hohe Commitment, also mir fällt es sehr leicht, mich auf Leute einzulassen, Commitment, wie du gesagt hast, und aber auf der anderen Seite niedrige Konfliktfähigkeit. Ah, weil du Konflikte... Woher habe ich die denn gelernt? Also ich sage mal so, was hätten sie besser machen können? Hätten sie vor mir streiten sollen? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Sie haben es halt unter sich geklärt, was auch sinnvoll ist in gewisser Weise, aber das durfte oder musste ich dann auch lernen. Also ich bin eher die Person, die, und das kommt drauf an, weil manchmal ist es so, manchmal ist es so, aber gerade, gerade wenn ich keine so gefestigte Meinung habe, es gibt manche Sachen, wo ich sehr klare Prinzipien habe und die mir auch sehr wichtig sind. Meine Frau hat zu mir gesagt, ja, ich bin auch eh froh, dass du klare... Also es war so, es war eine Situation, sie hat morgen Geburtstag, und wir sind jetzt gerade mal umgezogen und sie hat sich einen Sessel gewünscht. Und aber halt, dass es halt auch passt und sie hat viel mehr den ästhetischen Blick, hat sie quasi sich ausgesucht, welchen Sessel sie sich wünscht. Also es war zum einen keine Überraschung, aber sie hat halt erst morgen Geburtstag. Also ist der Sessel angekommen, steht seit drei Tagen da und halt eingepackt. So, jetzt kommt dazu, dass meine Frau so ziemlich die ungeduldigste Person ist, die ich kenne und ich sehr geduldig bin. Und ich sage, hey, Schatz, du hast in drei Tagen Geburtstag und dann bekommst du ihn in drei Tagen. Und sie so, ja, aber ich weiß doch genau, wie er aussieht. Und ich so, ja, genau. Und das ist einfach mein Prinzip als Schenkender, dass du das in drei Tagen bekommst. Ja, aber geht es beim Geschenk nicht darum, dass es mir eine Freude macht? Und dann sage ich so, ja, alles gut. Und es geht auch nicht um dich. Das ist einfach mein persönlicher Wert, mein Wunsch, wie ich das haben will. Ja, da, 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 da. Und ich war ganz entspannt und ganz gelassen. Und wir hatten an dem Abend diesen Date-Abend, wo ich erzählt habe, dass wir beim Abendessen ich, solange ihr zugehört hat, und dann andersrum. Und dann war dieses Gespräch auf der Autofahrt so und es war so ein bisschen krisselige Stimmung. Und dann hat sich das mir so vorgeworfen. Ich war so entspannt. Und dann war es dann so, und dann sind wir ausgestiegen und dann hat sie gesagt, ha, irgendwie, du bist manchmal so sturköpfig und das hasse ich, das ist so blöd und das ist auch eh okay. Also sie ist dann oft so, sie hat oft die andere Seite dann auch schon integriert, es dann nicht nur so vorgeworfen. Sie sagt so, ja, und es ist ja auch oft viel Gutes und ich weiß auch gar nicht, ob es besser wäre, wenn es andersrum wäre. Genauso das ganz schön zu streiten mit solchen Leuten. Ja, genau, ganz schlimm, ja. So, und das ist aber, was sie hinzugelernt hat. Also sie konnte sehr gut streiten und hat früher immer ihren Willen bekommen, aufgrund ihrer hohen Streitfähigkeit. Und da hat sie aber gelernt, das zurückzufahren und das mehr zu integrieren. Deswegen hat sie im neuesten Boot, das haben wir zusammengeschrieben, hat sie ihren Teil zum Thema Schattenarbeit, zum Thema Schattenarbeit, aber gut. Und dann war es auf jeden Fall so, dass wir dann essen gegangen sind, wir haben uns unterhalten, es war voll schön. Dann sind wir zurückgefahren, dann hat sie auf der Rückfahrt gesagt und für mich war das so die positive Seite von dem, was sie vorher an mir kritisiert hat, wo sie dann gesagt hat, hm, also bisher konnte ich alle Typen immer manipulieren. So, und ich habe immer das bekommen, was ich wollte. Und irgendwie bin ich sehr froh, dass du so der Erste bist, der, der, an mir zuhört und auch Kompromisse eingeht und wir gemeinsame Lösungen finden, aber auch manchmal einfach seine eigenen Prinzipien hat und denen auch treu bleibt. Und da dachte ich, wow, das ist ein tolles Kompliment, habe ich mich richtig drüber gefreut. Und das ist so das, was ich neu gelernt habe, würde ich sagen. Aber ich komme eher von der Seite sehr, sehr guter Bindungsstil, gutes Commitment, sehr gesund und niedrige Konfliktfähigkeit. Ja. Interesting. Was würdest du jetzt sagen vom Prozess her, also vom Prozess her meine ich, weil wir waren jetzt bei, wir waren jetzt bei unseren beiden konkreten Beispielen, dann gibt es ja, sage ich mal, noch ganz andere Bindungstypen und Stile. Ja. Wie kultiviert man den, wenn man einen hat? Also später vielleicht auch mit seinen Kindern, mit Freunden, mit und so weiter, baut den weiter aus, eliminiert Schwachstellen und wenn man Scheißvorbilder hatte oder keine und vielleicht Paranoid ist, Hyperängstlich ist, super anklammernd ist, super, also wie kriegt man das dann in Ordnung? Ja. Also zum einen ist es so und das ist spannend, du hast ja auch von Bindungsstilen gerade gesprochen, da gibt es ja so verschiedene, auch in der Psychologie eben, diese vier Stück oder so. Genau, diese vier, genau. Und der eine davon ist ja der Gesunde und die anderen drei sind ja scheiße, so in dem Sinne, so toll, danke für die Psychologie. Ja, also quasi, es gibt so diese Einstellung, dass es Bindungsstile gibt, die sich im Verhalten zeigen. Also beispielsweise, man hat irgendwie Kinder und da ist irgendwie ein, man spielt mit diesen Kindern, da wurden Videos aufgemacht, das war Studium, spielt mit einem Kind und das sind so Playmobilfiguren und dann wird so gezeigt, ja, und dann passiert irgendwas und der eine verletzt sich und der blutet jetzt am Bein, so eine Playmobilfigur, blutet jetzt am Bein. Jetzt kommt ein anderer, was macht der? So, und wenn der halt so sagt, der geht dann hin und pustet und kümmert sich, das ist halt eher so positiver Bindungsstil. Dann gibt es so vermeidend, so im Sinne von geht weg, so, dann gibt es so ambivalent und das ist so, das ist so diese Ups and Downs, so dieses heiß-kalt, heiß-kalt und dann gibt es noch so eher desorientiert mäßig und das ist dann auch ganz interessant, also der geht dann da, da hin und isst dann Eis und dann fährt er noch ein bisschen mit dem Auto und dann, weil der hat noch einen guten Freund und dann legt er sich schlafen, also ist so, also man versteht gar nicht, was das Kind, weißt du, das ist wirklich so, scramblet ein bisschen und das ist das, was jetzt aber für mich noch das Spannendere auch als Coach ist, man hat herausgefunden, früher dachte man, diese Bindungsstile sind halt erlernt und die bleiben so, aber man weiß, die können sich verändern, du kannst einen gesunden Bindungsstil lernen und wie geht das? Das Wichtigste dazu ist positive Beziehungserfahrung, also Mitvertrauten, also öffne dich anderen, also öffne dich dir selbst und dann öffne dich anderen Menschen und dafür gibt es halt Coaching, dafür gibt es Therapie in schwierigen Fällen, dafür kannst du aber auch in Freundschaften dich ein Stück mehr öffnen, immer ein Satz mehr sagen oder in Beziehungen vielleicht mal ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr Hingabe üben und das ist zum einen einen Weg, wo es natürlich hilfreich ist, professionelle Unterstützung zu haben, sei es wirklich durch Therapie oder durch Coaching und aber sonst auch einfach der gesunde Umgang mit Menschen generell einfach wichtig ist und weil dann können solche, zum Beispiel, was bei uns auch im Coaching manchmal so ein Thema ist, wenn es so ein bisschen tiefer geht, dann ist auch so dieses Thema Einsamkeit, Angst vor Ablehnung, ist Einsamkeit auch. Das ist ja die tiefsten Ängste, die Menschen ja haben. Absolut und das ist ja interessant, deswegen kommen mir Leute manchmal auch zu uns oder zumindest in zweiter Linie. Auf jeden Fall und dann ist das Einsamkeit aber oft ein Altgefühl. Also zum Beispiel haben wir jemanden bei uns im Mentoring gerade, der sagt, er hat acht Stunden was mit anderen Leuten zu tun, mit richtig vielen Leuten, super social und dann kommt er nach Hause, weißt du niemand, dann ist er einsam und er ist trotzdem einsam. Unter Leuten einsam sein. Und dann ist es halt ein Altgefühl, dann ist es nicht eine reale Erfahrung in der Situation, sondern ein Altgefühl oder ein Fremdgefühl, das du übernommen hast durch Imitationen, durch Lernen, bla bla bla. Und dann geht es halt darum, das kann man aber eigentlich nur mit Unterstützung machen. Also ich glaube nicht, dass wir selbst so reflektiert sind, dass wir alle unsere Themen selbst lösen können. Ne, 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 es ist auch, glaube ich, eine ungesunde Erwartungshaltung, die man an sich selbst hat, wenn man so mit seinen Problemen umgeht, weil das ist ja im Endeffekt, das ist ja, damit unterminierst du ja komplett so Selbstakzeptanz und förderst weiteres Verurteilen von dir selbst, deinen eigenen Unzulänglichkeiten und bürdest dir eine Erwartungshaltung auf, die komplett unrealistisch ist. Mach ich auch. Ja, also das ist so, das, was da am sinnvollsten ist, diesen Bindungszimmer wieder zu fördern. Also ich bin sehr gut im Besserwissen und Schlechtmachen. Das ist gut, ja. Das ist so diese Frage. Bist du ein Kenner oder ein Könner? Also weißt du es in der Theorie oder kannst du es auch umsetzen? Und dafür ist halt wieder die Praxis wichtig. Also da musst du dich dann halt auch irgendwann trauen, in der Gruppe dich zu öffnen oder so. Also deswegen, wir haben, also ich bin so jemand, ich bin so ein, eben ich kenne Studien, ich kenne Ideen, ich kenne Konzepte, ich kenne den schlauen Satz, der dir vielleicht gerade so diese Epiphany bringt, wo du merkst, boah, geil. Du drückst das aus für den. Du hilfst ihm das zu entpacken, zu verbalisieren. Das ist aber dieses Kennen, also Wissen. Dann sagen du, boah, toll, jetzt Benedikt, jetzt bin ich erleuchtet, danke. Aber ich bin nicht der, der das, wo dann hilft, die Praxis zu bringen. Deswegen haben wir einen anderen Coach bei uns im Team, der ist Moderator wirklich für Übungen. Also wo du dann in der Praxis trainierst, das dann auch umzusetzen. Da bin ich nicht der Experte, deswegen haben wir halt ein Team. Aber das ist so der große Part. Und wenn du mich dann fragst, woher weiß ich, ob ich ein langfristiges Commitment mit jemandem eingehen will? Also wenn ich jetzt wirklich auf die partnerschaftliche Ebene beziehen würde, wären es für mich drei Fragen. Erste Frage, Thema Leidenschaft, ist da eine sexuelle Polarität? Wir sind limbisch einfach darauf ausgelegt, dass das passen muss am Anfang. Am Anfang. Am Anfang. Und danach kannst du es aber kreieren. Wir haben ja eigentlich nur den ersten Punkt Commitment. Wir sind ja noch beim ersten Punkt. Es gibt ja noch zwei andere eigentlich. Okay, auf die kommen wir dann. So kommen wir doch. Wobei wir kommen auf sie in dem Kontext. Alter, gute Besserung. Auf dich mal. Also zweiter Punkt ist so diese Frage, ist da eine Sympathie? Ja? Und dann die dritte Frage ist, und das finde ich eine ganz wichtige Sache, kann ich mich mit der Person spannend unterhalten? Was wenn man es nicht kann? Ich habe einen sehr schlauen Satz von Obama ist der, glaube ich, so gesagt, das, was er in der Frau gesucht hat, war eine Frau, wo er wusste, er kann sich abends mit dir gut unterhalten. Warum? Weil Sexual Attraction Das plus geile Frau heirate. Ja, so, deswegen. Das ist ja wirklich so. Weil die Sache ist die, äußerlich verändern wir uns. Und irgendwann hormonell und blablabla. Aber, stell dir vor, du hast den besten Sex. Aussehen ist ein guter Startpunkt, aber danach geht es. Genau, stell dir vor, du hast. Bis 40, dann geht es noch ein bisschen hoch, weil dann Frau Milfied, Milfied, die weiter, ja. Die würde sagen, ey, Benedikt, ich würde dir empfehlen, nicht mehr mit dir zu gehen. Nicht mehr so die Gase zu gehen. Ja. Das ist eine Co-Abhängigkeit zwischen uns. Das passt einfach irgendwie. Wir können uns gut unterhalten. Okay, egal. Die anderen beiden Fragen, egal. So, also, dritte Frage ist eben, wie kannst du dich mit der Person unterhalten? Weil, stell dir vor, du hast den besten Sex der Welt und dann sitzt du aber abends und das ist einfach langweilig. Du kannst dich nicht unterhalten. Schlimm. Killer, oder? Bin der dann, der. Ey, das ist echt, oh, Alter, das waren so diese Momente, wo du kurz so richtig, so wirklich kurz dein, 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 dein Unterleib, nennen wir es mal, ich denke gerade an die 55-jährige Frau, die jetzt guckt, sonst, wenn ich jetzt an meine, ich würde es jetzt anders ausgedrückt, wenn der kurz mal die Schaltzentrale übernimmt und danach ausgeschaltet ist und du dann merkst, du kannst mit der Person nicht sprechen, holy fucking shit, Alter, das ist dann auf einmal regnet's Scham, Alter und du bist so, oh mein Gott, ganz schnell hier weg, aber das überträgt sich auch auf die andere Person und dann denkst du dir so, oh, fuck, Alter, so, warum hast du dich nicht im Griff gehabt und warum, und das ist so ganz komisch und du kannst dann deinen Homies zwei erzählen, ja, schöne Frau, war geil, bla, bla, aber du bist dann danach da und denkst dir einfach nur so, Also wenn quasi die neokortikalen Teile wieder angeschaltet werden, genau, genau, wenn die neokortikalen Teile wieder hochgefahren worden sind, so, so, weil es ist ja alles sehr energieintensiv und ja, der Metabolismus, der muss da ja auch hinkommen und man hat ja auch nur eine begrenzte Blut, Blutmenge, naja, sorry, das ist jetzt wieder zu konkret, okay, ähm, nein, aber ich meine, wir kennen das ja alle, leider, gehört dazu, ähm, nee, das ist echt, das ist echt so eine, das kann eine tolle Art von Impulsivität und Energie sein, aber es kann auch echt auf Dauer, auf Dauer ist das richtig, richtiger Energieräuber, genau und das ist halt mit Commitment gemeint und deswegen, die Frage würde ich mir vorher schon stellen, weil dann geht es in die richtige Bahn, genau, richtig, wenn das Fundament stimmt, kann trotzdem Erdbeben kommen, aber das Haus steht noch letztendlich fest und selbst wenn Sachen kaputt gehen, kann man sie wieder aufbauen, aber wenn nicht mal ein Fundament da ist und das Haus schon in sich selbst zusammenbröckelt, dann wird da auch nichts draus, ja, dann ist ja euer Wankengegnung, äh, okay, Commitment, das heißt, diese Sachen stellst du dir und jetzt aber kommen wir, das ist ja alles in der idealen Welt so, jetzt komme ich und sage, was ist, also, ich gehe jetzt mal wieder, ich zum Beispiel, ich kann das mit meiner Freundin, meine Freundin spricht aber kein Deutsch, die lernt Deutsch, so, und das ist dann halt so, wenn ich Jugoslawisch spreche, dann, ich spreche schon, ich spreche schon sehr gut, aber, äh, es ist schon so, dass ich so gefühlt, mich fühle wie jemand mit einem IQ von 60, weil ich, ich, ich bin natürlich, also, Keine Intelligenz, Minderung, genau, okay, äh, nein, aber du, du, und wie fühlst du dich auf Deutsch? 80, okay, ach so, dann passt, so, 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 ja, äh, leichte Intelligenz, wenn du wirklich, nein, ähm, ich, nee, ich bin da sehr selbstreflexig, ich habe echt, ich habe eine sehr komplizierte Art und Weise, mich auszudrücken manchmal, und das fuckt mich selber auch krass ab, ähm, weil ich manchmal versuche, viel zu viele Sachen da reinzupacken, ähm, aber, also, jetzt hier, ich, ich, also, du, sie lernt Deutsch, genau, sie lernt Deutsch, ich weiß, ich kann mit ihr gut sprechen, sie spricht gut Englisch, auf Englisch ist es aber unpersönlich, ich spreche dann mit meiner, meiner Freundin, die Jugoslawisch spricht, die Deutsch lernt und Englisch kann, dann Englisch manchmal, wenn wir so über fachliches Zeug sprechen, was uns juckt, weil wir halt dann Podcasts oder so auf Englisch gucken oder Bücher auf Englisch lesen, ja, das ist dann unpersönlich, ne, wenn ich jetzt aber Jugoslawisch mit ihr spreche, dann ist das so, dann bin ich auch nicht ganz ich selbst, weil es nicht meine Primärsprache ist, das heißt, ich spreche dann irgendwie drei Sprachen mit ihr, dann spreche ich jetzt, lernt sie Deutsch seit dem Jahr, kann sie so ein bisschen, aber, so, und du bist ja auch nicht in allen Sprachen so richtig da, aber ich weiß, ich kann mit ihr die Gespräche führen im Ansatz, aber es ist diese Investition in die Zukunft, das heißt, ich muss das aufbauen, so, und jetzt wird es ja viele Leute geben, die sagen, fuck, Alter, ich habe vielleicht noch gar nicht diese, diese Sympathie mit der Person aufgebaut, oder vielleicht ist die ja, also, eine von diesen drei Sachen wird ja nicht sofort da sein, so, und was sagst du jetzt, ich zum Beispiel sage, ey, 70, also meine Regel ist 70 Prozent reichen, das heißt, zwei Sachen müssen da sein, und eine muss ich im Ansatz sehen, dass ich sie aufbauen kann. Aber sind 70 Prozent reichen nicht generell ein hilfreiches Mindset für dich als Perfektionisten? Wäre das nicht gut, wenn du das, Ja, genau, also ich musste das lernen, damit ich nicht unter meinen, also jetzt unabhängig vom Beziehungssthema, perfektionistischen, sag ich mal, Leide, genau, okay, und die Frage ist ganz konkret? Die Frage ist ganz konkret, wir bauen jetzt hier ja auch eine Art Perfektionismus auf, weil wir sagen, wir haben drei Grundvoraussetzungen, die in der Beziehung klappen müssen, aber in der Realität ist das ja nicht so, dass jetzt dieser Bund diese drei Sachen automatisch mitbringt. Ja, richtig, also es ist, hast du da eine Regel in der Heuristik, sagst du zum Beispiel, ey, zwei Sachen reichen und die dritte muss die Aussicht da sein, oder so sagst du zum Beispiel 70 Prozent, passt das, reicht das, weil sonst ist ja auch immer das Gras immer grüner woanders, man projiziert ja rein, voll, voll. Oh, die hat jetzt noch das, mit der habe ich einmal geil geredet und die anderen zwei Sachen, die meine Frau hat, die wird die auch haben, aber hat, also checkst du was ich meine? Voll. Also, was ich eine, also eine Sache, die da ganz wichtig ist, ist wieder dieses Fixierung nur auf die Beziehung oder auf dein ganzes Leben. Und da geht es jetzt schon wieder ein bisschen auch ins Selbstbezogene rein, es gibt Leute, mit denen kann ich mich ganz toll unterhalten und das hat ja nichts mit meiner Beziehung zu tun. Also, es heißt ja nicht, dass du dich ans Lebensende nur noch mit dieser Person unterhalten musst. Es gibt Leute, mit denen du dich unterhalten kannst, mit denen du dich besser unterhalten kannst als mit deiner Frau. Über gewisse Themen ja. Ja. Und das kann ja auch wieder zu Selbstzweifeln in der Beziehung führen, wenn du das nicht richtig einordnen kannst. Genau. Und das ist aber dieses Thema Einordnen von, es geht nicht darum, dass deine Partnerin dir alles in allen Bereichen gibt, sondern, dass diese Aspekte auf einer Ebene gelten, dass du sagen kannst, yes, Commitment, diesen Schalter kann ich anmachen. So. Und dann ist es, also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, aus der Brille des Commitments schaue ich auf die anderen beiden Dinge und sage, sind die in einer grundlegenden Ebene da, dass ich mir das vorstellen kann. Und da gibt es dann unterschiedliche Richtigen. Also im Sinne von, kann ich mich so gut unterhalten, dass ich sage, da ist ein bisschen Entwicklung, ein bisschen Weg, aber in die Zukunft, aber ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich hatte schon mal ein tolles Gespräch mit dieser Person, auch wenn es nur Momente waren. So. Das ist die eine Sache. Dann die zweite Sache, eben sexuell ist es, passt es grundsätzlich. Und drittens, eben was ich meinte, ist dann eine grundsätzliche Sympathie auch da. So. Und wenn die Dinge passen, dann würde ich eher sagen, ja, dann ist es sinnvoll, diesen Schritt zu gehen und dann ist es mehr wie nicht, sind diese drei Aspekte da, so im Sinne von Schaltern. Ich würde sagen, schon Commitment wird über die Zeiten mehr, aber du kennst es vielleicht bei so, es gibt ja manchmal so Drehregler, die werden mehr, mehr, mehr und irgendwann klickt so. Genau. Es ist ein Dimm-Schalter, irgendwann machst du so. Und dann ist es so, in guten wie in schlechten Tagen, dann ist es locked in und dann kann es natürlich trotzdem immer noch weitergehen. Aber es ist wie so klick, 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 weißt du so, Stufen, aber, genau, richtig. Während bei den anderen Parts, würde ich sagen, ist es noch mehr wie ein Dimm-Schalter, da gibt es nicht mal so einen Klick. Also bei Sympathie, da kannst du dich immer tiefer verbinden, du kannst immer tiefere Gespräche führen. Das ist aber was, wo du einen längeren Weg gehen kannst. Und solange du sagst, da ist ein Grundlevel da, 70 Prozent oder whatever you want, dann kannst du diesen Commitment-Schritt gehen und dann kann es gut weitergehen. Okay, das ist ein sehr interessantes Bild. Das heißt, du sagst quasi, wir fassen zusammen Commitment, was haben wir noch? Sympathie und Leidenschaft, also sexuelle Anziehung und so. Wenn Commitment lohnt es sich, es ist ja auch eine Art von Verantwortung, nicht blind irgendwie Commitment zu geben, weil du ja auch dann die Zeit von der anderen Person verschwendest und mit den Gefühlen spielst. Nicht, dass ich das mal gemacht habe, nein, Spaß, das habe ich echt nicht gemacht. Oder ich war echt immer ehrlich. Die drei Sachen zu sehen wie eine Art Dimm-Schalter, wo man sagt, okay, wenn die da in Summe 70 Prozent da sind und du die positive Aussicht hast und siehst, okay, das kann auch weiter wachsen, dann lohnt es sich, ein Initial Commitment zu geben und Commitment zu sehen, am meisten wie ein Dimm-Schalter, der ein positiver Selbstverstärker ist, der sozusagen mit positiven Beziehungserfahrungen oder auch mit negativen sich weiterentwickelt, dass man quasi dann nicht erschlagen ist von dieser, ich muss jetzt heiraten und ich muss sofort den Sack zumachen und ich muss sofort dieses 100 Jahre und auf immer und ewig die gute, schlechte, sondern sagst, ey, du siehst, da ist das Potenzial da, dann gehst du rein mit dem Commitment und nimm die Angst weg, das Commitment, das wächst von selbst. Und trotzdem kannst du, je nachdem auf welcher der Ebenen du bist, schon manchmal bewusste Schritte gehen. Also wenn du zum Beispiel in der Kindheit oder so eines dieser drei Aspekte, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Commitment nicht so erlebt hast, dann, also zum Beispiel, du hast ja gesagt eben, bist mit deiner Mutter aufgewachsen und wieder das Commitment deines Vaters zu deiner Mutter war, so das hast du nicht so erlebt. Und dass du dann aber sagst, hey, das war nicht gut, ich wurde fast abgetrieben. Ja, aber dann zu sagen, okay, offensichtlich war ein Grund-Commitment da, zu dir auch, deswegen sitzt du jetzt hier. Danke, geh raus an den Abtreibungsarzt, dessen ding ich nicht, der meine Mutter weggeschickt hat von dem Ding, als die dort von meinem Vater gefühlt genötigt worden ist, da hinzugehen. Fun Fact. Den hat die einfach gedroppt, so bei einem Sonntagabendspazieren und hat so gelacht, ha, ha, ha. Crazy. Schon krass, wenn man sich das so überlegt. Voll. Und wenn man jetzt noch überlegt, also, wir hatten ja vorhin so gesagt, esoterische und spirituelle Ebenen, aber ja, 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 ja. to be honest in so einer Situation, ja. Danke. Auf jeden Fall, da denke ich mir halt, wenn wir das weniger erlebt haben, dann dürfen wir vielleicht manchmal bewusst den Schritt gehen. Also, ich weiß, also, für mich auch, war es eine Überwindung, obwohl ich diese Haken bei den anderen Bereichen gesehen habe, trotzdem dieses, dieses Ding von, es ist die richtige Entscheidung und dann aber auch, es einfach zu machen irgendwann. Nicht so overthinking. Genau. Schon am Anfang eben reinspüren und durchdenken, schon, aber nicht overthinking halt. Da muss es irgendwann auch den Schritt so geben, klassisches Komfort zu und verlassen wieder. So, Mindset. Okay, interesting. Ja, also, ich glaube, vielleicht noch, um eine Sache anzusprechen, den Fehler, den ich einmal gemacht habe, ist, dass ich dachte, ich bin verliebt oder dass ich mich verlieben wollte, dass halt diese Leidenschaft nicht so richtig da war, also diese sexuelle Anziehung nicht, aber wenn man so Gesicht das so gut geredet hat, weil die anderen Sachen gut waren, das ist, glaube ich, so eine Trap. Die andere Trap ist dann halt auch so irgendwie dieses Gefühl von Verliebtheit geil zu finden, wenn man so eine Frau hat, die so einen zappeln lässt und man sich so abhängiger fühlt und es auch so leicht geil findet, dass man irgendwie die Frau mehr liebt als die Frau einen selbst, wenn es dann so ein konstanter Chase ist, weil man dann so denkt, so ey, das wird immer so diese Spannung haben, aber auf Dauer ist es nicht so geil und heute, also ich muss sagen, der Moment, wo ich jetzt so gemerkt habe, dann so vor zwei Jahren, also ja, ich bin verliebt, war so, als ich so Langeweile und Ruhe für mich wundervoll angefühlt habe mit der Person und dann war ich so, okay, gut, das ist es. Gut sein, gut sein. Ja, weißt du, was ich meine, wo du so nicht das Gefühl hast, dann musst du jetzt irgendwie, du kannst einfach so du selbst sein und bist so voll in Ruhe und hast, hast die Geduld auch noch so dabei. Okay, zum Thema Beziehungen, das ist jetzt ein sehr unattraktiver Start eigentlich reingewesen, den wir jetzt hier die letzten anderthalb Stunden hatten, als, wir war jetzt gar nicht dieses Coaching und schnell Eindruck schinden auf der Straße und Frau abschleppen und viele Frauen mit nach Hause nehmen, tatsächlich. Gibt es da noch Sachen, wo du sagst, die sind wichtig, also zum Beispiel bei der Leidenschaft oder so, finde ich, ist vielleicht so ein Thema, wo ich jetzt kenne von Leuten um mich herum, was ich krass schade finde und eine gigantische Trap ist, ist, ich nehme, sorry, ich nehme immer dieses Beispiel von einem Homie von mir, der ist verheiratet, okay, und der geht in den Puff, weil er seiner Frau nicht sagen konnte, dass sie dem Finger in Popatze stecken soll, weil er dachte, dass sie denken wird, der ist schwul. Also, hört sich jetzt super weird as fuck an, aber, das ist Coaching, also, es ist nicht, dass ich sowas noch nicht gehört habe, ja, und ich war so, ey, Bro, sag dir das, doch, so, und er so, ja, ich weiß nicht, boah, ich war so, Digga, so, das, also, das, dass du ein Puff gegangen bist, behalte das echt so für dich lieber und, 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 und find irgendwie deinen Frieden damit, dass, also, so, okay, aber, ja, die Schuld trägt er selbst und so, also, den musst du selbst mit erleben, irgendwie, ja. Aber, was ich sagen will, ist, es gibt ja viele von diesen, es läuft ja nicht immer alles perfekt, ne, also, ich bin da, also, meine Freundin sagt tatsächlich zu mir manchmal, dass ich zu ehrlich bin, was viele Sachen angeht, ich finde damit aber meinen Frieden auch ein bisschen besser, ähm, aber, äh, nee, ich kann ja auch sagen, dass ich eine Frau gut aussehen finde oder so, ohne dass die, also, die ist dann auch eifersüchtig gewesen oder so, aber das, das, das läuft dann auch ganz gut, aber das dann hat man eine gute Basis auch, will ich mal sagen, einfach frischen Wind in die Kiste zu bringen, weil du kannst dann auch sagen, ey, äh, du kommst jetzt nicht und sagst, ey, lass mal das und das ausprobieren, aber du, 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 du schaffst einen Raum für Offenheit, dass du, weil das ist ja wie zum Beispiel, also im Endeffekt, Sex ist ja wie, wenn ich jetzt jeden Tag mit meiner Frau zum Italiener gehe, der schmeckt gut und dann hast du so eine Phase, dann machst du das zwei, drei Monate und das ist richtig geil, aber irgendwann ist es dann so, gehen wir jetzt wieder zum Italiener, also, lass mal was anderes machen, und so, ja, aber so diese Mentalität zu schaffen, zu sagen, ey, lass mal was anderes zusammen machen, so, weißt du, auch mit Demut daran zu gehen, auch nicht die Erwartungshaltung zu haben, so, ey, die kann das jetzt perfekt, oder was ich damit sagen will ist, guck mal, in so einer Beziehungsdynamik und vor allem in einer Welt, die ja enttabuisiert ist, musst du ja, kannst du ja entweder den Tabubuch mit deiner Frau begehen, was die Beziehung sehr stark stabilisiert, oder du begehst ihn ohne sie, weil du nicht lernst, wie du es mit ihr kommunizierst, bist du Experte dafür. und du Experte für dieses Bild, mit dem, mit dem, mit diesem Frame, wie groß der ist, was wir am Anfang hatten, wie grau oder wie bunt ist dein Leben, das ist genau das Ding, wenn das Leben deines Kollegen in der Ehe, er sieht die Ehe so, sage ich jetzt einfach mal, und er sich dann denkt, oh Gott, wenn ich ihr das jetzt sage, dass ich darauf stehe, dann ist es, ich bin schwul, und das ist natürlich jetzt auch internalisierte Schwulenfeindlichkeit, dass er das so, oh Gott, Hilfe, und ich schlipp, so, und dann ist diese Angst, aber so, oh Gott, ich werde, das ist genau das Ding, was wir vorhin hatten, dieses kleine, oh nee, lass uns das lieber nicht machen, was sie wahrscheinlich sagen würde, wenn sie es nicht will, oder sie sagen, ja okay, probieren wir es halt aus, genau, die würde lachen und, safe, in 90%, aber er muss bereit sein, diesen kleinen Schritt von, oh nee, das mag ich nicht, herzugehen, aber visualisiert sich, dass sie dann, ha ha ha, du bist schwul, wie dumm und so weiter, weißt du so, das ist die eine Sache, aber dann, was macht er, er idealisiert sich was auf der anderen Seite, weißt du so, dieses, genau, und dann geht er halt diesen Schritt, und das ist halt das Problem, wenn du dann nicht, und es ist ja so eine Gegenübertragung, weil er das, was er idealisiert, in zum Beispiel der Prostituierten, dass er dort sein Sexleben ausleben kann, entzieht er seiner Frau, diesen Wachstumsraum, dass sie sozusagen, in diese Rolle reinwachsen kann, woher weißt du nicht, dass die das die ganze Zeit schon machen wollte, und sich denkt, boah nee, aber das findet er bestimmt eklig, weißt du, also sowas, wirklich, also ganz, ganz krass, wenn man die sexuellen Vorlieben, der eines des Mannes aufschreibt, und dann der Frau aufschreibt, und dann die sich, aber nicht sehen, ne, Paar Coaching, und dann, sich die anschaut, und da sind 90% überlappend, und das ist so, und da haben sie noch nie drüber gesprochen, wir müssen nur einfach nur drüber reden, diese Gemeinsamkeiten zu entdecken, so, ich hab mir auch gesagt, ey Digga, also mach aus deinem, also das ist jetzt wirklich ein gottloser Satz, und bitte zieht den nicht out of context, aber ich hab ihm gesagt, Rausschneiden für den Short, bitte, ich hab ihm gesagt, Bro, also, äh, guck mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht aus deiner Frau, auch deine, ich find den gut, ich weiß schon, was jetzt kommt, weitermachen, halt deine Prostituierte zu machen, weißt du, was ich mein, also jetzt nicht in diesem, ne, auch ein bisschen in diesem gottlosen, nein Spaß, äh, du checkst, was ich meine, ich check, was du meinst, und, wie du sagst, sogar so ein bisschen in diesem gottlosen, ja, 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 und auch wenn das jetzt politisch inkorrekt ist, natürlich, das ist, ey, ich hab gestern, aber Sex ist halt in gewisser Weise sexistisch, zu einem Teil, nein, hm, machen wir uns mal Gedanken darüber, es ist vielleicht nicht politisch korrekt, nur Sex, ja, unglaublich, oder? Nein, aber ich hab da auch, also kurz, kleine Exkurs, bevor wir in dieses Thema kommen, das Ding ist ja auch dort, Männer sind abgefuckt, und Frauen sind abgefuckt, ja, also, ich hab, ähm, auch hier bitte nicht out of context reißen, aber, das, das Ding ist ja, dass du, also beide Geschlechter, verwirrt sind, wie sie mit dieser Situation umgehen können, und dass auf einmal Sex, was ja eigentlich die unpolitischste, die animalischste, die experimentierfreudigste Sache an sich ist, die, die Sache mit dem größten Tabu an sich, auch moralisiert wird, und wenn du, in der Sache, wo du dich fallen lässt, du hast ja vorhin diese Liebesache gesagt, und zum Beispiel, ich finde, gibt es Slavoj Žižek, weiß nicht, ob du den kennst, er hat immer diese Metapher gehabt von to fall in love, und so, dass man heute so diese, also so, love haben will without the fall, so, und das gehört ja auch dazu, dass du dich dort fallen lässt, dass du dort diesen, sag ich mal, dieses Vertrauen der Person gibst, dass du auch dort, es ist ja ein Spiel auch mit diesen Schamerfahrungen mit deiner Frau irgendwo, weiß ich auch, der sexuelle Reiz, also es gibt ja, also es ist ja praktisch unendlich, was irgendwie einen sexuellen Reiz haben kann, wenn du siehst, wie krass, ich keine Ahnung, Sachen fetische, also so fetische aufbauen, wo wir jetzt aufsehen können, die wir gar nicht kennen, wo wahrscheinlich irgendwie ich einen Fetisch habe, du einen Fetisch hast, wo wir beide denken, also was, das existiert so, und das ist ja wie zum Beispiel Restaurant, das ist ja der Novelty Seeking, den du integrierst in die Beziehung mit deiner Frau, und Offenheit ist die Voraussetzung, heißt, es ist so immer, ich versuche immer den Königsweg zu finden, der Königsweg dort ist ja nicht, Verzicht, 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 wenn wir jetzt darüber reden, so ey, was die geile Beziehung ist, ist so, ja nein, also Hochzeit ist jetzt, gibt nicht mehr, ist Blümchensex, Vanilla, und gibt's nicht, sondern, Bro, macht doch was ihr wollt, aber redet drüber, und wie findet man das heraus, okay, und was ich sagen wollte, deswegen Frau und Mann ist, dass wir halt gerade auch, dass du das so anfängst zu moralisieren, und so kompliziert zu machen, das ist ja auch schon ein riesen Abturn, und dann denkt man halt so, ja okay, also, man schiebt das so, auf diese Schatten, Prostituierten, oder Rumschreiben, Fake-Profile, bliblablubseite, so, wo es so, anonym ist, wo es bezahlt ist, es ist ja auch mit Onlyfans oder so, ey, wie viele Typen da irgendwie Onlyfans haben, die auch eine Freundin haben, weil sie das halt, weil sie nicht gelernt haben, und das ist das große, große Ding, bei Typen, wo mir super, super viele Männer leid tun, und ich selber verstehe, wie schwierig das ist, in dieser Landschaft von Pornos, Onlyfans, Instagram, vielleicht auch Prostituierten sogar, zu sagen, ey, das ist nicht, das ist moralisch nicht korrekt, die kriegen ihren Trieb nicht unter Kontrolle, und die verstehen nicht, wie die den in eine Beziehung integrieren, und dann haben die aber diese Gewohnheiten von vor der Beziehung, wo die diese Triebe dort drin hatten, sich dafür schämen, und nicht verstehen, wie die jetzt ihr, weißt du, so dieses, ich nenne es mal Suchtlevel, wo die jetzt, keine Ahnung, Geschmack entwickelt haben, der halt, ja, der jetzt vielleicht nicht Vanilla ist, den zu integrieren in ihre Beziehung, und, das ist eine Sache, wo ich denke, das ist ein, guck mal, das ist ja ein Riesentabu, also, weil wie, aus welchem Thema wirst du das approachen, weil, egal aus welchem Thema du kommst, ist es ja massiv schambelastet, und du weißt nicht, wie du das mit deiner Frau hinkriegst, aber das Schlimme ist, die Frau sagt dann, okay, der betrügt mich ja, wenn sie es herausfindet, und das weißt du ja als Mann, und dann hast du ja automatisch die Distanz dort, und dann hast du nicht, du diese Approach, diese Bridge zu gappen, unterbewusst wird es ja wahrgenommen, und ich glaube, dass das eine der, beziehungstechnisch ist das, glaube ich, einer der Schlüssel, diese Frage sich zu beantworten, wie man das in die Beziehung integriert, damit sie auch, also, und darüber spricht keiner. Checkst du, was ich meine? 100 Pro, und ich kann das alles genauso unterstreichen, aus psychologischer Sicht, aber auch aus der Praxis, Coaching und so weiter. Die Sache ist die, du hast es selbst gerade sehr gut genannt, mit dem Bild vom Italiener. Am Italiener ist nichts schlecht. So, der ist ja gut, der ist ja lecker, und man kann auch immer mal wieder zu dem hingehen. Aber der Italiener ist Sympathie. Im Sinne von, das ist diese Ecke, wir haben ein Commitment gehabt, das ist Sympathie im Sinne von, das kenne ich, das weiß ich, das ist ein, das kann selbst in sexuellen Bereichen ein Ritual sein, da weiß man, das läuft so ab, und dann wird dann das passieren, dann passiert dann das, und das ist schön, und das ist nett, und das ist cool, und das ist, aber Sympathie baut auf Gleichheit auf. Wo wir sagen, ah, da haben wir die gleichen Werte, da sind wir uns sympathisch. So, und jetzt kommt er das, die Krux, Sexualität, Leidenschaft ist Anziehungskraft. Da müssen wir nur in diese Metapher der Anziehungskraft gehen. Wie funktioniert ein Magnet? Anziehungskraft geht nur, wenn Minus und Plus da ist, eine Polarität an Gegensätzen, und genau das ist es, eben halt mal zum Asiaten zu gehen, zum Schindiesen zu gehen, zum was auch immer zu gehen, in der Gefahr, dass es einem da nicht schmeckt, aber man eine neue Erfahrung gemacht hat, und das ist ja aber das Besondere, oder auch das Spannende, dieser Tanz in der Beziehung, zum einen diese Gleichheit, der Sympathie, der Liebe, der Vertrautheit, Commitment und so weiter zu haben, und dann aber auch diese Unterschiedlichkeit zu haben von, ich traue mich, auch andere Seiten zu zeigen, was Neues auszuprobieren, Novelty Seeking, und das Spannende ist ja, wenn wir den Korridor so klein machen, und uns auf ein so kleines Leben committen, dann passiert ja das, wie bei deinem Kollegen, er hat Angst, diesen kleinen Schritt zu gehen, weil er dann so schlimm verletzt werden könnte, geht damit aber auch nicht den positiven Schritt, dieses, mein Kollege, das klingt so, als würde ich das so regelmäßig ein bisschen puff geben, das geht so immer nicht, der Arme, der Arme schaut sich das an, macht so Wein-Emoji, und so Flamme zurück, aber auf jeden Fall, er macht so, also das ist so dieses Beispiel von, dieses Beispiel von, ich schneide mir das ab, ja, und dann muss ich halt andere Wege finden, meinen Trieb zu befriedigen, dann gehe ich halt in den Puff, so, und jetzt aber das Spannende, das ist ja genau dieses Ding, mit Männlichkeit und Weiblichkeit, weil, Weiblichkeit, das sind dann entweder Leute, die dann voll ins politisch Korrekte gehen, und sich dann vielleicht das auch gar nicht mehr trauen, oder auf der anderen Seite dann so Sachen, wie irgendwelche Rapperinnen, und was sagt Katja Krasowitsch, hatten wir gerade davor, und so weiter, die so in dieses hypersexualisierte, und so weiter dann gehen, und diese, das ist ja genau die, 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 sag ich mal, diese Projektion von, von diesem unterbewussten Need, in die Öffentlichkeit, was dann Leute auf einmal, oh, das ist ein Phänomen, dass Leute das toll finden, was gerade voll finden, Tate ist ja dasselbe, Exempel, und andersrum. Das ist genau das gleiche, das ist das Thema Maskulinität, wo man dann sagt, ja, und so, das ist halt das Spannende, es schauen ja Millionen Leute Tate, nicht, weil die alle dumm sind, oder so, sondern weil einfach da etwas angesprochen wird, vielleicht auf eine ungesunde Art und Weise, aber, was eine gesunde Wurzel vielleicht hat, Tate ist eine Extremverkörperung davon, in einem ungesunden Extrem, das ist wirklich auch was, deswegen, also, eigentlich müssen wir einen Podcast, hier müsste Lara sitzen, also, wir müssen den Podcast irgendwie zu dritt machen, weil sie beschäftigt sich halt auch mit der Seite von Femininem Charisma, ich von Maskulinem Charisma, aber nicht auf eine Art und Weise, das wäre ein interessantes Topic, ist spannend, oder? Ich glaube, wir müssen irgendwie zu dritteln. Alter, wir haben ja schon gerade den dritten und vierten Teil. Aber das ist ja, weil, das ist ja so, man kann nicht groß drüber reden, ohne dass es dann gleich in so eine, okay, das ist so ein Pick-Up-Dating-Andrew-Tate-Coach, so, nein, und es ist aber auch nicht nur, ja, okay, wir reden jetzt über die wissenschaftlichen Theorien, sondern, das ist ja gerade dieses, dieses spannende Feld, von Attraction. Und Freunde, wir haben jetzt lang genug über die inneren Werte und was wirklich wichtig ist in der Beziehung und bla bla bla, reden wir hier die ganze Zeit, aber wir wissen doch alle ganz genau, du brauchst einen guten Körper, damit du eine Frau bekommst. Nein, jetzt mal no shit, es gehört dazu, einfach auch Sport zu machen, das wissen wir, damit wir uns auch gut fühlen und, so banal es auch klingt, ich glaube, dass eine der unterschätztesten Dinge überhaupt ist, welchen Einfluss Sport auf die Psyche hat und vor allem, welchen Einfluss eine gute geregelte Struktur hat auf euren Alltag und auf euch selbst. Deswegen haben wir MCI entwickelt, MCI ist unsere Fitness App, wo wir eine All-in-One-Lösung bieten, wo ihr quasi nicht nur Krafttraining habt, nicht nur Mobility, nicht nur Cardio, also Ausdauertraining und nicht nur Ernährung, sondern alles in einem, in einer App. Und was wir dort haben, wir haben ein Onboarding, wo ihr quasi drei Minuten analysiert werdet und ihr dann individuell eure Empfehlungen bekommt. Also ihr kriegt einen ganz genauen Trainingsplan, der auf euch zugeschnitten ist. Das Ganze 14 Tage for free, wenn ihr den Code SOBER20 verwendet, den könnt ihr am Ende vom Onboarding eintragen. Ich zeige euch hier parallel die Screenaufnahme, damit ihr das alles checkt. Und keine Sorge, wenn da dieser Screen kommt mit, kostet so und so viel und wird euch abgezogen, ihr müsst bezahlen. Wenn ihr innerhalb dieser ersten 14 Tage kündigt, kostet euch das Ganze nichts. Heißt, ihr lernet denen keine Abo-Falle oder so einem Scheiß. Und ich kann es euch nur empfehlen, geht in den App Store, gebt ein MCI, ladet euch die App runter und nutzt diesen Gratis-Zeitraum. Weil selbst wenn ihr gerade kein Geld habt, keinen Bock habt, die App zu kaufen, ladet sie euch runter und macht das Onboarding und benutzt das mal und guckt mal, was bei euch rauskommt und versucht mal, danach zu trainieren und das zu benutzen. Ich sage euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel so eine App helfen kann. Und dann denkt ihr so, oh, was soll mir so eine scheiß App helfen, bla, bla, bla. Die ist krass, Mann. Und auch richtig viele Leute, die richtig lange trainieren, haben die App, haben genauso rumgemeckert. Am Anfang waren so, was labert der jetzt mit der App, bla, bla, bla. richtig hart rangenommen und ihr habt richtig viele Sachen algorithmiert, wo ich nicht gedacht hätte, dass man die so algorithmieren kann. Deswegen benutzt die, ladet sie euch runter, gebt den Code ein, benutzt es 14 Tage Gratis und verdammte Scheiße, wenn es euch nicht passt, deinstalliert das. Sagt uns auch, was ihr Scheiße fandet, damit wir das verbessern können. Aber ich werde euch sagen, ihr werdet überrascht sein, wie gut das Ganze ist und wie viel öfter ihr noch härter trainieren werdet als zuvor. Und den Rest natürlich auch mit der Ernährung und so. Das ist immer noch so bei Oktober, Freunde. Geht in den App Store, gebt ein MCI, ladet euch die App runter, für trainieren. Aber weißt du, hier noch eine Parallel. Ich habe ja gestern kurz diese Storys gemacht, wo ich dann diese Moralapostelei, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, primitiv und unterkomplex links und also ein Extrem, das also so moralisieren und alles ist kacke und ich cancel jetzt hier groß rum und auf der anderen Seite hast du die Rechten mit, Ausländer raus und einfache Lösungen, die aber die einzigen sind, die Probleme ansprechen, die Leute ja tatsächlich fühlen. Und das ist für mich auch wieder so dieses Tate und Ding Teil. Also es ist so dieses Extreme, also es ist das Schwinden der Mitte und es ist für mich das Armutszeugnis der Gesellschaft irgendwo, dass wir in der Öffentlichkeit, zumindest in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, die Öffentlichkeit ist immer ein gutes Spiegelbild für das Private tatsächlich. Smarter Satz, ja. Also für mich ist die Öffentlichkeit dahingehend ungesund, weil wir gerade ein Zeugnis davon haben, dass wir es nicht hinbekommen, zu integrieren. Also und das ist auch, weil du diese Schattenarbeit und so angesprochen hast, dass jetzt im Teil, wenn wir mit dieser Liebessache fertig sind, würde ich gerne echt über diese Integrationsarbeit sprechen, weil ich sehe echt massive Probleme darin, dass wir scheinbar Widersprüchliches erst mal differenziert angehen, ohne darüber zu urteilen, weil wenn ich zum Beispiel politisch darüber urteile, sofort, wenn ich jetzt zum Beispiel, ey, ey, guck mal, dass du dieses Fehn-Ding gesagt hast gerade, hätte dir auch jemand kommen können und so sagen können, was ein Pedo. Also so voreilig, weißt du, was ich meine? Und dass aber mir als in meinem Kopf das aufblinkt und ich mir so denke, scheiße, ich will nicht, dass mein Homie so dasteht, zeigt mir schon so, ey, das ist krank. Also das ist ja die Selbstzensurmaschine in deinem Kopf und wenn diese Stimme in deinem Kopf, das ist ja im Endeffekt, ob es ängstlich oder depressiv ist, ist ja auch ein Hallmark davon, dass wir quasi unsere Öffentlichkeit dahingehend krank ist, dass sie ja selbst schon irgendwie kollektive Zeichen von der Angst und Depressionsstörung zeigt, die sich gegenüber trägt auf uns als Individuen und wir eine Dynamik haben, die sich dann nährt. Das sind jetzt hier pauschale, große Statements, die undifferenziert sind erstmal. Aber ich will sagen, es gibt gewisse Tendenzen, meiner Meinung nach, die sich dann auch übertragen in, also wo sich die Ängste generalisieren, in die Beziehung hinein, in die Öffentlichkeit hinein und wo ich zum Beispiel solche Gespräche mit dir unfassbar erfrischend finde, weil du halt sagst, ey, okay, wenn wir jetzt bilanzieren bei Tate, unterm Strich scheiße, aber lass mal eins nach dem anderen hingehen und das ist genau wieder das mit dem, ey, ich kann dir sagen, ich hatte auch Frauen, die sehr starke feministische Positionen hatten und ich hatte die auch im Bett und das war verkehrte Welt. Aber das, und das ist jetzt ein Stereotyp, verstehst du, was ich meine? Ja, also das ist psychologisch, also ganz klar, das ist genau dieses Ding. Die sagt halt, die sagt im Bett dann sogar zu mir, ey, ich bin von Schlappschwänzen umgeben und ich sag so, ach, no shit. Hast du gut gezüchtet. Genau. Du willst das, also du tust doch so, als wäre das etwas, was du haben willst. Weil, und... Naja, Fifty Shades of Grey, von der Frau geschrieben, 90 Prozent, die es geschaut haben, sind Frauen oder so gewesen. Komm, sich anschauen. Es ist jetzt nicht, dass sich das chauvinistische, böse, konservative Männer sich das angeschaut haben, sondern Frauen haben sich das angeschaut. Das ist ja auch wieder ein popkulturelles, spannendes Beispiel. Und... Was scheinbar widersprüchlich ist. Genau, was scheinbar widersprüchlich ist, aber was halt wieder mit dieser Verdrängung zu tun hat. Und, was jetzt auch wieder spannend ist, wenn wir es zurückbeziehen auf diesen Punkt von, also, diese Extreme, also diese extreme Extreme, ist dann, glaube ich, auch nicht sonderlich gesund. Also, wenn du sagst, ich möchte ein möglichst breites Leben haben, ja, aber vielleicht gibt es da gewisse Dinge, und das sind halt vielleicht ganz langweilige Dinge, wie vielleicht für manche Kinder kriegen oder einfach eine erfüllende Partnerschaft haben, ehrenamtlich zu engagieren, einen Job zu haben, den man irgendwie cool findet, aber nicht 17 Lamborghinis und Bugattis und nicht das Sexleben von irgendwie Katja Kasavits in ihrem Musikvideo oder so, sondern so in gewisser Weise, dass in dieser Welt, die in diesen Extremen ist, wir das normale und gewöhnliche, vielleicht auch manchmal einfach sehr gesunde, normale Leben dann wegschmeißen, weil wir im Außen diese Extreme sehen, dann sagen, unser eigenes Leben ist ja gar nicht so und dann machen wir diese Extremausreißer, keine Ahnung, den Puff oder was auch immer, anstatt mal zu überlegen, anstatt zu Hause nur eben Vanillasex die ganze Zeit zu haben, mal eine kleine Sache auszuprobieren, muss ja nichts Krasses sein, muss ja nicht der krasse Kink oder sowas sein, sondern einfach ein Schluss weiter geht's. Und das ist jetzt der Punkt, es geht ja nicht direkt um das äußere Spiel im Sinne von, wenn das jetzt der Vanillasex ist, dann habe ich so eine krasse Sache schon mal ausprobiert, sondern einfach dieser Weg von, ich gehe mit meiner Partnerin, mit meinem Partner einen Schritt weiter, wir probieren uns aus, es ist abenteuerlich, es ist neu, es ist spannend, es ist frisch, es ist aber auch vertraut und gewohnt und so weiter. Aber das ist halt, wie du sagst, es geht dann fast schon auf eine kollektive Ebene. Aber ich finde, zum Beispiel hier Psychologie, weil du positive Psychologie genannt hast. Pussypsychologie? Pussy. Nee, das ist ein freudsche Versprecher. Positiv. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass freudsche Versprecher empirisch nachgewiesen werden können. Also es ist nicht nur eine Postulation von Freud gewesen, weil Freud gibt es viel besser. Aber was sagt das über dich aus, wenn du, also kann es nicht auch einfach, keine Ahnung, wenn jetzt jemand da stottert oder zum Beispiel unsauber was ausspricht, weil zum Beispiel ich habe jetzt nicht Pussypsychologie, sondern ich habe Pussy... Du hast es gerade... Nein, du hast es gesagt. Nein, Spaß. Nee, also... Da war es vielleicht ein freudscher Verhörer oder so. Oh! Das sagt dann mir über mich aus. Naja. Nee, also freudsche Versprecher sagen einfach, deuten einfach auf Themen hin. Also, wenn jemand halt sagt, ich habe mich in die Person verachtet, also verliebt, also hat sie gesagt, verachtet, dann könnte das ein Thema sein. Aber es muss ja nicht in dem Kontext ein Thema sein. Und es muss auch generell, also das sind Korrelationen, keine Kausalität. Oh, die Person hat sich einmal versprochen, deswegen verachtet sie diese Person. Ich bin voll vorsichtig vor so Sachen, die so eine Scheinklarheit in Interpretationen bringen, weil das ist so ein bisschen wie bei diesen NLP-Sachen. Ja, wenn der nach links oder rechts guckt, dann lügt er oder sagt die Wahrheit und das ist so... Das ist noch ein weiteres hier, wenn wir das irgendwann beschreiben können, ja. Das stimmt ja empirisch nicht, hat man ja ausprobiert und so, aber ja, weil dann, du weißt, wie das ist, dann kommen die ganzen YouTube-Detektive und das ist ganz, ganz unheimlich. Ganz wild, ja. YouTube-Detektive. Ja, klar, YouTube-Richter, YouTube-Detektive, gibt es ja alles. Also seit Cancel-Culture gibt es ja echt ganz neue, sage ich mal, ehrenamtliche Berufsbilder, die unbezahlt sind und gesellschaftlich wohl hoch angesehen sind als Kommentarsheriffs. Das ist wirklich teilweise echt... Fangt ihn ein. Das ist wirklich Hexenjagd. Also Internet macht, glaube ich, dieselbe historische Entwicklung, also wir sind gerade so irgendwo im Mittelalter im Internet. Ne, das sind echt teilweise richtig kollektiv-primitive Mechanismen, die da schalten. Also auch in dieser Wissenschaftlichkeitstebatte, da werden die Leute selbst so extrem emotional und subjektiv, nur um was wissenschaftliches zu... Also, naja, gut, egal. Ja, genau, genau. Also du merkst quasi, wie scheinbare Rationalität so gefueled ist mit Hass und Rechthaberei und so. Aber gut, ich meine, ich glaube, jeder hat diese Tendenzen. Aber was ich sagen wollte, ist zum Beispiel positive Psychologie ist für mich so ein gutes Beispiel, auch von demselben, vielleicht sogar teilweise Denkfehler, ist, also Psychologie kommt ja aus der Pathologie eigentlich heraus, das heißt, die Perspektive ist ja immer die Krankheit und wie approache ich eine Krankheit. Und positive Psychologie dreht das ja um und sagt, okay, was ist eigentlich eine gesunde Normalität, was ist eine gesunde Leistungsfähigkeit und wie kann ich diese Faktoren erhöhen und was sind denn da Prädiktoren und so weiter. Und ich finde, dass diese Frage nach einer gesunden Normalität zumindest, also wenn wir in diesem Yin-Yang-Ding bleiben wollen, denke ich, dass wir zumindest 50 Prozent uns auch diese Frage stellen müssen irgendwo, weil du, weil das ist, glaube ich, manchmal auch das, was so in der gesunden Öffentlichkeit fehlt, weil wir sind schnell bei diesen Anklagenden, Verurteilenden, was ist falsch, was ist falsch, was ist scheiße, was ist scheiße und das geht dann, also das lenkt auch die Aufmerksamkeit in so eine destruktive Richtung. Voll, voll, voll. Und zu viel davon tut einfach nicht gut. Ja, und jetzt erst mal so eine Energyball. Ich baue auch gleich ein. Okay, also dieses Thema Leidenschaft, ich glaube, das was, also Leidenschaft ist, glaube ich, das auf der sexuellen Ebene und ich glaube, um das vielleicht zusammenzufassen, diese Offenheit zu lernen, ist, es gibt die Trap, dass man eine Parallelwelt aufbaut im Internet oder abseits von seiner Frau, weil man durch Scham und mangelnde Offenheit halt diese Dinge nicht ansprechen kann, da ich auch nicht frischen Wind in die Beziehung reinbringen kann, der echt notwendig ist, weil wir oft, das kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man sich halt streitet und dann halt bums, dann ist alles wieder gut und dann auch das irgendwo auslädt oder auch, ich mache auch mit, mache auch mit, also ich habe immer in Beziehungen und mit Frauen den Job gemacht, dass wenn zu wenig Zeit war für den da, ach, der ist jetzt frustriert, aber wegen, klar, man Frauen nicht gerne, aber, und danach, wenn sie danach dann ausgeglichener und es ihnen besser geht und strahlt und so, ich weiß ja, ist bisher ja bei uns genauso, nur, nur, dass Männer ein bisschen offener sind. Okay, jetzt hatten wir viel diese Gegensätzlichkeit und so, aber ich, was da eine interessante Dynamik ist auch, dass du dann aber auch siehst, zum Beispiel, wenn ich das jetzt anhand meiner kleinen Feldstudie mit Frauen selber davon mal berichte, dass sie sich aber auch danach dafür schämen, dass die sozusagen sagen, ja, eigentlich bin ich das nicht und bla bla und das ist auch etwas, wo ich mir sage, ey, das tut mir leid, weil dieses Abweichen zwischen dieser scheinkonstruierten Idealwelt, wo zu viel Moral über alles gegossen wird, vor allem an den falschen Stellen, da musst du echt aufpassen und nicht an den falschen Stellen anfängst zu moralisieren, checkst du, was ich meine? Ja, voll. Und weil du dann auch die ganze Zeit halt so mit, sag ich mal, einem Richter in dir drin rumläufst, der ja auch alles judgt, was du machst. Wenn du bei jedem selber judgst, dann judgst du auch bei dir selber. Voll. Und wenn du selber die ganze Zeit schreist Cringe, 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 dann schreit in deinem Kopf bei dir auch die ganze Zeit jemand Cringe, Cringe, Cringe. Und du selbst. Voll. Und da müssen wir, glaube ich, echt aufpassen und uns richtig krass mal humbeln, weil wir uns unser eigenes Leben dadurch auch ein bisschen ruinieren. Und nicht nur ein bisschen, sondern auf lange Sicht halt echt stark und wir auch gar nicht mehr sehen, woher das eigentlich kommt. Und wir denken, das ist Teil von uns. Und das Problem ist ja dann auch dieses Thema von dieser Abspaltung von Teilen. Es gibt diesen Madonna-Hure-Komplex. Entweder bin ich Madonna, also die jungfräuliche, göttliche, oder ich bin halt eine Hure. Und dann gibt es manche, die gehen auch manchmal nur in diese Hure. Aber das Problem ist, eben dieses sich danach dafür zu schämen, ist Quatsch, weil beides gehört dazu. Das sind wir alles. Und dazu sagen nicht, das sage ich auch immer wieder im Coaching. ein richtiger Feminismus. Das für mich, also nehme ich als Mann als die größte Form der Weiblichkeit da. Damit meine ich nicht, dass sie in die Küche geht, weniger Geld bekommt, unfair behandelt wird und irgendwelche alten Rollenbilder, an denen ich festhalte, sondern ich meine damit, dass ich glaube, dass eine Frau ihre Weiblichkeit und wie sie auftritt, einfach, das ist für mich wahres Selbstbewusstsein. Und du sagst wahres Selbstbewusstsein, für mich ist es nicht nur Feminismus, sondern generell die Emanzipation des Menschen. Generell. Ja, bei Mann dasselbe. Genau, weil, same thing, sich diese, also es kommen Leute zu mir ins Coaching und sagen, oder ins Mentoring vor allem, wo sie dann sagen, eben, ich habe diese Angst, diese Angst will ich nicht mehr haben und ich will dafür das haben. Aber aus meiner Sicht ist Coaching niemals, ich nehme etwas weg, sondern ich füge nur etwas hinzu. Oh, das ist aber, um darauf einzugehen, auch für jeden, der zuschaut, jeder, der bei dir in Coachings ist oder beabsichtigt, da hinzugehen, ich glaube, das ist in, ob es in Psychotherapies oder in genereller Weiterentwicklung von Menschen eigentlich der allergrößten Ängste ist, ja, dass Entwicklung gleichbedeutend ist mit halt auch einem, sage ich mal, Absterben lassen oder Ciao sagen von Teilen von einem selbst. Und das ist sehr painful und das führt häufig dazu, dass man sagt, ich habe Angst davor, dass das passiert und deswegen gehe ich nicht den Schritt. Und das ist, ja, sag. Genau, wir haben da eine radikal andere Philosophie dazu. Ich glaube, dass jeder einzelne Persönlichkeitsanteil eine positive Absicht hat. Angst, Scham, Wut, Hass, Groll, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Moralisieren, Shame, 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 Cringe, 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 all das hat eine gute Absicht. Nicht immer gute Folgen. Und das zu differenzieren und zu sagen, wir schauen uns erst mal die positive Absicht an. Warum ist denn dieser Teil der? Ach, Moment mal, der will dich schützen. Der ist auch für dich da. Der möchte, dass du aufgehoben bist bei Menschen, die so. Selbst diesen Frame kleiner zu machen, da ist auch eine gute Absicht dahinter. Es hat manchmal schlechte Folgen und dann können wir daran arbeiten, wie kannst du weiterhin deine guten Absichten leben, aber auch für dich und für die Welt gesündere Arten und Weisen. Und dann, wie kannst du neue Dinge hinzuentwickeln, die du vielleicht bisher auf deinem Lebensweg noch nicht so mitgegeben bekommen hast. Und deswegen ist das Unangenehme an Entwicklungen oder auch bei uns im Coaching ist, es ist nicht immer bequem. Im Sinne von, ja, manchmal muss man aus dieser Bequemlichkeitszone, dieses grauen Lebens auch herausgehen. Das ist zum einen geil, aber es ist auch herausfordernd oder anstrengend. Am bequemsten wäre es, einfach alles so zu machen, wie bisher. Aber halt auch manchmal zurückzustecken oder auch manchmal in die Offensive oder in den Dialog oder in den Konflikt zu gehen, das gehört alles dazu. Also es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist immer intensiv und auch durchaus belebend und vor allem sinnvoll. Während etwas wegzumachen halte ich nie für sinnvoll, sondern zu schauen, wie kann das, was da ist, auf eine gesündere Art und Weise gelebt werden. Aber ich glaube hier, dahingehend ist unser Common Sense ungesund und halt nicht Common Sense, also, ne, gibt so, gibt so zwei Arten von Common Sense, den derzeitigen und den eigentlichen und der derzeitige ist für mich dahingehend ungesund, weil wir haben ja zum Beispiel, also ich nehme mal Aggressivität als Beispiel. Wir haben es als Gesellschaft im Moment, Status Quo, haben wir es verpasst, Aggressivität in unser Gesellschaftsbild, in diesen Facettenreichtum, unserer eigenen Persönlichkeit und in der kollektiven Persönlichkeit zu integrieren. Wir haben es verpasst. Wir dämonisieren das und wir haben es ins gesellschaftliche Abseits gestellt. Einerseits dieses Abseits, für mich beispielsweise, die AfD ist so eine Form von Abseits, aber man sieht, 20% ist im Abseits. Du musst aufpassen, dass du bald selbst nicht im Abseits bist. warte, ganz kurz, das Spannende ist daran, wir haben jetzt, ich komme aus Hessen und da haben wir gerade Wahlkampf. Da gibt es ein Plakat, das ist für mich eine super Verbildlichung davon, AfD-Plakat, weil wir für euch sind, sind sie gegen uns. Das ist so ein klassisches Ding von, ich triggere die Aggressivität von den Leuten. So im Sinne von, ja, für uns sind die und die darf, die anderen sind gegen, das ist keine Ahnung, um wen es, man weiß gar nicht, um wen es ganz genau geht. Aber Hauptsache, ach, die sind für uns und da sind andere deswegen gegen die und so weiter. Und dann wird so eine Aggression geweckt, die die ganze Zeit ja schon unterdrückt da ist und jetzt halt eine Partei es schafft, sie zu kanalisieren. Und dann kriegt ihr 20%. Und das Witzige ist ja, diese 20% sind ja jetzt nicht, ich will nicht die AfD verharmlosen, aber ich will jetzt auch nicht den AfD-Wähler verurteilen. Es ist halt, das Traurige daran ist, dass es eine verpasste Chance ist, mit diesen Menschen zu sprechen, weil wir diese Emotionen kategorisch ablehnen und dadurch eröffnet sich ein Spielraum für jemanden, das Ganze einfach auszunutzen. Und das ist ja das. Das ist eine ungenutzte Chance, wo die sagen, wenn ihr zu dumm seid, das zu machen, machen wir es. Und das ist halt interessant, ich habe vom Kollegen Mirko Droschmann, den MrWissen2Go, der ist ja auch YouTuber, letztens eine Analyse zu der Situation gesehen und er sagt, oder da gab es irgendwie eine Bewertung, dass glaube ich 86% oder so der AfD-Wählerinnen und Wähler es aus Protest wählen. Und das ist ja genau das, was du sagst. Es geht eigentlich gar nicht um die Haltung, sondern eigentlich um dieses gelebte Aggression, die dort halt kanalisiert werden kann. Und für mich als Psychologe ist es eine psychologische Dynamik, keine politische. Ja genau, aber das ist halt das Ding, dass die Psychologie des einzelnen Menschen die Politik einrahmt. Politik ist ein, also es ist wie so zum Beispiel, wie Wirtschaft ein Teil von unserem Ökosystem ist. Wirtschaft wird nie größer sein als unser Ökosystem. Und was du auch vorhin meintest mit, die Gesellschaft ist ein Spiegel der Persönlichen und die Persönlichkeit der Spiegel der Gesellschaft, dieses Bild, das ist ja auch wieder das. Ja, also es manifestiert sich ja nichts im politischen Parteispektrum, was nicht im Kollektiven, im Einzelnen beobachtbar ist. Genau, richtig. Also vielleicht nicht in jedem Einzelnen Einzelnen, aber im Kollektiven unbewussten. Aber statistisch Einzelnen, wenn du es halt gegen viele große Zahlen laufen lässt. Mist, ja. Nee, also ich finde halt jetzt vielleicht das AfD-Beispiel ist ein Beispiel, was für ein anderes Beispiel. Sehr endetät. Ist das zweite Beispiel? Voll, voll, absolut. Katja Krasavitsch ist das dritte Beispiel, oder? Voll, voll. Und ich will es jetzt alles nicht so negativ, also ich will es nicht sagen, das ist alles schlecht, scheiße. Ich will es erst mal gar nicht werten. Ja. Sondern ich will nur sagen... Das ist eine gute Intention dahinter. Auch hier wieder. Ja, also jetzt, ich sag mal so, also jetzt bei der AfD ist eine Sondersituation, glaube ich. Dieses Ausleben von Wut, oder dieses Ausleben von Sexualität, oder dieses Ausleben von Maskulinität. Genau. Dieser Wunsch danach, mit einer AfD-Situation, die viele blöd finden, dagegen was zu machen. Katja Krasavitsch, unterdrückte Sexualität zeigen zu können. Andrew Tate, unterdrückte Maskulinität zeigen zu können. Ja, aber dann geht es halt in Extreme, die dann halt, ja, eben, Andrew Tate dann halt auch toxische Folgen haben, selbst wenn die Intention fliegt. Der wird ja Opfer seiner Rolle, weil der ja denkt, also der wird ja beklatscht für das, und er sagt, okay, dann muss ich jetzt noch einen draus setzen. Das ist ja so eine komische Rollendynamik, so Leute beklatschen dich, du machst ein, okay, nochmal, 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 nochmal. Aber, ja, also es ist, ich finde zum Beispiel, diese Aggressivität beispielsweise, ey, Alter, wenn mein Kind nach Hause kommen würde, und sagen würde, ich habe mich im Kindergarten geschlagen, würde ich sagen, habe ich 100 Mal gemacht, und, ey, du musst dich ja irgendwie, das hat ja keine fatalen Folgen, Alter. Natürlich, wenn das jetzt zu viel ist, und irgendwann nicht mehr, weißt du, was ich meine, aber, ey, das gehört halt irgendwo dazu. Also, ey, du hast dich auch gecatcht, als Kind mit Dingen, und wenn jetzt anfängst, irgendwie zu moralisieren, oh mein Gott, das Kind macht jetzt das und das und das und das, ey, also. Ja, aber das ist halt oft, weil die eigenen Konfliktfähigkeiten selbst nicht so hoch ist, dann unterdrückt man es auch in anderen, und das ist wieder dieser Punkt, genau, man sucht es bei anderen, als halt bei sich selbst. Genau, wo dann meine Frau zu mir gesagt hat, eben, es ist kein Problem zu streiten. Wo mir dann auch klar wurde, stimmt, ist es ja nicht. Und deswegen, Aggression ist nicht das Problem. Die sogenannten negativen Emotionen sind keine negativen Emotionen, das sind einfach unangenehme Emotionen, die uns Feedback darüber geben, dass in der Welt gerade nicht, etwas nicht so läuft, wie es mit unserem persönlichen Wertesystem passt. Und entweder gibt es dann die Möglichkeit, im Inneren was zu verändern, an unserer inneren Haltung, an unserem Wertesystem, vielleicht gehambelt zu werden. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ich in den Ausdruck, in die Kommunikation, in den Dialog gehe und schaue, wie ich durch meine Intention was in der Welt verändere. Also Wut ist ja in gewisser Weise, da verstößt jemand gegen meine Werte. Dann werde ich wütend. Dann kann ich was dagegen machen. Oder innerliches Auflösen, wenn es einfach nur mein Ego ist. Trauer ist ja in gewisser Weise beispielsweise etwas, was man hatte und dachte, man hätte es unendlich lang, hat man plötzlich nicht mehr. Jetzt kann ich damit umgehen, mit dem Verlust und den integrieren. Auch eine sehr wichtige Emotion. Oder ich kann in den Dialog gehen und vielleicht, wenn es jetzt zum Beispiel so etwas ist, wie mir wurde was hergenommen und ich spreche mit der Person, dann gibt es es mir vielleicht wieder. Ja, bei Kindern jetzt als Beispiel. Aber das sind ja alles Sachen, die einfach Feedbackmechanismen sind. Und wenn es angenehme Gefühle sind, dann sind es halt nicht positive Emotionen, die ja nicht darum, nur positive und keine negativen Gefühle zu haben, sondern anhand der Emotionen zu spüren, welche Dinge in mir oder in der Welt ich bewirken will. Ja. Ey, Armin, und ich glaube, dass das, was du gerade Feedbackmechanismus nennst, ist halt, wenn wir halt anfangen, Feedbackmechanismen zu deinstallieren, dann ist es, als würdest du den Lenker halt auf, sagen, du kannst halt nur so lenken. Aber du wirst immer nach links, meine ich gar nicht politisch, aber du wirst immer halt, Lenker ist Richtung Scheißhaufen automatisch, wenn du es gegen unendlich laufen lässt. Es ist dysfunktional, weil es ist ja im Endeffekt, ey, wir als kollektive Spezies, es ist im Endeffekt auch kollektiv, führen wir einen darwinistischen Kampf irgendwo. Sorry, ich will jetzt hier keinen Kampf oder das soll jetzt keine Ding-Rhetorik sein hier. Aber was ich damit sagen möchte ist, ey, wir haben massive, komplexe Probleme auf dieser Welt. Also Klimawandel, dies, das, und das sind ja alles ernstzunehmende Probleme. Aber wenn wir halt anfangen, da mit Stimmungspolitik, Gesinnungsethik und Co. zu arbeiten, dann bleiben wir wieder bei uns, anstatt bei einer kollektiven Wir-Lösung. Genau. Und ich glaube, das Internet dahingehend, wieso wir, glaube ich, auch das machen, was wir machen, ist ja irgendwo, das Internet bei all seinen Chancen ist auch ein radikaler Spiegel vor uns selbst und zeigt uns unsere massiven Unzulänglichkeiten, weil wir sehen, für was wir anfällig sind und wo wir drauf eingehen. Und das auf der einen Seite nicht nur die aktiven Leute, die laut schreien, sondern auch alle Leute, die leise sind, die sich vielleicht zur gesellschaftlichen Mitte zählen, die einen Integrationswunsch haben, also einen psychischen Integrationswunsch von all diesen Sachen in der Öffentlichkeit, verurteilt, wo widersprochen wird, verurteilt wird, geächtet wird, unnötig moralisiert wird, die dann aber Angst haben, an dieser Diskussion teilzunehmen, leise sind und dann hast du auf einmal massive Probleme, weil du hast keine Zirkulation mehr von Informationen, sondern du hast starre Weltbilder rechts und links. Wie Eiterblasen, die wachsen. Also es ist wie eine infizierte Öffentlichkeit. Ekelhaftes Bild, aber richtig. Ja, es ist ekelhaft. Es ist ja auch irgendwie ekelhaft. Und ja, da muss man echt irgendwie für einen gesunden Austausch sorgen. Aber ja, ich glaube, was ich sagen will ist, wenn sich alle irgendwie schlecht fühlen, egal ob du der Laute bist, der vielleicht Meinungen manchmal hat, die nicht deine eigenen sind und du so Propaganda, einfach ein zweiter Lautsprecher bist dafür und du sehr empfänglich, suggestiv bist für Meinungen, ey, waren wir alle irgendwann mal auch? So ist auch eine Phase im Internet, durch die dann auch vielleicht die 40-jährige Mutter durchgeht, weil sie das erste Mal im Internet halt mal in einer Echokammer war, in einer starken, die ihre Emotionalität bestärkt und bekräftigt hat. Da muss man auch humble sein und sagen, ey, da sind wir durch. Auf der anderen Seite, wenn du leise bist und Angst hast, irgendwie gegen etwas anzusprechen, was ungerecht ist und man sich dann wundert, ja, warum hat keiner gegen Adolf Hitler irgendwas gesagt? Wir sind in den Anfängen von ähnlichen Dynamiken, wo Leute leise sind, sich selbst zensieren und sagen, hm, da bin ich lieber vorsichtig, was ich sage, bevor die bösen Klimakleber sauer sind dann auf mich, weil die schreien ganz laut im Internet. Und das siehst du auch bei Politikern, die dann sagen, ich mache jetzt lieber Stimmungspolitik als professionelle Politik. Aber wir kommen jetzt wieder zurück auf unsere eigene Haustüre. Genau, richtig. Zwischenmenschlich ist ja auch wichtig. Zur Sympathie. Mhm. Und da geht es fast in das Gegenteilige von der Sexualität und zwar in Ähnlichkeit. Ähnlichkeit. Ich hatte gerade gestern eine Klientin, die war bei mir im Einzelcoaching und es ging so ein bisschen um das Thema, oder nicht ein bisschen, es ging auch um das Thema Beziehung und da ging es deutlich um diesen Sympathieaspekt. Und sie hat gesagt, okay, ich habe Angst, quasi wenn ich mich ihm offenbare, dass ich dann abgelehnt werde. Offenbare mit im Sinne von normalem Gespräch. Ja, sie also sie wünscht sich eine Umarmung einfach, Körperkontakt, also so verhärtete Fronten sage ich mal so ein bisschen. Das ist ein bisschen, was du meintest mit dem Untensein. So. Da brauchst du nicht unbedingt sexuelle Polarität, da braucht es auch Sympathie, um mir da rauszukommen. Und hat sie gesagt, ja, aber ich habe Angst, dass wenn ich irgendwas sage, dass er dann kurz angebunden antwortet und es dann so wieder abflacht. Und da habe ich gesagt, naja, aber neben dieser einen Möglichkeit, die du gerade selbst sagst, dass sie wahrscheinlich nicht gut funktioniert, die, du sagst jetzt zu mir, ja, du hast es schon tausendmal probiert. Ja, du hast tausendmal die gleiche Sache probiert, anstatt tausend verschiedene Sachen zu probieren. Da kommen wir zum Thema Verhaltensflexibilität. Dieses Beispiel von das Kind ist im Supermarkt, fängt an zu schreien. Warum sind die Eltern überfordert? Weil sie selbst eine geringere Verhaltensflexibilität als das Kind haben. Was können sie machen? Sie können sagen, hör auf. Oder sie können sagen, hör auf. Sie können sagen, hör auf. Hör auf, du kleiner Uren. Aber das ist die einzige Art, was sie tun können in ihrer eigenen Welt. Während das Kind kann unter die Regale, in die Regale, auf die Regale, in den Dingern, kann sich auf den Boden werfen, so tun, als würde es geschlagen werden von Eltern, kann weinen, kann schreien, kann lachen, kann was auch immer machen. Und dann nicht viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was würde passieren, wenn die Mutter sich auch weinend neben das Kind auf dem Boden liegt? Dann wird das Kind was anderes machen müssen. Also sich diese Verhaltensflexibilität aufrecht zu erhalten, Wege zu finden, und dabei sind wir erst beim Thema Sympathie, diese Liebe und Gemeinsamkeiten auf neuen Wegen herzustellen. Weil es gibt vielleicht ein paar Dinge, das hast du selbst schon genannt, da sind dann so negative Verkettungen. Verkrustet so. Beispiel, und das muss nicht mal lange sein. Lara und ich waren, ich weiß nicht, ich glaube, zwei Monate zusammen. Und wir waren auf einem Seminar von meinem Mentor, der dann auch ihr Mentor geworden ist, und waren also auf so einem Seminar. 50 Leute, das war ein Beziehungsseminar. Und wir waren halt schon zusammen und saßen halt da drin. Und dann Wendor fragt so, Robert fragt so, ja hey, wer möchte bei der nächsten Übung hier vorne was mitmachen, es geht um das Thema Kommunikation in der Beziehung und wird schon ich so, Lara wollen wir und sie so, ja können wir machen. Und dann melden wir uns beide. Gehen wir beide hoch. Wer hat einen Wunsch an die andere Person? Ich so, ja nee, passt. Und sie so, ja okay. Sie hat aber keinen direkten, aber so, ja okay. Und dann saßen wir da und wir waren zwei Monate zusammen. Oder drei, wie auch immer. Sie hat einen Wunsch und du keinen. So, warte, und jetzt kommt der Punkt. Sie sagt, oder er fragt so, und was ist dein Wunsch? Und sie so, hm, für 50 Leuten. Hm. Hm. Benedikt, ich finde, wir sollten zusammenziehen. Und ich so. Boah. Und die, und die ganze, so mein Gesicht, so mein Gesicht und alle fangen schallend an zu lachen. Für mich war es die Überforderungssituation. Und dann, so im Moment doch, Cut. Du musst sofort, wir saßen auf, falsch reden, du musst sofort Nein sagen. Sofort Nein, nur sofort, ja, je nachdem. Nein, sofort Nein. Ja, in der Beziehung, wer den Streit gewinnt, verliert. Nein, wer den Streit gewinnt, gewinnt. Nicht so lange. Wir saßen auf Drehstühlen und mein Mentor sagt, Cut. Wir drehen uns um, sitzen Rücken an Rücken jetzt zusammen. Er geht zu ihr und sagt, war das die Reaktion, die du dir von Benedikt gewünscht hättest? Und sie so, nein. Okay, was könntest du tun zu Lara, was könntest du tun, sodass er wahrscheinlicher in einer Art und Weise reagiert, die du wünschenswert findest? Mach dir mal Gedanken darüber. Er geht zu mir. Sie macht sich währenddessen Gedanken darüber. Kommt zu mir. Sagt, sorry, dass so eine dumme Frage gekommen ist. Das ist Spaß. Tut mir leid, ich habe es nicht vorhersehen können. Und er kommt zu mir und sagt, wie ist das mit dem Thema? Ich so, ich war da erstmal sehr überrascht, weil ich da gar nicht dran gedacht hatte, dass sowas kommt und so, bin ein bisschen überfordert und so weiter. Und könntest du es dir grundsätzlich vorstellen oder eher nicht oder so? Also von Mann zu Mann. Es war nicht mehr plötzlich meine Partnerin. Ja, kann ich mir durchaus schon vorstellen? Ich müsste halt vorher nur wissen, bla, bla, bla. Also es waren so logische Sachen, die ich halt abhaken musste. Dann so, okay, gibt es Bedingungen, unter denen du bereit wärst, dazu ja zu sagen? Ja, das wären die Bedingungen. Okay, alles klar. Du bist so unromantisch. Dann drehen wir uns wieder zusammen und dann er zu ihr. Formuliere es jetzt in der Art und Weise, was du dir halt denkst. Und sie war ja dann zuckersüß und super lieb und dann konnte ich nicht anderes als so da auf sie zugehen. Bitte, bitte zusammenziehen. Dann können wir auch mehr die Dinge machen, die auch uns beiden gemeinsam zusammen tun, weil die sind dann ja mehr auch körperlich, näher, weinern noch nicht so. Und alle anderen lachen so und sie wussten alle, okay, die hat den schon lange im Sack so. Naja, okay, aber was ich damit sagen will ist, das ist was, was wir... Du brauchst Tate als Coach. Ich unbedingt, unbedingt. Ich lerne viel aus der Hustlers University. Ich arbeite dran. Aber das Spannende ist, der erste Punkt, wo es zum Crash hätte kommen können, war diese Ankerkette. Also das nennen wir im NLP Ankerkette, wenn quasi ein Anker auf den anderen feuert und dann so das Ding eskaliert. Sie hat die Frage gestellt, ich habe überrascht geguckt, sie hat es interpretiert als Scheiße, er mag es nicht, hat die Augen verdreht, ich habe mich zurückgewiesen gefühlt. Und das ist genau dieses unten im Loch sein. Und diese Anker erstmal aufzulösen. Genau. Das zu drehen und wirklich sich mal einen ruhigen Moment zu nehmen, das ist der erste Punkt für Sympathie. Also Unsympathien, sage ich mal, bewusst zu unterbrechen. Zum Beispiel John Gottman sagt, es gibt apokalyptische Reiter in der Kommunikation von Beziehungen. Oh, wie viel, vier? Vier. Und das sind solche Sachen wie kritisieren, aber damit ist nicht gemeint nur zu sagen, hey, das finde ich nicht so cool, wie du dich da verhalten hast, sondern wenn es auf so eine persönliche Ebene geht. Du bist ein Du bist so und so. Genau. Also so weit wie möglich von der Situation weggehen, also von der sagen, ey, in dieser Situation habe ich mich nicht so und so gut gefühlt, so konkret, spezifisch wie möglich. Wie du dich auch verhalten hast. Genau, versus so ein Character Judgment. Genau, Character Judgment auf die Identitätsebene zu gehen. Oh, scheiße, Digga. Oh, scheiße, Digga. Oh, scheiße. Da wird man gleich richtig gelabelt oder so. so, eben. Du bist so, keine Ahnung, eben. Du bist so, so, so. X, 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 so. Wieso ist das? Also erklär mal kurz, warum ist das so? Gib mal ein Beispiel und warum ist das so scheiße? Ja, also, wenn ich jetzt, also, zwei Dinge. Zum einen, wir selbst kennen unsere positiven Intentionen. Wenn ich überrascht gucke, dann tue ich es nicht aus, ich will sie verletzen, sondern ich tue es aus, du bist ja überrascht. Ich bin überrascht. So, und das ist eine, so, ich verstehe das in meinem Weltbild. Sie sieht aber nur von außen, der reagiert nicht so, wie ich es will. Und andersrum ja genauso. Wir sehen von uns selbst, man hat in Amerika eine Studie gemacht, nicht eine Studie gemacht, eine Umfrage gemacht, welche Menschen kommen am ehesten in den Himmel? So. So. Man hat das gefragt. Was ist passiert? Was ist rausgekommen? Auf Platz zwei bis fünf waren halt so Sachen wie Jesus, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa, dann noch, ich glaube, John F. Kennedy war es damals auch noch. Welche Personen? Ja, welche Personen. Kommen in den Himmel. Kommen in den Himmel. Und dann? Andrew Tate auf eins. Auf Nummer eins, Andrew Tate. Wer war auf eins? Enzo Ferrari. Nein. Komm, ich hab ihn gebrochen. Du hast dich gebrochen. Tür auf. Wir können cutten. Stopp. Ende. Okay, aber wen denkt ihr? Okay, also es war auf jeden Fall, Mutter Teresa war dabei. Wer war noch drauf auf der Liste? Also auf eins. Oder auch generell auf der Liste? Generell. Also drei Gäste. Wer war auf eins? Drei Gäste, wer war auf eins? Ja gut, halt diese religiösen Figuren. Jesus, so. Der war drauf, genau. Aber nicht auf eins. Okay. Hm. Deine Frau? Dein Kind? Mhm. Schon besser, aber nee. Deine Mutter? Nee. Oh nein, nicht du selbst. Komm, ich am Ader her, Dog. Aber das ist jetzt nicht spannend. Das würde ich niemals da reinschreiben. Aber jetzt kommt's. Die meisten schreiben es rein. Warum? Jetzt kann man sagen, das ist zum einen, oh, wie ultra-narzisstisch und selbst bezogen und so weiter. Man kann aber es auch so interpretieren und sagen, Moment mal. Warum? Weil wir kennen unsere eigenen guten Intentionen immer. Weil die meisten Leute, wenn du die fragen würdest, bist du grundsätzlich ein guter Mensch, versuchst du ein gutes Leben zu führen, würden die sagen, ja. Hast du trotzdem auch Sachen gemacht, die im Nachhinein irgendwie ein bisschen blöd waren und blöde Folgen hatten? Ja. Hattest du zum damaligen Zeitpunkt aber dein Bestes getan? War es halt das Beste, was du zum damaligen Zeitpunkt tun konntest? Ja. Im Nachhinein würde ich jetzt was anders oder besser machen. Aber das ist das Spannende. Wir selbst sehen unsere positiven Intentionen. Wir sehen diese gute Absicht. Und das ist das Problem an diesen Charakter-Judgments. Genau. Und das ist das Problem an den Charakter-Judgments. Wenn ich aus guter Intention zum Beispiel jetzt gerade dich anschreie, das ist nicht cool, aber ich tue es aus der Intention von, hey, da wurden meine Werte verletzt und dann kommt halt diese Emotion und dann schreie ich halt. Und ich sage nicht, ich finde es scheiße, dass du mich angeschrien hast, weil ich mich dadurch so und so fühle. Sondern ich sage, du bist ein Haarsohn, weil du so, so und so mit mir redest. Nein, nicht mal das, sondern du bist eklig oder du bist... Ja, genau. Du hast mich im Griff. Du bist aggressiv. Ja, oder... Und im Idealfall ist noch irgendwas, wo du unsicher bist. Voll. Und ich treffe richtig einen ekligen Nerv. Und jetzt muss man auch sagen, die Paare, die jetzt vielleicht schon ein paar Monate zusammen sind, Jahre zusammen sind, Jahrzehnte zusammen sind, die kennen sich natürlich auch ganz gut und wissen, wo tut es weh. Wo tut es weh. Und deswegen ist halt dieses Charakter-Judgment zum einen so problematisch und zum anderen ist es so problematisch, weil es so ein sehr statisches Selbstbild anspricht. Also nicht im Sinne von, hey, ich verstehe, du bist gerade wütend, aber wir finden eine Lösung, dass es am Schluss wieder gut klappt. Sondern so, du bist ein Choleriker. Man fühlt sich in so einer Box, der man dann natürlich auch entspricht in einer gewissen Wut. Es gibt ein tolles Wort von... Ein tolles Zitat von... Lenkt dich auch deine Aufmerksamkeit auf. Voll, genau. Und dann verstärkt es ist dieses negative Verhalten noch mehr. Und das Selbstbild. Von Viktor Frankl, der hat gesagt, sieh den Menschen nicht so, wie er ist, sondern wie er sein könnte. Und das ist halt dieses, nein, ich sehe dich so, wie du bist. Und zwar, du schreist jetzt gerade in diesem Moment. So, und das ist einer der apokalyptischen Reiter. Und es wird dann halt immer schlimmer und schlimmer. Und dann gibt es halt zum Beispiel auch sowas wie Mauern. Oder dann noch schlimmer, Ignorieren. Ja, also dann wirklich Sense machen. Also nicht mehr kommunizieren. Das ist das Thema Konfliktfähigkeit wieder, weißt du. Beziehungen... Ist es auch ein apokalyptischer Reiter oder ist es eine Folge der übertriebenen Kritik? Nee, das ist auch ein apokalyptischer Reiter. Was? Das Ignorieren? Ja. Wie kommt das zustande? Es ist schon meist so eine Abwärtsspirale. Das ist ein bisschen... Das ist ja später, oder? Ja, und das ist genau. Es ist dieses keine Konfliktfähigkeit irgendwann mehr. Dann macht man so zu... Macht keinen Sinn zu streiten. Und dann zieht man sich beide in seine Welten zurück. Das ist so dieser... Auch dieser Satz aus der Paartherapie. Die meisten Beziehungen werden nicht beendet, weil zu viel gestreitet wird, sondern weil nicht mehr gestreitet wird. Krass, okay. Das wusste ich nicht. Wie ist es mit dem Ignorieren? Erstmal, warum kommen diese Character Judgments zustande? Ist es quasi einfach ein unelegantes... Also ist es etwas, was einen bösen Intent hat? Oder ist es etwas, wo man in der... Also weil man quasi kurz blind vor Wut ist, reaktiv ist und sagt, ah, du dumme, und so und so, du bist immer so und so und ah. Oder ist es eine... Also man ist nicht elegant genug in seiner Formulierung. Und man weiß nicht, wie man das ausdrücken kann und so weiter. Ja, das hängt also primär damit zusammen, dass es tatsächlich unterschiedliche Werte in der Beziehung gibt. Okay, ich verstehe, ja. Und man das eigentlich auch an dem anderen Person in guten Zeiten liebt, aber in schlechten Zeiten, dann liebt man es nicht. Und dann wird quasi von einem Verhalten auf einen Wert geschlussfolgert und der Wert auf den Charakter. Also so im Sinne von, wenn ich jetzt weiß, dir ist zum Beispiel Umweltbewusstsein wichtig, aber weil du jetzt morgen noch einen wichtigen Termin hast, machst du irgendein... PJ. Nee, Beispiel, Beispiel. Letzte Woche hätten wir eigentlich unser Podcast-Termin gehabt. Dann hattest du noch einen wichtigen Termin. Stimmt. Und dann haben wir es verschoben. So, jetzt kann ich sagen, Negative Intent, oh, der Tim, der ist sich selbst viel wichtiger als unser Gespräch oder der wollte gar nicht mit mir den Podcast machen. Täter, Opfer, dann kann man sich irgendeine tolle, tolle, tolle negative Intention aussuchen. So. Und dann kann ich auf dich generalisieren und sagen, ja, du bist halt, keine Ahnung, du bist ein Ignorant. Diesen andere Leute sowieso nicht wichtig und wie sie sich mit dir fühlen. Das ist ein Thema, wo du vorhin gesagt hast, nee, das ist mir besonders wichtig in der Freundschaft und dann fühlst du dich getriggert und dann schaut sich das Ding hoch. Sehr gutes Beispiel. Tatsächlich, ich bin gerade auch so voll in, ich kann es nicht auf Kamera sagen, was passiert ist, ich erzähle es dir später, aber ja, es ist dann so, äh, es wird dann quasi so, man, man, zum Beispiel, ich werde dann so dargestellt, als wärst du mir scheißegal und so weiter und dann kommst du so, hä, nein, das ist, und dann kommst du in so eine eklige Dynamik rein. Genau, genau. So, das ist die eine Sache und das ist, weil ich von einem Verhalten im Außen Schlussfolgere auf den Wert und wer du dann als Person bist. Also ein bisschen Slippery Slope. Absolut, Slippery Slope und auf der anderen Seite wäre halt einfach zu sagen, okay, das war da, okay, das ist ein wichtiger Termin und dann kann man, wenn ich jetzt richtig gut drauf bin und das ist jetzt ein wichtiger Punkt für das Paar-Coaching oder fürs Coaching generell, da achte ich extrem drauf, kommt gleich, aber erst mal, wenn ich selbst gut drauf bin, so, wie ich letzte Woche war, ich dachte mir, ah, cool, dann machen wir es nächste Woche. Mir ist es egal, ob es letzte Woche oder diese Woche, es ist so. Und ich habe jetzt nichts krass geplant, ich habe genug anderes zu tun, dass ich halt sonst den Tag machen kann. Es war schön, noch einen freien Tag zu haben, so, eher so rum. Und da war es dann so, wo ich mir gedacht habe, ah, ja, cool, der hat dann einen wichtigen Termin, cool, dann ist irgendwas Wichtiges in deinem Leben gerade los und dann sehen wir uns nächste Woche und so weiter. So, also ich habe eine positive Generalisierung gemacht. Da habe ich eher gedacht, wow, du bist... Ich war im Schwimmbad. Schwimmbad hat er den aufgemacht. Musst du mir nicht sagen, genau. Nein, Spaß. Aber guck mal, angenommen, das wäre jetzt, ich nehme jetzt mal ein ganz offensichtliches Beispiel, weil ein ganz wichtiger Geschäftstermin war oder auch deine Mom ist irgendwie krank und du fährst zu ihr. So, dann würde, wenn ich das wüsste, dann würde ich sagen, ach so, wow, dieses Verhalten zeigt er den Wert von Treue, Loyalität zu jemandem, den du halt schon offensichtlich länger kennst oder wo halt mehr auf dem Spiel steht, als ob das Interview jetzt diese oder nächste Woche ist. Und das ist jetzt aber der Punkt, der ist wichtig, ist fürs Coaching. Thema vor der eigenen Tür kehren. Natürlich, Beziehungsdynamiken entstehen in der Beziehung, aber du brauchst immer zwei Personen für einen Streit. Und deswegen, wenn du nicht bereit bist, in den Streit zu gehen, auf der anderen Seite sogar positive Ressourcen hast. So, und das habe ich halt zu dieser Frau gesagt, die sich von ihrem Mann abgelehnt gefühlt hat. Da habe ich gesagt, hey, mach eine Liste von 50 positiven Arten und Weisen, wie du ihn approachen kannst. Die erste hast du probiert und zwar tausendmal und zwar tausendmal nicht funktioniert. Jetzt zu denken, dass wenn du das gleiche tust, aber ein anderes Resultat kommt, das ist einfach nur mad. So, versuch den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten. Dieser Tipp, ich glaube, dir wird so vielen Frauen helfen. Ja, auch Männern. Frauen sind so stark, ja, in diesem, ich, wirklich, das, was du gerade erzählst, ich kenne das mit Frauen. Weil ich bin ja auch dieser Typ, der, ja, ich habe hier, wollt ihr mal meine VJJ sehen? Du stirbst gerade inhaltlich. Es macht mir Spaß. Nicht nur innerlich. Nicht nur innerlich. Ich habe, ich kenne das dadurch, dass ich halt einfach viel zu tun habe, dass ich dann auch so diese Wirkung haben kann auf eine Frau, dass ich vielleicht kalt bin, ablehnend oder mir das gerade, weil ich komme, ich nehme ja meine Arbeit mit nach Hause und das heißt, dann bin ich nicht dieser typische Traummann, der nach Hause kommt, oh Schatz, sondern ich komme vielleicht mit dem Telefon nach Hause und bin halt noch am Telefon und fuck mich ab über irgendwas oder ich freue mich oder whatever und damit umzugehen, ist nicht einfach und ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ey, geh damit so und so um, weil ich bin ja nicht der Diktator, aber das, was du gerade sagst mit dieser Liste mit 50 Sachen, ist halt, das ist halt einfach schlau, weil ich glaube, da beißen sich die auch Leute, jetzt nicht nur Frauen, vielleicht auch Männer, gibt es ja auch umgekehrt die Situation, die Zähne aus, weil die dann auch stuck sind in so einem Muster, wo sie denken, voll, voll, und dann internalisieren sie das, dann denken sie, ey, die Person mag mich nicht, aber es ist dann halt so zum Beispiel, für mich, ich habe es immer so als extrem raumfordernd eingenommen, wenn mir zum Beispiel jemand gesagt hat, wir müssen hier zusammen essen und ich bin so, ey, ich, du siehst gerade, ich bin noch am Telefon, ich habe gerade noch voll viel zu tun, mir ist das halt wichtig und es ist keine Ablehnung gegen dich, aber man nimmt es gleichzeitig so als, 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 jetzt nicht Freiheitsberaubung, aber ich habe kein besseres Wort, verstehe ich was ich meine? Ja, voll, voll, voll. Was macht die erst mal? Sie macht die Person selbst ressourcevoller. Also nicht nur, wie die andere Person reagiert, aber sie so, hör, ich habe ja immer noch 48 andere Möglichkeiten, was ich dann tun kann, cool, probiere es beim nächsten Mal anders aus. Ja, oder pass auf, was schlimm ist, wenn ein Folgendes passiert, ruft sie ihre Freundinnen an zum Beispiel und sagt, oh mein Gott, guck mal, der ist nach Hause gekommen und der will nicht jetzt mit mir essen. Was ein Wichser, oh mein Gott, was ist falsch mit ihm? Jetzt haben wir Triangulierung, du spannst noch eine dritte Person ein in das Drama von zwei, was man eigentlich aber im Drama von zwei lösen sollte. Und dann, das ist auch im Coaching immer wieder, die Leute nehmen mich ja als Retter dann. Ja, Benedikt, mein Partner ist scheiße, meine Partnerin ist scheiße oder ich fühle mich in der Angst, löse es mir. Sag ich, nö, kann ich nicht. Musst du eh am Ende des Tages selbst machen. Ich kann Impulse geben, aber den Weg musst du am Ende selbst gehen. So, ich kann gute Impulse geben, die wissenschaftlich fundiert sind, die über die Zeit gut funktioniert haben, aber am Ende des Tages musst du den Schritt selbst gehen. So, mach es, tu es. So, und das ist aber so, wenn die Person dann selbst in dieser Ressourcenkraft ist, nicht im Sinne von, es funktioniert nicht und jetzt muss ich noch mit meinen Freundinnen drüber reden, hin zu, geil, ich habe 90 andere Methoden, ja, was ich ihm tun kann. Ich kann den Abend erst mal selbst allein verbringen und warten, bis die andere Person auf mich zukommt. Ich kann irgendwas kochen. Ich kann über ein interessantes Thema reden, das die andere Person interessiert. So, jetzt sind wir nur bei der Ressourcenseite von der einen Seite. Ich will nicht damit sagen, dass die Person es für dich tut. Du kannst an deine Muster, wie du Kontexte setzt und wo du das Handy loslässt und was auch immer, daran kannst du arbeiten. Aber es geht immer im Coaching darum, die Person, in dem Fall jetzt die Frau, wovon wir geredet haben, die Frau oder generell den Menschen, den Menschen in seine oder ihre Kraft zu bringen. Und das geht nicht, indem man erwartet, dass die andere Person, der Mann oder die Frau sich verändert. Das geht nur dadurch, dass du bereit bist, selbst kreativer zu werden, geilere, spannendere, lustigere, tollere Dinge einzubringen, für dich und für deine Kraft. Und wenn es was mit der anderen Person macht, auch toll. Ja, und ich glaube auch, also es gehören ja wieder zwei dazu. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre das eine typische Frauensache oder so. Das ist jetzt nur mein Beispiel. Wenn du zum Beispiel kommst und sagst dann, da gibt es ja die Trap dann, ja, wenn er mich liebt, dann packt er das Telefon weg und setzt sich mit mir dahin. Und das, da muss man voll aufpassen, weil das sind so, das sind ja auch manche so Resultate von diesen Triangulierungen, wo die sich dann so, ja ey, mein Freund macht so und so, aber ja, ihr macht wie ihr denkt. Aber wenn, also wenn er dich wirklich liebt, dann, und ich denke mir so, ey, das kannst du nicht vergleichen. Und jetzt, also Mann und Frau sind, kommen gerade frisch zusammen, sind verliebt und das Frühstücken zusammen. So. Und der, der Mann schneidet das Brötchen auf und denkt sich so, Schwach, Beta. Ich liebe diese, diese obere Hälfte, die ist so lecker. Ich mache ihr einfach einen großen Gefallen, ich bin so liebevoll und gebe ihr diesen, diese leckere obere Hälfte und ich esse die untere Hälfte. und dann denkt sich die Frau so, boah, voll nett, der gibt mir die, die obere Hälfte und die, die ich halt lieber hätte, so, die darf er selbst behalten und der genießt es so voll, voll schön. Und da machen sie es einen Tag, zwei Tage, 20 Tage, ein Jahrzehnt, 20, irgendwann kommt ein Streit und der Mann sagt, ja, immer gebe ich dir die obere Hälfte, die bessere Hälfte und sie sagt, hey, du hast immer, du behältst immer die untere Hälfte, die viel bessere, nur weil sie halt nicht drüber geredet haben. Und das ist halt das Ding, mit diesem Weile mich nicht liebt und da kommen wir jetzt zu was anderem, wir sind ja eigentlich gerade beim größeren Thema von Sympathie und Gemeinsamkeit. Es gibt eine so, finde ich, praktisch hilfreich, das ist halt jetzt nicht nur mit wissenschaftlich zu sein, sondern einfach in der Praxis ist ein cooles Konzept und einfach sich darüber auch mal mit Selbstgedanken zu machen, auch mit dem Partner, der Partnerin auseinanderzusetzen, ist sehr, sehr hilfreich. Fünf Sprachen der Liebe nach Gary Chapman. Das ist so ein Konzept, das besagt, dass wir Liebe in verschiedenen Arten und Weisen geben und aufnehmen. Beschreib die mal, weil da in der Hinsicht bin ich, also habe ich echt viel, also habe ich oft in meinem Leben die Probleme gehabt, dass ich missverstanden worden bin von vielleicht Mitmenschen, manchmal von Frauen und so weiter. Ja, da kann ich, vor allem da haben Lara und ich da habe ich auch eine spannende Entwicklungsgeschichte hinter. Da gibt es echt coole Ideen, die ich dir auch mitgeben kann. Also die fünf Sprachen, die Liebe sind. Erstens, Words of Affirmation, also quasi Lob, das hast du voll gut gemacht, die Pizza schmeckt richtig gut, vielen Dank, dass du das tust. ist also Worte, die Liebe ausdrücken. Dann Gifts, also Geschenke, Geschenke zu machen. Also wirklich auch physische Geschenke, es können aber auch, es muss jetzt immer nicht was sein, was immer viel kostet, sondern kann auch was sein, wo viel Zeit reingesteckt wurde oder so. Also Geschenke. Kannst du was Billiges sein, wo wenig Zeit reingesteckt wurde? Das kann sein, oder ne? Das ist wahrscheinlich eher in der Sprache der Liebe ein sehr disrespectvoller Ausdruck. Also es ist irgendwie gerade was, was die Person gerade braucht. Irgendwie keine Ahnung. Flammen auf Instagram. Die Flammen auf Instagram oder die Toilettenpapierrolle. Wenig Zeit reingesteckt, kostet wenig, aber wenn sie oder er gerade irgendwo sitzt. Meine Freundin freut sich, wenn ich Toilettenpapierrollen bringe, weil sie das tatsächlich hasst, die draußen rumzutragen. Jetzt so eine komische Aversion dagegen. Also no shit. Ja, aber das ist ein tolles Beispiel für, die Kraft des Einzelfalls. Wenig Effekt, die Kraft des Einzelfalls. Du framest das so negativ, alter. Gute Besserung. Das ist alles positiv. Ja, das finde ich richtig cool. Tolles Beispiel. Ich gehe jetzt in den nächsten Podcast. Wir machen den dritten Podcast und dann sage ich so, Tim, überleg mal. Es gibt da ein ganz spannendes Prinzip, das heißt die Kraft des Einzelfalls. Und du so, wow. Ich finde das cool. Das muss ich mir merken. Okay. Drittes ist, ähm, Drittes ist, Quality Time. Also quasi Zeit miteinander verbringen auf eine positive, qualitative Art und Weise. Und du merkst schon, alle drei Sachen, da haben wir jetzt nichts dagegen. Es ist jetzt nicht, dass wir nur eine Sprache der Liebe sprechen, aber bei zum Beispiel, ich bin jemand, Gifts, also ich freue mich, wenn wir uns das schenken, aber ich brauche es echt nicht. Und andersrum, Lara ist schon eher so, wo sie sagt, auch es ist nicht ihre Top-Sprache der Liebe, aber schon auch. Und die 50. Sprache der Liebe ist Touch, also Berührung. also körperliche Zeit, aber kann auch massieren und Sexualität aber auch oder streicheln oder umarmen und so weiter. Und das ist so spannend, weil genau dieses, ja, wenn er oder sie mich liebt, ist anders gesagt, würde er oder sie meine Sprache der Liebe sprechen. Und das ist so spannend. Beispielsweise Words of Affirmation, also Lob, Anerkennung, ist mir relativ unwichtig von diesen fünf. Sehr wichtig. So, sehr wichtig. Sag das mir bitte öfter. Sehr wichtig. Du redest so geil. Lara sagt, das ist so geil, du redest. Aber es ist wirklich so. Das ist die Top-Sprache der Liebe für Lara. Ja? Voll. Und das ist so witzig, weil sie weiß es und ich weiß es und ich lobe sie dann teilweise auch besonders stark und das ist das Spannende. Für mich fühlt es sich wie eine Fremdsprache an. Weil für mich ist es so, wenn jemand zu mir sagt, hey, cool gemacht, vielen Dank, sage ich es sehr gut, gerne. Und wenn dann jemand sagt, boah, vielen Dank, ist auch schön, aber so, würde ich jetzt normalerweise nicht machen. Aber ich weiß, sie wünscht sich das. Für sie ist das was Cooles. So. Und und das führt sogar dazu, dass sie sagt, mittlerweile, sie sagt dann manchmal so, Schaas, kannst du mal sagen, wie ich das gemacht habe? Also sie, sie holt sich bewusst ihre Sprache der Liebe, wenn sie es gerade... Boah, aber ehrlich, das ist voll nice. ultra... Ey, das ist ultra unkompensiv. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, ohne Witz. Mega. Das erfülle ich sehr gerne. Aber das ist so, viele Frauen schämen sich oder, also schämen sich oder haben Angst, es nicht zu bekommen. Wenn er mich liebt, dann kann er meine Gedanken lesen. Und dann geht es in so eine wütende Art. Eben, dann würde er halt auch, wenn er mich wirklich lieben würde, wenn er mich wirklich kennen würde, würde er. Nein. Ey, ohne Witz. Jetzt mal real talk. Wenn eine Frau von mir erwartet, dass ich ihre Gedanken lese, wallah, Red Flag. Ohne Witz. Das ist... Aua. Das ist... Ich verstehe, woher das kommt. Und so weiter und so fort. Bla, bla. Aber das ist echt. Und viele Frauen haben halt da auch Angst, rejected zu werden, wenn sie ihre Wünsche äußern und so. Aber ich kann jeder Frau auf dieser Welt sagen, ich persönlich und ich spreche für jeden Mann, der auch nur halbwegs, also keine Ahnung, Mensch ist, findet es gut, wenn ihr offen, klar und ehrlich sagt, was ihr wollt und was ihr braucht, um glücklich zu sein. Weil, ey, ich bin wie ein orientierungsloser Höhlenmensch und jede Frau ist anders. Und wenn ich das weiß, ey, wenn ich zum Beispiel sowas höre oder wie sagt mir das und das, ey, das ist für mich so, ja, wie ein Videospiel, questful, sofort. Ja, und jetzt immer wieder auf dieses Ding zu kommen von dem Mann als Problemlöser, hey, das ist ein Problem und dann weiß ich, was zu tun ist. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei einem Seminar, da war ich selbst nicht Trainer, sondern ich war Co-Trainer und es gab noch mehrere Co-Trainer und dann saß eine Frau neben mir und sie war auch Co-Trainerin und ein Mann auf der anderen Seite von mir, der war auch Co-Trainer. Das war ein Seminar für 50 Leute und dann gab es aber auch 10er Gruppen und die wurden dann von den Co-Trainern geleitet, dass man auch kleinere Erfahrungen haben kann, nicht nur in der großen 50er Gruppe. Und auf jeden Fall sagt, und wir saßen halt in so einem Sitzkreis irgendwie und es musste aber aufgerückt werden und anstatt, dass sie zu ihm sagt, rück mal auf, sagt sie zu ihm und ich fand das so smart, find mal eine Lösung, wie wir alle hier einen Sitzplatz finden. Er so, okay, also ich glaube, wir sollten das so und so, was ist so dieser Problemlöser, wo der dann so angechickert ist. Superschlau, also sie hat ihn quasi nicht rumkommandiert, sondern sie hat ihn in seine Kraft gebracht, in seine Selbstwirksamkeit, ja, im Sinne von, was er auch gerne und gut konnte, weil das war so ein sehr strukturierter, organisierender, so muss, und dass ich halt, das ist für mich Liebe, sich auf den Stil der anderen Person einzustellen. Und das ist halt bei Lara so, sie sagt dann zum Beispiel, kannst du noch mal wirklich sagen, wie es dir gefällt oder so? Also das ist manchmal so, fast schon karikaturhaft und sie ist sich auch selbst darüber bewusst, dass es jetzt in einer besonderen Art und Weise ist, aber gleichzeitig, genau, es nimmt diesen Druck raus und es macht es wieder so playful und dann gebe ich ihr das gerne und sie freut sich dann auch wirklich drüber. Es ist ja nicht, dass ich das spiele, sondern ich weiß einfach dann, was ich zu tun habe. Und andersrum, zum Beispiel bei mir ist, so safe, so bei mir ist es zum Beispiel so, übel scheiße gemacht, ich brauche das so, es war masochistisch irgendwie. Bei mir ist es so, ich habe Touch als stärkste Sprache der Liebe. So, und das ist wirklich so. So wie jeder Mann. Ja, hat es mal gesagt, aber wirklich, wir haben, Lara hat dann gesagt, okay cool, dann machen wir das so, dann machen wir, sie nennt es eine Touch-Routine und es ist wirklich so, sie massiert mich einfach um meinen Rücken jeden Abend. Und das ist für mich das Geilste, was es gibt. Einfach nur eine Rückenmassage und das ist immer wieder und das ist für mich Liebe, sich auf die Sprache der anderen Person einzustellen, sich darüber Gedanken zu machen, was bin ich selbst, was erwarte ich, ich habe extrem viel von Tate gelernt. Nein, aber da habe ich von ihr gelernt, das war ihre Idee tatsächlich, so zu sagen, sie, ach das wäre doch eine coole Idee, weil sie sagt, das macht sie gern und so, sie braucht es nicht, bei ihr ist aber tatsächlich Kraulen, ist auch da, aber zum Beispiel massieren, das interessiert sie fast gar nicht, aber bei mir ist es so, richtig gut, wie dem auch sei. Und das ist so dieser Aspekt der Sympathie, diese fünf Sprachen der Liebe, fluent mehr und mehr zu lernen, bis du so flüssig sprechen kannst und sowohl deine eigenen Wünsche zu kommunizieren, sie dir auch selbst zu erfüllen, angenommen Lara würde jetzt nicht das von sich aus sagen mit der Touch-Routine, dann könnte ich sagen, hey, so, ich verstehe, dass du das nicht jeden Abend machen willst, bla bla bla, passt für dich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einfach immer zur Massage gehe oder was vor. Und so, ja, okay, Beispiel, keine Ahnung. Also, es gibt ja auch gewisse Dinge, die man sich selbst erfüllen kann. Oder woanders hin. Da muss ich dann deinen Kollegen fragen, was da die beste Option ist. Ich würde dir dann ein gutes Haus empfehlen, bestimmt. Gutes Haus. Aber hier, nee, da muss ich immer zwei Stunden fahren. Das blöd. Ja, das ist nicht hier, deswegen, das ist noch weiter weg. Noch weiter weg. Das ist, oh, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht so Distanz bist, egal, scheiß noch. Aber das ist so dieser dritte Aspekt, diese Sympathie. Okay, das heißt, du sagst, das kannst du quasi trainieren oder der Prozess dorthin ist, erstmal analysiere, was magst du selbst, was ist deine Love Language, was ist die deiner Freundin und dann daraus quasi Rituale und Prozesse zu schaffen. Was würdest du sagen, ist deine Freundin? Was sie ist? Also, was hat sie von, also sie hat alles, aber was hat sie wahrscheinlich, so, was sind die so die 1, 2, 3, wo du sagst, ich kann es auch nochmal nennen, die 1, 2, 3, wo du sagst, sie hat sie relativ stark. Also, ist Gifts für sie, also Geschenke für sie? Freut sich jede Frau drüber, oder? Ja, aber ist es besonders oder so schön, also, ja, würdest du sagen, ja, okay. Dann, ähm, Touch. So auch Kuscheln. Bin ich, ja, schon, aber ich glaube, ich bin da, äh, ja, ähnlich. Ich glaube, bei mir ist es stärker ausgeprägt als bei ihr, also overall, aber ja, sie ist da auch schon hoch, ja. Dann, Words of Affirmation, also so Lob, Anerkennung. Ich glaube, da bin ich höher als sie. Okay, aber, also da freue ich mich mehr drüber, als sie sich darüber freut. Acts of Service, also etwas für sie zu tun. Oh, das ist für mich die größte Fremdsprache. Also, das ist so voll unter, also zum Beispiel so, ey, wenn die mir jetzt sagt, mach mir Kaffee oder so, da bin ich so, what the fuck, was hast du gesagt? Mach du mir Kaffee. Also, die ist da, die macht mir diese ganzen Sachen und so, kochen, essen, bla bla, das mag die auch, aber, äh, ich bin zum Beispiel so, wenn es irgendwas zu lösen gibt, mäßig, und die dann da ist und so halb flennt und irgendwas nicht checkt oder gemacht werden muss, was auch immer, dann sage ich halt, ey, so, sag doch, ich kümmere mich drum. Und, also, ja, ja, aber da ist es so, dass er, sie ist da viel besser als ich drin, also, ich bin da in so nischigen, paar Sachen, kann ich aber, so in diesen Haushalt, normale Sachen und so, ist echt, ja, also, ich bin da nur ein Notfall, wenn es, also, ja, da ist es, ich brauche das mehr und ich bin schlecht darin, das zu geben, sehr schlecht, wirklich sehr schlecht, also, wirklich sehr schlecht. Und als fünftes, Quality Time? Oh, das braucht sie auch viel mehr als ich, würde ich sagen, weil ich bin, das ist auch ein bisschen unfair, guck mal, ich komme auch so gar nicht so krass, also, ich brauche mehr Zeit alleine als mit einer anderen Person und dadurch, dass ich halt hier viel bin, habe ich sehr viel mit Menschen zu tun, sie ist in einem anderen Land, hat hier jetzt nicht so viele Freunde und dann bin ich ja auch noch direkt, weißt du, bester Freund und Kollegen und Dingersatz und da, da, da kommt dann so Spannung auf, also, sie hat da quasi mehr, Bedürfnis danach als ich. Ja, und da ist es spannend, bei Lara und mir ist es vielleicht ein bisschen anders, aber in gewisser Weise auch ähnlich, weil, zum einen, ich habe mit meinem Unternehmen und so weiter, nur heute bin ich den ganzen Tag auch nicht bei ihr, so, habe auch andere Sachen, viele, und dann sind wir auch zu meiner Familie gezogen und sie hat Kontakt zu ihrer Familie, aber ist halt nicht so nah oft und dementsprechend lernt sie da halt erst neue Leute kennen und es ist halt wirklich so, dass sie zum einen schaut, wie sie halt dann andere Sachen auch findet, also zum Beispiel, sie macht da auch einfach mit Freundinnen, lernt neue Leute kennen, geht jetzt heute zum Beispiel zum Yoga, während die hier sitzen und so weiter und zum anderen dann aber, dass ich dann auch drauf schaue, wo, sage ich mal, ist mir die Beziehung einfach so wichtig, dass ich vielleicht teilweise, sorry, aber Busy Work, nicht Smart Work, sondern einfach Busy Work, vielleicht ein bisschen cutten kann und dann bewusst bei ihr bin und jetzt kommt das Thema Quality Time, 20 Minuten wirklich präsente Zeit, wo du präsent und fokussiert mit dir, mit ihr dabei bist, kann zwei Stunden rumlulatschen, so irgendwie irgendwo noch mit Gedanken, woanders zu sein, selbst wenn ihr zwei Stunden miteinander verbringt, kann die locker kompensieren, also wirklich eine Minute präsente Zeit kann eine Stunde unpräsente Zeit kompensieren. Eine Minute? Ja, im Sinne von, ja, aber nicht im Sinne von, dass das die eine Minute genügt, sondern im Andersrum, dass die eine Stunde quasi nichts wert ist. Okay, wie viel präsente Zeit braucht man Quality Time mäßig? Da schreibe ich es dir mal in den Stundenplan. Eine Stunde, das musst du sie fragen. Oha, die sagt dann den ganzen Tag, geh mal weg. Ey, ohne Witz, hört auf vieles, aber diesen Tipp vergesst es, macht es nicht. Wenn ihr euch selbst ficken wollt, dann fragt eure Freunde. Nein, die Sache ist ja die, du kannst ja fragen, deine Partnerin, was ist denn Quality Time für dich? Ist es, wir sitzen allein auf der Couch und reden miteinander? Oder ist es eher was Sexuelles? Oder ist es eher, dass wir raus in eine neue Stadt gehen und die erkunden, aber uns einfach so treiben lassen? Oder ist es eher, wir gehen ganz konkret zu diesem Club, dieser Bar, diesem Restaurant oder wir machen eine neue Aktivität oder wir treffen uns mit anderen? Und vielleicht sagt sie da was ganz anderes als... Guck mal, du bist jetzt, das ist jetzt die akademische Allmann-Antwort, die du gibst und die ist richtig. Und die ist richtig gut. Aber weißt du, was als Antwort kommt? Jetzt kommt hier Street Smartness. Was sagt die Frau darauf, wenn ich sie das frage? Was sagt sie? Ja, alles. Nein. Sie sagt, ich weiß es nicht, sag du doch. Ja, und dann machst du das Erste und dann geht es nach hinten los, dann machst du das Zweite. Dann geht es nach hinten los, dann machst du das Dritte. Dann geht es nach hinten los, machst du das Vierte und das ist dann plötzlich super nice. Aber das ist genau wieder dieser Korridor. Natürlich weiß sie es nicht. Und wenn sie es weiß, dann sagt sie es dir oder sie traut es nicht, dir zu sagen, aber das ist doch alles scheißegal. Das ist doch egal, wenn sie es nicht weiß. Dann probier, dann sag, cool, dann können wir einfach mal irgendwas ausprobieren und dann schauen wir, wie es uns gefällt. Und dann übernimmst du die Initiative, übernimmst du die Führung und dann machst du halt das Erste. Street Smartness. Ja. Ne, ich mache zwar Jokes, du hast schon recht. Ich glaube, was die innere Überwindung von vielen wahrscheinlich ist, sie breaken Charakter vor sich selbst, weil sie ja schon in einer Beziehung sind und dann kommen die und dann wirkt es halt irgendwie unaufrichtig, es wirkt irgendwie komisch. Da kommen die erst mal so, hey, so sind es bist du normalerweise nicht. Und es wirkt auch so ein bisschen so der Almo mit dem Klemmbrett. Worauf hättest du heute gerne Lust? Wie definierst du Quality Time? Aber es ist ein guter Approach. Ich glaube, es ist ein sehr guter Prozess. Wie schon gesagt, Charisma ist der Ausdruck, der Eindruck macht. Es geht jetzt nicht darum, dass ich was von außen hinzufüge, wo die Leute jetzt sagen, oh ja, toll, das habe ich von Benedikt, sondern eher, dass sie selbst in sich was wiederfinden, was sie wahrscheinlich auch am Anfang der Beziehung schon gemacht haben. Weil am Anfang der Beziehung ist so, ich will sie gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich auf mich steht. Und dann investiere ich Zeit und dann gehen wir auf ein Date. Dann probieren wir was Neues aus. Dann haben wir Zeit zu zweit auf der Couch. Dann haben wir irgendwie was Neues, Sexuelles probieren wir aus. Aber wenn wir über den Zeitraum der Beziehung verlieren, zu flirten und zu daten, dann wird die Beziehung den Bach runtergehen. Was ist da so, was sind so gute Beziehung, was ist so gute Beziehungshygiene? Wenn wir jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht gucken, gibt es ja immer so diesen Ratschlag, geh einmal in der Woche mit deiner Freundin auf Date oder whatever. Was gibt es da so für... Also das Wichtigste ist, aus meiner Sicht, erst mal die Gottman-Konstante. 5 zu 1. Also 5 positive Interaktionen zu einer negativen. Also wirklich aktiv die Beziehung als eine der Prioritäten anzusehen. Ja, aber nach Playstation-Arbeit, Freunde... Nach Playstation vor allem. Nach Playstation und Entertainment schauen. Weil das bereitet einen ja drauf vor. Auf das andere. Ja klar, und vor allem auf diese eine negative. Auf die eine negative, genau. Kannst dann dodgen, wenn du zu deiner Play-Sie gehst. Das habe ich nicht gemeint, aber ich glaube, ich erörte jetzt nicht, was ich für einen Joke machen wollte. Nein, tu es nicht. Da hinten liegt so ein Baseball-Schläger, sonst muss ich den nutzen. Das habe ich nicht gesagt. Guck, Freude hat dich verraten. Ja, das ist ein Phallus-Symbol. Okay, also. Was würde ich empfehlen? Aktiv dir Gedanken zu machen, was neue, positive Sachen sind, die du in die Beziehung reinbringen kannst. Und dann aber auch zu gucken, guck mal, also ich bin ein Freund von Wissenschaftlichkeit, aber Wissenschaftlichkeit hat da das Ende, wo es ins Individuelle reingeht. Also im Sinne von, wir machen ja oft in der Wissenschaft, und ich habe an der Uni Mannheim studiert, und da ist besonders der Schwerpunkt auf, quantitative, empirische, stochastische, große Stichproben. Ja, am besten 20.000, 40.000, was auch immer. So. Unseren Charisma-Test haben 20.000 Leute gemacht. Da kann ich sagen, cool, das sind tolle Daten, jetzt weiß ich grob was über Charisma, wie, was da ausgeprägt ist. Cool. So. Aber, es sagt mir noch nichts über das Individuelle aus. Weil vielleicht habe ich da gerade zwei in der Partnerschaft, die besondere Ausreißer sind, in irgendeiner Konstante. Und deswegen würde ich halt sagen, sprecht halt miteinander. Das ist die eine Sache, das ist so billig, aber sprecht halt miteinander. Aber wirklich, was soll man sagen, Kommunikation ist das A und O. Haben wir alle schon gehört, aber es ist halt so. Geh mal detaillierter drauf ein, was bedeutet, spricht miteinander und wo sind vielleicht die Fehler, wo Leute das, dann machen sie es zu wenig, machen sie es falsch, also. Also. Weil das sind die fundamentalen Dinge, die so. Ja. Also ich, fangen wir wieder an mit diesen großen drei. Commitment, Empathie, Liebe und Sympathie und Leidenschaft. Du von deiner Seite aus, wie viel fühlst du diese drei Dinge. Nicht, was gibt dir die andere Person. Wir sind in Beziehung nicht darum zu überlegen, was können wir bekommen, sondern was können wir geben. Was können wir nehmen, meinst du? Du hast es gerade versprochen. Ich habe mich heute versprochen. Sorry. Immer wieder. Aber ich finde den Satz von Tony Robbins, den finde ich wirklich gut von Tony Robbins. Er sagt. Bist du auch über Nägel gelaufen? Ich bin nicht über Nägel gelaufen. Ich bin über Feuer. Feuer und es kamen so Schlangen von oben. Und dann hast du dich entschlossen, einen YouTube-Kanal zu machen? Ja, und dann bin ich erfolgreich geworden. Und dann bin ich zu Andrew Tate, dem deutschen Andrew Tate geworden. Naja, er sagt, wir verlassen Beziehungen nicht wegen der anderen Person, sondern wegen der Version von uns selbst, die wir geworden sind. Und es ist ein bisschen komplex, aber einfach gesagt, stimmt im Sinne von, weil wir selbst nicht mehr so leidenschaftlich, nicht mehr so liebend und nicht mehr so committed sind. Dafür verlassen wir es. Und deswegen, so dumm es klingt, du kannst vollkommen an deinen Dingen arbeiten. Und du kannst von dir schauen, wie kannst du sie noch mehr lieben? Wie kannst du noch committeter sein? Und wie kannst du noch mehr sexuelle Leidenschaft reinbringen? Und bei manchen Sachen würde ich sagen, sprecht miteinander, aber bei manchen Sachen nicht. Also zum Beispiel sexuelle Abwechslung. Hey, warum soll man da, also ja, man soll über Sexualität reden und man soll über Vorlieben reden und so weiter. Aber das ist dieser Alman-Move, dann so, ah ja, okay, was wünschst du dir? Aha, so funktioniert das Ding nicht. Einfach mal was Neues ausprobieren, was Überraschendes machen, irgendwie eine neue Bewegung, eine neue Dynamik reinbringen. So, da würde ich nicht empfehlen, red nur mit der anderen Person drüber, sondern schau halt auch, was die psychologischen Dynamiken sind und dann wende die halt einfach an. Das ist das, was wir hier über den Podcast die letzten Stunden oder wir im Karismomentum lehren. Was sind die Sachen, die generell funktionieren? Und dann aber auch, da wo es dann individuell wird. Dann danach drüber zu sprechen und zu sagen, hey, wir haben das und das gemacht und dann, wie findest du das? Und zum Beispiel, ich finde es super nice, einfach in irgendeine Stadt zu gehen, wenn ich einen freien Tag habe, mich irgendein, wenn es sonnig ist, in irgendeinen Kaffee zu sitzen, einen Kaffee zu trinken, weil ich habe so viel schon zu tun und zu machen. Ich laufe da nicht schlender, durch die Straßen und so. Das interessiert Lara einfach gar nicht. Das findet sie langweilig. Sie findet spannend, wenn man irgendwie eine konkrete Aktivität tut. Wir gehen ins Planetarium. Wir gehen wo auch immer hin. So. Und dann sage ich halt, cool, das kann ich dann entweder alleine machen oder ich mache das mit einem guten Freund. So. Der auch Trainer bei uns im Team ist und da so. Das ist geil. Aber das ist halt wieder das Individuelle. Aber was soll ich dazu empfehlen? Wir haben schon zwei Stunden darüber geredet. Und dann einfach jetzt zu schauen. von dem, was jetzt zwei Stunden besprochen wurden. War das irgendwie ein netter Podcast, den du dir, während du die Küche aufgeräumt hast oder während du Auto gefahren hast, einfach so von rechts nach links durchgehört hast? Oder gab es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, hm, das ist schon sinnvoll, daran zu arbeiten. Und ob du dann sagst, ich lese mir selbst eine Studie durch, ich kaufe mir dein Buch, ich komme ins Coaching, ich rede mit meiner Partnerin drüber oder ich mache einfach irgendwas. Mir egal. Ich finde es geil. Das waren Leute, die haben so nach dem Podcast gesagt, so ich gucke jetzt Charisma Mentoring. Was ist das? Finde ich cool. Und ich gebe gerne alles, was ich da geben kann. Aber am Ende des Tages, du kannst auch einfach was ausprobieren oder ein Buch lesen oder dich mit jemandem unterhalten, einem guten Freund darüber austauschen. Alles geil. Aber mach halt was damit. Und ich glaube, dann braucht man dazu nicht so viele Tipps mehr. Das wird dann schon eine gute Dynamik annehmen. Ja, ich glaube, wichtig ist den Leuten, was ich mittlerweile interessant finde, ist Leuten ein Framework zu geben, wo sie sich die passenden Puzzlestücke dann so ein bisschen suchen und den Überblick zu verschaffen, als jetzt dogmatisch einmal streiten auf fünf positive Erfahrungen. das, das, das. Ich verstehe, dass Leute gerne dogmatische Regeln haben, weil sie dann schnell so eine Bedürfnisbefriedigung haben. Und sagen, ja, ich mach jetzt das und das. Aber, und du auf der anderen Seite, wir stellen diese Kommt drauf an, Dimension kommt, wo das halt einfach individuell wird. Ja, genau. Aber okay. Oder vielleicht dazu noch eine Sache zu sagen. Also, zum einen ist es ja so, du kannst dann ja selbst herausfinden, was es ist, wenn du diese, diese Frameworks bekommst. Und das, das Spannende an dem Framework ist ja, du kannst es selbst individualisieren. Zum Beispiel, ich habe ja vom, vom Charisma-Test gesprochen. Das ist ein Test, den macht man, kriegt dann ein Ergebnis. Und dann steht zu jeder der sechs Farben das Charisma, wie wer ausgeprägt ist. So. Und dann ist aber nicht, oh Gott, jeder Mensch muss jetzt an Stärke, also Selbstsicherheit und innerer Kraft und innerer Selbstsicherheit arbeiten, sondern manche Leute sind da vielleicht sehr gut ausgeprägt und andere weniger. Und dann müssen halt die einen dran arbeiten und die anderen nicht. Deswegen, ich halte wenig von eben diesen dogmatischen Regeln. Hier in einem Podcast können wir wieder, so wie im Sinne von einer Gruppencoaching überlegen, was ist was, was vielen Leuten hilft. So. Und da ist es vielleicht eher so ein großes Framework, was Verschiedenes abdeckt, als jetzt eine Sache, die ich jetzt in einem Einzelcoaching mit dir oder irgendeinem Zuschauer oder Zuschauerin mir anschauen würde. Aber deswegen, also wir, wir arbeiten auch immer mit Leuten, die mit uns zusammenarbeiten wollen, über eine längere Zeit. Ist jetzt nicht, wer ein YouTube-Video schaut, der muss selbst damit machen, was er will. Aber jeder, den wir unterstützen, wir sprechen persönlich eins zu eins, nicht im 70er-Raum, weil entwickel man dein eigenes Framework mit jedem persönlich, um mal zu schauen, wo die Schwachstellen sind, wo es weitergehen kann. Und dann haben wir natürlich schon Impulse, aber am Ende des Tages ist es immer, an die Hand genommen zu werden, den eigenen individuellen Weg zu gehen. Jetzt mal weg von Beziehungen, wir sind bei Charisma, es gibt ja viele hier, die auch gerne eine Beziehung hätten, aber vielleicht denken, es scheitert daran oder Job oder was auch immer. Ich finde bei diesem Thema Charisma, Sprechen, Rhetorik ganz spannend, vor allem immer. Wenn wir uns die Tates und Co. dieser Welt angucken, gibt es Leute, die können relativ wenig, aber die können recht gut sprechen und die reißen Leute mit und die Kombination, die ungerechte ist ja immer, du hast Leute, die sind verdammt gut in der Sache, die sind wie bei so einem RPG-Skilltree, zehn in Machen und zehn in Kompetenz, aber zwei in Reden. Und da finde ich, ist das wahrscheinlich so eine der most fulfilling things, vollfüllend, erfüllend, ja, das hat sich falsch angefühlt, mein Hirn ist masch, ist es natürlich toll, Leuten zu helfen, so dieses Potenzial nach außen zu bringen, weil ich habe das mittlerweile voll oft erlebt, auch im Podcast oder so, wo ich halt einfach merke, ey, Leute haben voll die Schwierigkeiten, die sind so top und ich denke mir so, Alter, wie soll das denn so Schwierigkeiten um das auf die Straße zu bringen? Und wenn wir jetzt mal bei diesem Charisma-Test anfangen würden, hier können wir gerne mal kurz hier einmal durchanalysieren mit mir am Beispiel, wie sieht sowas aus, was kommt da raus, vernichten das Urteil, Null. Genau. Also erstmal ist ein guter Punkt, den du nennst. Wenn du dir diese Skilltrees anschaust, dann hast du auf der einen Seite, sag ich jetzt mal, Kompetenz. So, und angenommen, sie ist auf einer Zehn von Zehn. Nehmen wir jetzt mal Machen. Genau, Machen. Kompetenz machen. Und Kommunikation ist auf einer Zwei von Zehn. Was sehen die Leute im Außen? Zwei von Zehn. Genau. That's it. So, und deswegen ist das so spannend, weil die Leute immer mehr und mehr, die gehen für sich selbst auf so einem Experten-Trip, auf ein Elf, Zwölf, Dreizehn von Zehn, also für andere. Sie fühlen sich aber selbst wie, oh, Acht von Zehn, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr, aber diese Skala wird selbst immer länger und länger. Aber die Leute sehen es im Außen nicht. Und sie sind im Gegenteil noch mehr in ihrer eigenen Expertenwelt. Fachidiot schlägt Kunde tot. Heißt es im Verkauf manchmal. Und das ist so das Ding. Das meine ich auch vorhin mit Persönlichkeit, Innen und Kommunikation, dann im Außen. Okay, und wie sieht es jetzt so ein Charisma-Test aus? Ich habe mir wissenschaftliche Modelle zum Thema Charisma genommen, dann auch unzählige charismatische Leute analysiert und dann aber auch in der Arbeit die letzten Jahre dieses Modell verfeinert. Das sind quasi sechs Faktoren. Sechs Faktoren ist Charisma und das ist so wie, gibt es ja so Persönlichkeitstest, Hexaco, Big Fight, bla, bla, bla. Ist quasi ein Test, den man einfach, also charismatest.de, Gesundheit. Danke. charismatest.de einfach machen kann. Sechs Minuten, kriegst ein Testergebnis zugesendet. Gesundheit. Alter, jetzt ist alles raus. Der Ausdruck, der Eindruck macht. Genau. Sechsminütiger kostenloser Test, dann kannst du Sachen halt anklicken, kennst du ja von psychologischen Tests und bekommst dann deine Ausprägung in den sechs Farben raus. Um es jetzt mal grob bei dir zu machen. Du kannst ja deine eigene Einschätzung sagen, dann kann ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Oh, du gibst noch direkt Fremdeinschätzung dazu. Sag, Bill. Sag. Okay, sechs Farben ist gar nichts mehr. Erste ist Farbe der Authentizität. Wie sehr bringst du das, was in dir ist, auch nach außen? Wie sehr kannst du dein inneres Potenzial nach außen leben? Wie wenig verstellst? Wie wenig verbiegst du dich? Wie wenig setzt du eine sozial akzeptierte Maske auf? Und wie auch ein Fremdesch bist du? Klammern wie Setabhängigkeit, also zum Beispiel, wie das jetzt ist mit Freundinnen, mit Freunden in Situationen XYZ. Wie meinst du das? Ich finde, da gibt es... Du bist unterschiedlich in unterschiedlichen sozialen Rollen. Genau, genau, genau. Trotzdem kannst du dich dabei authentisch und nicht authentisch fühlen. Von 0 bis 10 oder von... Können wir machen. 7, 8. Also von 0 bis 10, okay, 7, 8. Also mit ein bisschen Aufwärmzeit und so, aber ja, 7, 8. Aufwärmzeit, ja. Würde ich auch sagen. Voll. Ich glaube, der Punkt, den du halt sehr stark hast, ist, du hast eine sehr gute Artikulationsweise für das, was dich im Inneren bewegt. Also du bist sehr stark im Verbalisieren. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und der Punkt, der vielleicht noch diese 2, 3 ausmacht, ist so dieses, was du vorhin meintest, mit niedriger Konfliktfähigkeit, dass du dann eher manchmal das hinten anschiebst. Ja, ja, und dass ich halt da auch einfach Respekt vor Leuten habe und ich dann so ein bisschen auch, also manchmal einfach, okay, ja, jetzt lieber nicht oder so. Okay, das heißt, du kannst ja auch hier, ne, kannst auch hier gegen mich schießen. Du musst ja nicht... Ja, alles gut. Die kommen noch. Ja, gut, gut, gut. Nee, alles gut. Okay, erklär kurz, was, 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 ey, wir machen jetzt einmal den Test durch und danach gibst du die Erklärung und so, weil sonst, sonst... Ja. Also wir haben jetzt Authentizität. Also wie authentisch fühle ich mich in diversen sozialen Interaktionen. Ah, sieben, acht. Ah, ist okay. Sieben und halb, passt. Als zweite Farbe des Charisma ist Vitalität. Also wie viel Lebensenergie, wie viel Enthusiasmus, wie viel Begeisterungsfähigkeit ist da? Wie sehr zeigst du diese... Wie sehr hast du diese innere Emotionalität und wie sehr zeigst du sie im Außen? Oh, da ist eine Schwankung da, aber ich würde tatsächlich sagen... Ähm... Ja, ist auch wieder themabhängig, aber... Auf... Schon fast sechs bis zehn, aber nehmen wir mal den Schnitt so auch... Acht. Mhm. Das ist spannend. Ich hätte hier... Weniger. Ja, weil... Ich weiß. ...es sehr, sehr schwankt. Du hast Spikes, die sind, wie du sagst, zehn. Also du bist dann so vital und so lachst dann so und so krass. Das ist voll da, aber das ist eher wie sowas, was rausbricht. So wie ein Teil von dir. Das ist irgendwie vielleicht wie so dein inneres Kind oder so, ein Teil der so... So, und das hattest du vielleicht auch in der Kindheit noch mehr oder... As you know, dann... Aber diese Baseline, das würde ich sagen, niedriger. Also die ist vielleicht dann eher so bei... Fünf oder sieben. Ja, bei sechs, hätte ich jetzt gesagt. Spiked aber dann manchmal hoch. Ja, aber das ist gut. Also ich hätte jetzt von Anfang hätte ich auch gesagt, so ja, Baseline sechs und spiken kann das easy hoch auf zehn. Genau. Also ja, okay. Gut, dann dritte Farbe des Charisma ist die der Stärke. Also wie selbstsicher, wie innerlich gefestigt, wie gelassen bist du und wie selbstsicher wirkst du dann auch nach außen? Oh, wie selbstsicher ich mich fühle, ist, würde ich sagen, ne... Fünf bis sechs und wie selbstsicher ich nach außen fühle, nicht nach außen wirke, ist vielleicht sogar höher. Ja, also so jetzt, wenn ich jetzt den Durchschnitt daraus nehme, wäre es irgendwo eine sechs oder eine sieben. Stimme ich dir auch voll zu. Ich hätte es auch gesagt, also es ist ganz interessant, weil im Außen, glaube ich, wirkst du manchmal sehr selbstsicher, bisschen zu arrogant manchmal. Mhm. Aber im Inneren ist es so, du weißt, was du gemacht hast, du hast da auch ein inneres Fundament, du bist ja kein unsicherer Typ oder so, das würden auch andere, glaube ich, nicht einschätzen. Nee, aber war ich. Also war ich. Warst du und es ist schon auch noch dieser... Ich habe den Weg gemacht sozusagen. Genau. Und es ist schon auch noch so dieser innere Kritiker auch noch stark, der dich selbst hinterfragt und wo dann Ängste irgendwie hochkommen. Also auf jeden Fall. Also sehr, 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 sehr stark sogar. Und ich würde sagen, ich habe vielleicht bei einer zwei oder einer drei angefangen. Und deswegen auch diese Spannung mit der Arroganz kommt ja auch da irgendwo her, weil das so eine pathologische Kompensation ist, wo dann vielleicht manchmal auch so wirkt. Ich verstehe das voll. Ja, okay, okay, okay. Cool. Dann vierte Farbe des Charisma ist die der Präsenz. Also wie stark bist du hier im jetzigen Moment? Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, nicht in deinen Gedankenkonstrukten, sondern vollkommen hier und anwesend. Gut im Podcast. Klar und auch in der klaren Kommunikation. Ja, okay, Klarheit. Also präsent bin ich klar. In meiner Kommunikation definitiv nicht. Boah, das ist eine schwierige Frage. Kurze Packungsbeilage, das oszilliert durch meinen Job, weil meine Jobanforderung ist eigentlich sehr, ablenkungsfähig zu sein, weil ich halt sehr reagieren muss auf viele Sachen oder schnell erreichbar sein muss. Mein innerer Anspruch an mich selbst ist aber, sehr klar sein zu wollen. Und die zwei Sachen sind echt in starkem Konflikt miteinander. Was würdest du sagen, ist da so der größte Pain-Point von dir? Ja, wo du sagst, das ist so eine Herausforderung, die du irgendwie noch nicht gecatcht hast. Ja, Unternehmertum und mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten ist sehr viel Shallow Work, wo du mit Menschen, wo du reagieren musst, also wo du zuhören musst und wo Leute halt, keine Ahnung, rauchen, mit Feuer verwechseln. Dann rufen die dich an. Wir haben ein großes Problem. Was machen wir? Hier, Alarm, Alarm. Du lebst in der Überzeugung, erreichbar zu sein für die Leute. Deine Konzentration ist fragmentiert. Und du selbst hast aber den Wunsch, quasi in dich gekehrt, mehrere Stunden am Stück tauchen zu gehen, ohne abgelenkt zu sein. Und die zwei Dinge kommen halt in den Konflikt. Aber da würde ich mich ehrlich gesagt als relativ durchschnittlich einschätzen. Also wenn wir Klarheit mit zunehmen, eher drei oder vier tatsächlich. Also ich würde mich als mit genug Zeit nachzudenken, bin ich klar, aber ich habe einen hohen Need for Cognition. Und solange ich den nicht erfüllt habe, also solange ich nicht ausreichend über etwas nachdenken konnte, worüber ich gerne nachdenken wollen würde, bin ich auch entsprechend unklar in meiner Kommunikation. Das merkt man auch unentsprechend unklar in der Konsequenz. Ich finde es sehr spannend, weil ich hätte dich höher eingeschätzt. Weil das aber auch aus unserem Dialog entsteht. Also ich glaube, wir haben einen sehr hohen Need for Cognition, der in unseren Dialogen immer erfüllt ist. Also gerade in dem Podcast ist es ein sehr hoher Need for Cognition, sage ich jetzt mal. Und auch nicht sonderlich shallow, sondern es ist, selbst wenn es mit dem anderen ist, aber es ist schon eine Form von Deep Dive. und ich glaube, dass das dann auch wieder kontextabhängig ist, wie du selbst sagst. Das ist so, wenn das passt und du dich selbst auch dafür interessierst, dann geht es deep. Und also ich würde da tatsächlich, weil es gibt Leute, wo ich sagen würde, da sollte man im Inneren ansetzen, weil sie es innerlich nicht haben. Aber ich sehe es in unserer Interaktion, dass du es innerlich hast. Und dann würde ich eher daran ansetzen, wie du es, sag ich mal, verhaltenstherapeutisch im Außen auch etablieren kannst. Also Timezones zu haben, vor neun bis zwölf, kann mich einfach keiner erreichen. So, dann bin ich im Office und dann cool, wenn irgendwas raucht. Ja, genau. So, das ist eine sehr funktionale Art und Weise, damit umzugehen. So. Und da wirklich auch fokussierter zu sein. Und das ist natürlich dann auch wieder wichtig für den Beziehungsbereich, dass du mit voller Präsenz bei ihr bist. So. The same problem, ja? Ja, genau. Okay, dann fünfte Frage. Was hättest du da gegeben? Also, ich hätte gesagt, fünf, weil du hast gesagt, drei bis vier. Ich hätte gesagt, fünf, wobei hier diese Kontextabhängigkeit sehr groß ist, von drei bis sieben, würde ich jetzt so sagen. Ja, ja, ja. Und jetzt auch hier wieder spannend, du hast gesagt, du bist dann unklar in der Kommunikation. Ich finde es interessant, weil selbst in den Szenen, wo du hier im Interview gesagt hast, so, versteht mir mal, was ich sage, für mich war das sehr klar, was du gesagt hast und auch wie du es gesagt hast. Es war sehr komplex und sehr verschachtelt. Es war nicht simpel, also es war jetzt nicht im Sinne von, du hast es mir einfach gemacht, das zu verstehen, aber ich konnte es verstehen, weil es war logisch stringent und klar und es gibt so Leute, die sagen dann das und sind dann so Gedankenpalästen und so, die sind einfach weg, wo man denkt, wo bist du gerade? Bist du im Handy oder bist du in der Vergangenheit? So, aber das hast du, wie gesagt, diese Range, würde ich sagen. Aber deswegen würde ich sagen, durchschnittlich höher als drei bis vier. Okay, ich glaube, was ich vielleicht verwechsel, ist Einfachheit mit Klarheit. Manchmal. Also ich glaube, ich verwechsel das, weil ich habe manchmal so eine Gewohnheit, über Dinge zu sprechen und vorauszusetzen, weil ich die dann kürzer halten will, weil ich die Tendenz habe, halt lang dann zu sprechen als sonst. Aber wenn du halt, das kennst du selbst, wenn du fünf Begriffe verwendest, die jetzt vielleicht nicht häufig verwendet werden, eine Erklärung bräuchten, damit man die versteht, dann dauert es halt einfach zu lang. Es gibt, ich glaube, es hat Gregor Bateson gesagt, zu diesem Spruch von, so ungefähr ging der, so im Sinne von, das Gegenteil von Klarheit ist Präzision. Oh, okay. Aber dann habe ich einen Bruder, der es fühlt. Genau, richtig. Ich fühle ja den Konflikt. Voll, voll, voll. Ich glaube, die Frage ist ja auch, was willst du, also was für Konzepte oder Dinge versuchst du auch zu sagen, weil wenn wir jetzt, keine Ahnung, so zum Beispiel diese Zusammenhänge, über die wir vorhin gesprochen haben mit Internet, Individuen und Übertragung, Gegenübertragung und Projektion, weißt du ja geil, aber was, das sind ja dann halt, weißt du, das sind ja Gedanken, die du sozusagen live entpackst. Voll, 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 voll. Und da hat man vielleicht auch manchmal die unfaire Erwartungshaltung an sich selbst zu sagen, nö, wärst du jetzt zehn Stunden in dir drin gewesen, hättest du es gelesen und meditiert und darüber nachgedacht, dann hättest du es leichter sagen können. Ja, genau. Aber so, ey. Am Ende des Tages ist es mein Job und deiner ja eigentlich nicht. Du bist ja nicht psychologisch primär, du machst dir gerne Gedanken darüber, aber weißt du so, das ist halt so, ja. Okay, fünfte Frage des Charisma ist die der Wärme, also wie emotional empathisch bist du, wie liebevoll, wie zugewandt, wie zuhörend, wie aufnehmend, empfangend, also so diese Wärme, Liebe Ebene. Oh, oh, ich glaube, da gibt es dieses, da gibt es, kennst du das, wenn du deine Mutter liebst, aber die nicht so in den Arm nehmen kannst, mäßig, so, also das ist so immer dieses, wie man sich fühlt und wie man sich verhält, das ist so große Probleme. Ich würde sagen, auch hier wieder, das oszilliert zwischen zwei und drei, also ich kann als extrem unnahbar wahrgenommen werden, also wirklich so, dass mir schon in der Schule nachgesagt worden ist, Alter, so man wechselt echt gerne die Straßenseite bevor man, bis zu, oder das höre ich sehr häufig, ey, ich habe gedacht, du bist so, aber eigentlich bist du so. Wenn ich Zeit habe, mit den Personen warm zu werden, würde ich echt sagen, sieben oder acht, so, oder sechs oder sieben, so, aber ich bin, also so, wollen wir jetzt auch nicht übertreiben. Ich würde es gerne lernen wollen, aber ich bin da ein bisschen unbeholfen und tollpatschig. Ich bin wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ja, also, so die Range zwischen zwei bis sechs oder so, aber das kann ich ja in einem Test jetzt nicht ankreuzen. Ja, 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 genau richtig, ich kann es nicht ankreuzen, aber man kreuzt ja auch eh andere Sachen an, kriegt dann das Ergebnis, aber tatsächlich hätte ich das auch, ich hätte auch so drei, vier oder so gesagt, ich glaube, das ist fast, also das ist so eine Farbe, da hast du echt viel Potenzial, also nicht im Sinne, aber das klingt jetzt so, mit Fremden vor allem. Genau, und das ist so dieses, das ist interessant, andere sagen wahrscheinlich manchmal so, ich dachte, der ist so, jetzt weiß ich, er ist so, hast du Kajak gesagt. Das ist aber alles noch auf einer kognitiven Ebene. So, ich weiß, der Tim mag mich, auch wenn er es mir nicht so zeigen kann. Genau. Und das ist aber auf einer kognitiven Ebene und ich glaube, Amen, ich habe sehr kognitive Beziehungen im Menschen. und ich glaube, dass da ein großes Potenzial ist, so dieses Thema Herzöffnung, genau, und dich da auch anderen noch zu öffnen, ja. Ja, wirklich, also das ist echt, das ist wahrscheinlich meine größte Schwäche, die ich habe. War das die sechste? Nee, die sechste kommt noch, das ist die Farbe der Inspiration. Inspiration ist diese Farbe von wie viel, Inspiration hast du von größeren, von höheren Dingen. Das kann was spirituell Göttliches sein, das kann auch eine Vision für die Gesellschaft sein, für die Welt, wo du irgendwas Positives beitragen willst, kann auch für die Familie, es muss was sein, das über dich hinausgeht. So ein bisschen dieses klassische Beispiel von charismatischen Menschen, I have a dream, Martin Luther King, ja, so dieses spirituell, dieser Traum. I have a dream. I have a dream. Everybody's driving a Lamborghini down this road. Bugatti's all around me and the hot women left and right. So, und das, und jetzt kommt der, das ist spannend, jetzt der Punkt, wie sehr bringe ich es nach außen? Also, das sind beide Aspekte, sowohl, wie stark bin ich inspiriert, als auch, wie stark inspiriere ich nach außen? Und inspiriere damit andere? Ich muss das so ein bisschen mit meiner Anxiety verrechnen. Also, ohne Anxiety würde ich echt sagen, dass es ziemlich hoch ist. So, acht, neun oder zehn ist übertrieben, aber echt hoch. Wenn ich es mit meiner Anxiety verrechne, querbeet durch Eins-auf-eins-Interaktion mit Menschen, wo ich vertraue und kenne und so, zu Gruppe, zu Öffentlichkeit, weil ich habe immer diese Öffentlichkeitsdimension noch so ein bisschen mit dabei. Ich sage ehrlich, also, wenn ich überzeugt bin, echt acht, neun. Also, würde ich jetzt sagen, ob ich das so gut rüberbringe, weiß ich nicht. Also, ich gehe echt vom Feeling aus. Aber da bin ich dann auch echt anhinscht. Also, da bin ich so richtig, da vergesse ich kurz, wie ich wirke, weil ich einfach richtig so wie besessen bin. Und ich glaube, dass das dir sehr gut tut. Ja, ich liebe das. Und ich glaube, das tut dir und auch den anderen gut. Und ich glaube, das ist so eine Sache und das ist auch so, was man ja auch manchmal bei dir in den Videos sieht oder auch mit Nico oder so. Also, bei Nico ist, finde ich das zum Beispiel noch größer, diese Diskrepanz von, wie, was man von außen sieht. Du kennst ihn besser persönlich, aber, wie er gefühlt innerlich ist und was er nach außen zeigt. Und dann gibt es diese, diese Real Talk Seite, da sieht man, crazy, da ist viel Inspiration, da ist viel Deepness da. Und er zeigt es aber nicht, nicht immer. Und das ist gut, weil es wäre auch inauthentisch, wenn er es immer zeigen würde, das andere ist auch authentisch. Aber, was ist davon playing a character? So, und ich glaube, dass das bei dir, also, wenn innerlich, würde ich dir 100% zustimmen, 8, 9, 10, ja, wobei ich jetzt diese, diese spirituelle, göttliche, oder wie auch immer, Dimension, noch alle hier mit Leuten umgebracht, abgestochen, das kann ich jetzt bei dir nicht so einschätzen, I don't know. Aber ich glaube, dass dieses nach außen bringen, dass manchmal diese 8, 9, die in dir ist, oder 8, 9, 10, keine Ahnung, die in dir ist, ein bisschen runterzieht. Ja, das hängt stark vom Thema ab und auch, ist, glaube ich, auch so eine, so die Kompetenz in der Öffentlichkeit, das entsprechend zum Ausdruck zu bringen, weil du dich ja dadurch auch, durch diese Inspiration ja auch sehr stark angreifbar machst, weil Inspiration ist ja im Endeffekt einer der größten Spiegel in deiner Seelen, weil du ja zeigst, ey, was excited dich maximal und dafür kannst du dann auch verurteilt werden und blablabla. Deswegen, also ja auf jeden Fall und dann gibt es halt auch manchmal Dinge, die vielleicht einen exciten, die dann vielleicht nicht so leicht, ich meine, deswegen ist ja dieser Podcast entstanden, weil es halt viele Interessen gibt, die einen exciten oder inspirieren, die du dann halt nicht nach dem Bizeps-Video bringen kannst. Fall, fall, fall. Also deswegen, also das ist auf jeden Fall, das ist so eine Aufgabe, die ich habe, das so zu integrieren, aber das ist auch so eine, so eine bewusste, langfristige Aufgabe, die ich mir selber stelle, so eben für viele Sachen selber offen zu sein und mich zu inspirieren und andere. Aber was ist deine Einschätzung? Wo ist der Punkt jetzt? Also, wenn du mich fragst, wie ist es mit, also im Außen, am Ende des Tages, dann würde ich sagen, es ist sieben. Aber es ist halt die langweilige Antwort von acht, neun im Inneren mit fünf, sechs im Äußeren zu integrieren, dann sind wir halt bei der sieben in der Mitte. So, aber es ist halt sieben, ist immer eine langweilige Antwort. Aber es ist ja schön, du kannst ja besser werden. So ist es. Und höher ist ja auch nicht immer unbedingt besser, weil, ja, wie ist es bei dir? So, wenn du jetzt bei dir diese Werte einmal durchgehst, wenn du sagst, wo bist du stark, wo bist du schwach? Also, das ist extrem spannend, weil man sieht es, glaube ich, oft selbst anders, als das im Außenbereich wahrgenommen wird. Also, fangen wir mal an mit Farbe der Authentizität. Da komme ich so von einer sechs, würde ich sagen. Und kann hochgehen auf eine acht, neun. Aber meine Baseline ist da durchschnittlich nicht so hoch. Eben aus diesem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Und das ist auch so ein bisschen dieses Thema Character und eben Stock im Arsch vor dem Anzug, im Anzug vor dem Bücherregal und so, wo ich dann sage, das ist authentisch, das bin ich, aber es ist halt auch nur ein Teil. Weißt du so? Ja, 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 weil das finde ich zum Beispiel, ich glaube, das ist auch, wieso die Dynamik hier uns beiden so gut tut, ist, dass du hier auf einem authentischen Level stattfindest und geile Infos geben kannst, die quasi anders verpackt sind. Voll, weil ich bin der Dude, der trotzdem über Stories, Metaphern, aber dann auch wissenschaftliches redet. Das ist mein Ding und das merkt man ja auch hier. Aber eben, es ist halt ein anderer Frame. Noch zwei Andrew-Tate-Jokes, so ein bisschen und so weiter. Lammwurst und so weiter, weil dann noch irgendein Hund, der abgestochen wird in seinen Hausten. Das tut gut für die Authentizität. des Donnerstags wird, der wird gegrillt. Das ist, ich habe gegessen. Die Mama macht den, ne, auf den Grillen. Ein Auflauf. Ne, aber ich finde ehrlich, also ich hasse das immer so, so bei solchen Sachen zu werten, aber ich finde, Real Talk, das ist die Sache, wo du deinen Wirkungsgrad massiv erhöhst. an dieser Stelle. So, weil das macht auch, das macht es greifbarer, nahbarer, weil das Problem immer in solchen Berufen, wo du sozusagen, ich nenne es mal, ungeschützte Bezeichnungen hast, ne, ist ja der erste Schritt immer seriös zu sein. Ne, seriöses Auftreten zu haben, Bücher, Regal und so weiter. Also es ist ja immer eine Kompetenzdemonstration. Das Problem ist immer, wenn die Kompetenzdemonstration irgendwann sozusagen diesen Trade-off hat mit Authentizität und Nahbarkeit, weil du dann sagst, ja, der hat mich ja jetzt schon inhaltlich überzeugt, aber ich muss mich da auch wohl fühlen und ich muss mich da auch zu Hause fühlen und ich muss mich da auch passend fühlen. Checkst du, was ich meine? 100 Prozent und das ist für mich eine spannende, spannende Zwiespalt, weil zum einen, ich habe dasselbe Problem, ne, so, ist es ein spannender Zwiespalt, weil ich bin in einer Szene, wo ich wirklich auch mich, also wo ich die wissenschaftlichere Seite verkörpere und das auch zeigen möchte und gleichzeitig aber dieses, dass es nicht zu trocken ist, weißt du, dann aber nicht so, wo mache ich jetzt Unterhaltung nur oder Unterhaltung wegen, weißt du so. Und wo machst du Kompromisse mit der Wissenschaft oder der Komplexität? Genau, richtig, richtig. Wo du selber keinen Bock drauf hast. Totally und deswegen finde ich das hier geil, weil viereinhalb Stunden würde man normalerweise sagen, hört einem keiner zu, aber offensichtlich gibt es viele Leute, die haben dann noch zu hören. So, und das ist, das tut mir sehr, sehr gut. So. Ey, mir auch, ja, ja, Amen. Deswegen im Coach. Und da kommt die Authentizität erst rüber, weil das ist auch, das ist ein Medium-Problem und es ist ein Aufmerksamkeitsspann-Problem, will ich nicht externalisieren auf andere Leute, aber Bro, wie willst du in einer Minute wissenschaftlich korrekt, nahbar und voll. Also, komm, give me a break. und das ist das Ding, wo ich sage, deswegen bin ich aber eher auf einer Sechs, weil ich eher die Authentizität kompromettiere für Seriosität. Das ist, deswegen würde ich sagen. Ich verstehe die Abwägung. Voll, voll. Wir kennen alle Brillen, Tim Gabel. Auch gut. Wir kennen den Skin. Den Skin. Wir kennen den Skin. Dann zweitens, Vitalität, da bin ich schon. Da bist du hoch. Da bin ich hoch, würde ich sagen. 8, 9, sowas. Okay, da bist du hoch, ja. Dann, dritte Frage des Charisma ist die der Stärke. Wie viel innere und äußere Selbstsicherheit ist da? Das ist spannend, weil ich komme auch von weniger, aber ich würde sagen, das habe ich mir, also äußere Selbstsicherheit, das ist witzig, weil, das kennst du vielleicht auch, also ich habe mich gerade, was Frauen angeht, früher extrem unsicher gefühlt und im Außen hat man das oft nicht so gemerkt, weil ich bin halt auch einfach groß, bin, habe jetzt nicht so einen emotionalen Ausdruck, dass ich irgendwie viel weine oder so, irgendwie so krasse, irgendwie viel Emotion oder was auch immer zeige. Das ist gut das Poker Face. Genau, richtig. Und dadurch nehmen die Leute mehr Stärke wahr. Ich würde sagen, also, ja, 7 bis 9, das ist auch relativ hoch mittlerweile. Ich würde so ein bisschen das Fitnessbeispiel ziehen, das ist so, ich habe dünn angefangen und dann hast du halt, du hast zwar einen tiefen, starken Komplex vielleicht, also ich jetzt zum Beispiel, aber dann irgendwann trainierst du dich so hoch, dass du zwar deine Wurzel kennst, aber du die mit Distanz beobachten kannst. Genau. Und das, so sehe ich es bei dir, du hast eine krasse Entwicklung. Ja, und das ist witzig, weil man kann sich meine Videos von vor 6 Jahren anschauen. Und das ist so witzig, Leute sagen, ja, Charisma ist angeboren, reden kann man halt oder nicht, ja, schau dir die Videos von vor 6 Jahren und heute an. Genau, diese Verkörperung von Training finde ich so geil, weil das machst du ja replizierbar. Und ich war wenig Stärke, dann viel Stärke, dann wurde es aber in so einer Starrheit und jetzt kann ich hier entspannt im Schneidersitz mit dir locker reden. So, und das ist ein Entwicklungsprozess. Auch ich entwickle mich weiter und ich glaube, ich wäre ein schlechter Coach, wenn ich das nicht tun würde. Also ich glaube auch nicht, ich bin der Guru. Genau, ich glaube nicht, ich bin der Guru. Ich lerne von Leuten, die noch viel weiter sind als ich und gebe das weiter und bringe noch ein paar eigene Sachen hinzu, aber am Ende des Tages, genau. Aber daher nehme ich auch viel meiner Stärke. Also es ist viel Stärke, die, wo ich jetzt nicht sage, ich bin irgendwie besonders krass oder so, sondern ich habe einfach von Leuten, die jahrzehntelang ihr ganzes Leben, John Gottman, das ist einfach eine Koryphäe im Bereich. Und wenn dann jemand sagt, nö, das finde ich aber ist nicht so, dann kann ich mit so einer Stärke sagen, schön, das ist deine persönliche Meinung, vielleicht dein persönlicher Komplex. Und aber zehntausende Leute wurden analysiert von Leuten, die wahnsinnig viel schlauer als du und ich zusammen sind. und dann kam das einfach raus. Du kannst sagen, ja, habe ich keinen Bock drauf oder du kannst auch von deinem eigenen Haustür kämen. Und das ist eine Stärke, die ich habe, die aber nicht von mir und meiner Arroganz und wie toll ich jetzt bin oder so kommt, sondern wirklich von zu diesem, eben, ich stehe auf Schultern von Riesen. Ja, genau, ich glaube, aber das ist das Motivieren, der an der Geschichte ist, einfach, wie weit du halt mit Bildung sich damit auseinandersetzen, Reflexion, Arbeit an dir selbst halt so weit kommen kannst, dass du, weil es sind ja viele Faktoren, über die du gerade sprichst, weil das eine ist ja, ja, nee, also, gehe ich vollkommen mit, kann ich nachvollziehen, sehe ich genauso. Dann, was wäre das Nächste? Genau, viertes ist Präsenz, also wie sehr bin ich im jetzigen Moment, wie fokussiert bin ich, wie klar bin ich, da würde ich sagen, bin ich sehr stark, also das ist fast meine stärkste, also neun oder zehn, also da würde ich wirklich sagen. Das ist mir heute auch im, als wir gesprochen haben, wieder aufgefallen, das ist so eine Sache, wo ich dich zum Beispiel teilweise als Vorbild nehme, ist diese Klarheit. Also, du verstehst die Frage, du hast die in deinem Backlog, in deinem Kopf, du kannst eine Tangente gehen, du hast die Flexibilität, die zu gehen, aber du verstehst wieder, wann man zurückkommen muss und so und du hast wirklich eine ausgesprochen starke Klarheit, das finde ich richtig, richtig bewundernswert. Das ist echt stark, ja. Dankeschön. Das hast du. Genau. Dann fünftens, Farbe der Wärme, das ist spannend, das ist bei mir innen ein bisschen anders als außen. Das hast du gelernt? Ja, genau. Aber das ist spannend, ich habe es gelernt, das nach außen zu zeigen, weil es ist spannend, also, wie soll ich das sagen? Von der inneren Ebene sind zwei Sachen drin. Zum einen ist in mir ein Teil, der schon so dieses Emotionale und das Nähe und das Körperliche schon lernen musste, so warm damit werden musste. Zum anderen ist aber ein, also, wie soll man das nennen, ein hoffnungsloser Optimist und Idealist in mir? Also, ich habe wirklich eine sehr, so, für mich ist so, dieses Ding von, alles hat eine positive Intention, jeder hat eine positive Intention, das ist so für mich, das muss ich nicht lernen. Das ist für mich so drin und ich kann jedem zuhören, ich könnte jeden verstehen, dass ich eher die Konfliktfähigkeit, wie gesagt, lernen muss. Ich bin so gut darin, andere zu verstehen, so, dass ich manchmal, weißt du, so diese Konflikte oder für meine Meinung einzustehen dann nicht so stark habe. Das ist kontraintuitiv, weil ich kann es manchmal gut, aber vor allem, wenn ich so auf Schultern von Riesen stehe, wo ich dann sage, hey, nee, für die Kinder, für unsere Beziehung, so. Und das ist aber auch in gewisser Weise gesund. Ich würde nicht sagen, dass ich es anders will. Also zum Beispiel, ich bin sehr, sehr... Du verhandelst quasi, du verhandelst besser für andere als für dich selbst. Genau. Und ich bin auch jemand... Fühl dich sehr. Ja, und ich bin auch, also zum Beispiel, was meine Frau angeht, mich, so sie ist eher ein skeptischer Mensch, so, also im Sinne von kritischerer, so, ah, denkst du nicht? Zum Beispiel, vor irgendwie zwei Tagen, ich weiß nicht, wie die Person meine Nummer hatte, aber das war irgendwie so, keine Ahnung, hat irgendwie meine Nummer gehabt, ruft morgens um 8.30 Uhr an, morgens um 8.30 Uhr meine Privatnummer, das ist nicht meine Businessnummer gewesen, meine Privatnummer, ruft an und ich bin nicht direkt reingegangen, aber ich habe es erst später gesehen, drei Minuten später, 8.33 Uhr, rufe ich zurück. So, Lara hätte vielleicht nicht zurückgerufen, keine Ahnung überhaupt. Und dann war so, ich dachte so, Alter, okay, irgendwie Scam anrufe, oder keine Ahnung, was komisches. Also, ja, hallo. Er so, ja, guten Tag, wer ist da? Ja, und so, bist du auch der, der im Tim Gabel Interview war? Und ich so, ja, da bin ich, und so, und so, ja, und so, ich wollte mich informieren über das Managing, was macht ihr da? Ich so, Alter, wir haben eine Website, Google Caruso Managing, da siehst du alles, Ich weiß es nicht, die steht nicht im Impressum, die steht nirgends, also, keine Ahnung, also, so, vielleicht, I don't know, I don't know, so. Ey, ich bin stolz auf euch, 8.30 Uhr, ich hab den gefickt. So, ich bin richtig stolz auf meine Community. Ich so, es steht alles auf der Website, schaust dir gerade einfach an, und dann kannst du alle weiteren Fragen stellen, du kannst dich auf ein Erstgespräch, ne, einfach eintragen, dann quatschst du mit jemandem aus dem Team, der hat dann noch viel mehr Ahnung über die ganzen Produkte, gebliebener Blog. Genau, genau, und ich bin aber einfach freundlich und rangeblieben, und Lara so, ah, komm, leg auf, oder so, sag, das ist trash. Ich hab schon irgendwann dann gesagt, Ich sag das jetzt so, ich hätte genauso reagiert wie du, meine Freundin, dasselbe gesagt wie deine Freundin, ja, ich verstehe das. Sehr gut, sehr gut. Aber ich hab dann in dem Moment, ich bin dann rangeblieben, und dann, es war wirklich, ich hab dann irgendwann schon auch gesagt, das hab ich dann jetzt auch gelernt, da hat dann irgendwie noch was, irgendwie noch was, ja, und wie ist das dann, wenn ich persönlich gerade dieses, jedes Thema hab ich so, Alter, das ist ein Coaching-Thema, das können wir im Coaching sprechen, aber jetzt nicht, 8.30 Uhr morgens, so, ähm, so, da hab ich gesagt, du, wir haben 8.30 Uhr morgens, informier dich da einfach, und dann so, da hab ich ihm so gesagt, das ist ihm dann auch bewusst geworden, dann ist er so raus, hey, mega, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, richtig korrekt. Okay. Ja, aber das kam erst, nachdem ich mir 6 Minuten Zeit für ihn genommen hab. So, und dann hat Lara so gesagt, ja, voll krass, dass du, ne, weil 90% der Leute würden vorher halt cutten, so, was auch verständlich ist, und ich muss dann eher in der anderen Richtung aufpassen, dass ich nicht ausgenutzt werde, so in dem Sinne, so, also deswegen würde ich sagen, dass meine Wärme innerlich sehr hoch ausgeprägt ist, und ich es aber manchmal durch dieses eben, ne, kompetent und authentisch und so, manchmal unnahbar wirken, manchmal nicht so sehr zeige. Also, ich glaube, zum Beispiel meine Frau, meine Eltern, meine guten Freunde und so weiter, die wissen, dass ich ein sehr, sehr warmer Mensch bin, aber ich, das ist genau dieses Ding mit dieser Kompensation und dem Weg, den man gegangen ist und die Wurzel, die man kennt und so. Und der Authentizität, ich glaube, das ist bei dir, man muss es checken, dass das von dir, weil das ist immer so, was du aufpassen, ist das ehrlich von ihm oder ist das jetzt so, weil Bro, du kommst aus Charisma, Training und so, ja, Hallo mein Lieber, Psychologie, genau, weißt du, also der Frame, der Frame ist ja dann automatisch so manipulativer. Voll, 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 genau, aber das würde ich so da einschätzen und dann Inspiration, das würde ich sagen, ist auch eine meiner stärksten Farben. Also das ist, ja, würde ich schon sagen, das ist, aber das merkt man erst auf den zweiten Blick, weil du hast da auch so einen Filter drüber. Genau, das ist auch wieder dieses Professionalität statt, ja genau, statt Spiritualität und das ist spannend, also, es ist ein Unterschied zwischen dieser Vitalität und Motivation und Inspiration. Inspiration kann für mich auch ganz leise, kann es still sein, aber es ist so dieses, wenn du dir auch Nelson Mandela zum Beispiel anschaust, der hat jetzt nicht die Rede gehalten wie, I have a dream that one day, so, aber trotzdem hat er eine wahnsinnige Inspiration gehabt, das ist, für mich ist es das, was geht über dich selbst hinaus, was ist das spirituelle Dimension und solche Dinge und wie sehr zeigst du das und mein Beruf ist es in gewisser Weise zu inspirieren, so komisch das klingt, aber Coaching, Psychologie ist, mehr im Menschen zu sehen und es in ihm zu fördern. Okay. Wie ist es, wenn wir jetzt Bilanz daraus ziehen, bei dir, bei mir, woran arbeitet man und wie würde jetzt so ein weiterer Prozess aussehen, weil ich finde es, ich beantworte hier die 8.30 Uhr Frage von dem Krebs, fällt mir gerade auf, oder ich stelle sie, weil ich zum Beispiel jetzt mich fragen würde, okay, woran kann ich dann arbeiten, was ist jetzt die Konklusion auf diesem Ding? Also erstmal, der erste Schritt ist herauszufinden, wie ist es denn ausgeprägt, so und dann, also wenn du jetzt online diesen Test auf der Webseite machen würdest, dann würden wir schon auch nochmal persönlich sprechen, bevor wir ins Coaching gehen würden, haben wir jetzt gemacht, so. Jetzt weißt du, wie die Ausprägung auch ist, sowohl deine Eigeneinschätzung, dann meine Fremdeinschätzung und so, grob ein paar Sachen, so. Jetzt wäre meine Frage, was willst du denn? Weil ich kann dir, ich kann dir sagen, woran ich, Hebel sehe, die einen großen Wachstum für dich bringen würden und gleichzeitig will ich aber auch wissen, und deswegen frage ich die Frage zuerst, wo möchtest du denn hin? Gib mir die Hebel, Wallah. Okay, aber du willst die Hebel, aber wofür? Hä? Für Pussy. Ja, das muss ich sagen. Für Pussy Money und... Okay, aber genau, würdest du, also für Pussy Money aufgeben? Würde ich für Pussy Money aufgeben? Also, dass du... Nein, würde ich nicht. Also du würdest... Money, bro, Money bigger than Pussy. Es ist gut, dass deine Freundin noch nicht so gut Deutsch spricht, aber Englisch... Du gerade bist gesagt, dass du es nicht am meisten nach hinten setzt in der Beziehung auf Englisch gesagt hast. Okay. Nein, Spaß, aber, boah, ich... Sie denkt sich, ein vierstündiges deutsches Interview höre ich mir gar nicht an, also sie kommt gar nicht an. Nee, keine Sorge, das mache ich echt nicht. folgendes... Die ist nicht dumm, so wie ihr. Okay, folgende Nummer. Jetzt wirklich, wenn ich dir einen Hebel mitgeben könnte, der deine Beziehung erfüllender und glücklicher macht. Gib. Und, jetzt wird es unangenehm, eventuell halt auf Kosten von... Nein. ...beruflichen Dingen geht. Äh... gib ihn mir und ich verdaue ihn daheim. Also, das wäre so dieser Weg, den wir gehen würden. Ich würde wissen, also wissen wollen, was du willst. Und wenn du sagst, ich will generell an meinen Charisman, an meinen Kommunikation arbeiten, dann würde ich in deinem Fall sagen, du bist sehr gut auf vielen Aspekten schon und dann ist aber so dieser, dieser Lag in der Wärme. So, also in deinem Fall würde ich jetzt empfehlen, an der Wärme zu arbeiten. Wenn du jetzt sagst, nö, Wärme ist mir gerade in meinem jetzigen Lebensanschnitt völlig egal, ich möchte... Gib mir mal jetzt eine, also jetzt wirklich so, 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 ist jetzt, meine ich gar nicht hart, aber so, so klar, klar und direkt wie möglich. Gib mir mal, woran du das siehst, weil ich zum Beispiel, ähm, ich finde das am interessantesten, weißt du, also ich finde das so interessant, jetzt mal, weil, weil ich verstehe das, dass du da jetzt nicht irgendwie mir auf die Füße treten willst und so, aber ich finde gerade das, das ist ja interessant. ich glaube, dass du... Ich kann's doch ab. Wenn nicht, ist ja dein Problem. Ich weiß, kannst du nachher dann weinen und dann mit deiner Freundin besprechen. Ich glaube, dass du in deinem Erfolgsstreben eine sehr hohe, also einen sehr dich belohnenden Mechanismus gefunden hast, ähm, der dich aber von anderen Menschen und tiefen emotionalen Beziehungen trennt. Äh, ja, okay. Und ich glaube nicht zu Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, sondern eher zu Leuten, die vielleicht familiär oder beziehungstechnisch sind oder freundschaftlich, mit denen du aber nicht zusammenarbeitest. Mhm. Also quasi auf Kosten von Leuten, die quasi nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Genau. Also mit Leuten auf Arbeit habe ich tiefe emotionale Verbindungen eventuell und, äh, mit quasi Leuten da, okay, ja, da kann man zwei Möglichkeiten haben. Entweder, entweder du arbeitest nur mit deinen Freunden. Mhm. Nein, okay, ja. Verstehe. Und da würde ich schauen, was zu dieser Herzöffnung führen würde. Mhm. Also wo du quasi die Liebe zu anderen noch blockierst. Ähm, stimmt. Stimmt. Also, ich glaube, dass mir das sehr bewusst ist. Ich leide da auch drunter tatsächlich. Ja. Äh, das ist genau das, was ich meine. Es geht nicht darum, was ist von mir als Charisma-Expert jetzt meine Meinung, woran du arbeiten solltest, sondern es muss einhergehen mit einem Leidensdruck bei dir. Oder was heißt Leidemar? Ja, aber klassischer Psychologensatz, genau, wo ist der Leidensdruck, keine Ding. Stimmt. Ne, also auf jeden Fall ist es, ich glaube, das ist so, der Wille ist da, man weiß, man hat noch nicht so richtig die Tools und den Prozess, das zu machen. Also, ich wüsste jetzt nicht so ganz wie und ich versuche so auf meine tollpatschige Art und Weise das dann halt zu machen. Wenn ich dann, ja, und dann möchte man halt mal keine Zeit dafür. Das ist quasi Ende von Thema klären und es ist aus meiner Sicht ein sehr authentisches Thema. Also, weil 90% der Leute, die kommen mit einem Thema und da weiß ich, okay, sie wollen A, aber brauchen B. So in gewisser Weise. So, aber das ist bei dir nicht so. Du hast nämlich, ich glaube, das ist ein super tolles Thema und ab da würde dann das Coaching beginnen und dann würden wir schauen, welche Tools sind für dich passend, wo, ne, wie kannst du dich authentisch mit anderen verbinden. Dann ist natürlich das Thema Vorbilder, also Lernen am Modell extrem wichtig, weil du hast ja auch ein Umfeld geschaffen, wo du hochkompetitiv beruflich mit vielen tollen Leuten zusammenarbeitest, die in dieser Dimension auch sehr gut sind. So, und dann siehst du das Tolle von dem, aber so diese Beispiele von vielleicht einfach irgendeiner Person auf der Straße, die, ich sag dir mal ganz hart, um das Gegenbeispiel aufzubringen, nix im Leben auf einer Ola Kala Art und Weise gerissen bekommt, aber einfach die liebevollste Beziehung zu seinem Partner. Kann ich dir ganz klare Beispiele aus meinem Leben geben, wo ich so Menschen angucke und Bewunderung spüre bei Leuten, wo ich gucke und sage, ey, Alter, der hat diese eine Sache, der hat jetzt, vielleicht, der fuckt sich dann darüber ab, dass der dann, der bewundert dann bei mir irgendwelche Sachen, die ihm fehlen, aber ich gucke dann wieder mit seiner Freundin, seinen Freunden umgeht und so weiter und ich beneide das und ich finde das toll und ich muss auch sagen, da bin ich echt glücklich drüber, dass ich einen Weg entwickelt habe, sowas Leute spüren zu lassen, sowas wissen zu lassen und da auch diese guten Sachen hervorzuheben, aber ich gucke mir das auch an und denke mir so, Alter, krass und ja, aber da hat mir auch ein Homie mal so, 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 da hatte ich eine Phase, da bin ich auch zum Friseur, bin ich immer mit meinem Büchern gegangen, habe ich immer was gelesen und hat er zu mir gesagt, ja, vielleicht ist das auch eines deiner großen Probleme, dass du halt auch mal nicht mal mit dem Friseur sprichst und das meine ich gar nicht sozial oder so, sondern nicht, weil ich jetzt nichts von dem irgendwie lernen kann, sondern weil ich dann einfach denke, okay, ey, ich habe jetzt irgendwie Zeit, wo, da kann ich lesen und das, die nutze ich dann jetzt halt. Glaubst du, dass du da was von deiner Freundin lernen kannst? Nein. Also, jetzt mal ehrlich, was will ich sagen? Ich kann sehr viel von der lernen, ich glaube, da gibt es mal schon, aber auch in diesem Bereich, ob ich will, in dem Bereich, in diesem Wärme-Herzöffnungsbereich. Wir sind da beide schlecht. Wir sind beide schlechterin und wir wissen es beide, dass wir schlechterin sind. Deswegen sind wir in so einer Patz-Situation. Dann würde ich es als Beziehungsziel dir nehmen. So wie andere Leute zusammen sagen, ja, wir bauen gemeinsam das Haus. Das ist viel anstrengend, das ist viel Weg, wir können es beide eigentlich nicht und es kostet viel Geld, aber wir machen es gemeinsam. Das fände ich ein cooles Beziehungsziel. Ja, nö, ich glaube, ich mache es ja verkehrt, dass sie scheißes darin und sie darin besser werden kann, dass sie schuld ist, oder? Schick sie bei uns einen Smell-Trick. Ja, zum Beispiel. Okay, und wenn ich jetzt aber auf einer professionellen Ebene gucke... Ich bin beide gerne eingeladen. Ich frage mich aber, ich glaube, das ist ja jetzt vielleicht die Sache, wo wir wieder bei dieser Sache sind mit Entwicklung eingefroren und gebe ich einen Teil von meinem Charakter auf und so, ist jetzt immer diese Abwägung professionell und Privatleben, wo wir immer diese, sag ich mal, Entgegengesetztheit voraussetzen. Was ist da jetzt? Weil ich zum Beispiel würde jetzt gucken und sagen, okay, jetzt gucke ich mir das nur noch mal für den Podcast an und sage, okay, aber da würde ich einfach nur von mir klar... Wie meinst du, das ist nur für den Podcast an? Ja, ich sage jetzt mal beispielsweise, meine Kommunikation ist ja so, ich bin ja auch irgendwo Kommunikator, sein ist ja ein Job von mir. Ja. Heißt, wenn ich meine Klarheit erhöhe, meine unnötige Komplexität reduziere und lerne besser zu sprechen, also einfach nur aus einem Funktionalitätsaspekt und nicht klammer, Emotionalität, mein Privatleben, würde ich ja zu dir kommen, erst mal unter dem Deckmantel und sagen, mach mich zu einem besseren Öffentlichkeitsmann. So würde ich ja zu dir kommen. Voll. Ich würde jetzt nicht kommen, Benedikt, ich kenne dich nicht und sage, ey, mach mich wärmer. Voll, 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 voll. Verstehst du? 100 Prozent. Das ist mein tägliches Wort. Ja, okay, aber ich habe ja trotzdem den Wunsch, professionell mich weiterzuentwickeln und jetzt würde ich ja sagen, weil du kommst ja schon gerade mit der Frage am Anfang, du hast ja gesagt, nein, wir wollen ja beides entwickeln, privat und professionell. Ja. Und jetzt sagst du, aber bist du bereit, professionell einen Tod zu sterben? Ja. Aber ist es jetzt der Bogentod mit Schleudern nach vorne? Also wie die Schleuder, Negativität, wir ziehen zurück, da gibst du kurz auf. Ja, die Bogenmethode, ja, genau, was ich vorhin gesagt habe. Okay, was ist der Bogen? Was sind die Durchschlagseffekte auf die anderen Dimensionen oder auf die professionelle Ebene? Man muss mich ja motivieren, Junge. Ich weiß auch nicht, wo der Pfeil landet. Ich weiß nur, dass du ein großartigeres Leben haben wirst. Ob du dann mehr Geld auf dem Konto hast, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um mehr Geld, sondern ich glaube, es geht so um... Nur die Frage, die ich hier stelle ist, bist du bereit, ein Stück, was bei dir auf der negativen Skala ist, zu gehen, um etwas mehr auf der positiven Skala zu haben? Ja, bin ich. Und das ist das, was ich meinte mit, bist du bereit, auch einen beruflichen Tod zu steppen? Ich meine nicht, dass du jetzt Hartz IV empfängst, sondern dass du ein bisschen beruflich zurückstecken könntest. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht findest du eine Integrationsart und Weise und das wäre mein Wunsch im Coaching, den Königsweg zu finden, diese goldene Lösung. Das ist mein Wunsch immer im Coaching. Nur, ich muss wissen, ob der Klient die Veränderungsbereitschaft hat. Und wenn er sie nicht hat, ist es auch okay, dann kann man eventuell erstmal auch mal einen anderen Weg gehen. Beispielsweise, jetzt kommst du und sagst, nee, nee, also das mit der Beziehung ist mir schon irgendwie wichtig, aber erstmal steht jetzt bei mir noch mehr beruflicher Erfolg an. So, angenommen. Ich würde wahrscheinlich konfrontativ dagegen gehen, aber angenommen, ich würde es mal durchgehen lassen, weil ich wirklich das auch als kongruenten Wunsch spüre, weil es nicht nur so ist, nee, ich will das nicht, dann würde ich durchgehen, aber wenn du sagst, nee, ich möchte auch beruflich mich weiterentwickeln, dann würde ich sagen, okay, cool. Und dann, was willst du denn? Du willst professionellerer Kommunikator werden. Und dann würde ich mir mal was von dir anschauen. Dann würde ich sagen, Moment mal, du kannst sehr klar dich durchaus artikulieren, klar, manchmal sind Schachtelsätze und bla bla bla, aber das sind Details. Du kannst Inhalte gut vermitteln, du kannst auch Leute durchaus irgendwie motivieren, aber für deine charismatische Präsentation als Kommunikator im Business fehlt auch diese emotionale, liebevolle, verbundene Art und Weise. So, es gibt Leute in unserem Business, keine Ahnung, ich kenne sie jetzt nicht wirklich, aber irgendwie so Dagi Bee oder sowas, keine Ahnung. Deine Lieblings-Youtuberin. Meinen die, die schaue ich von morgens bis abends, aber sie. Du hast doch Poster bei dir in der Hand von der. Du, das nachher, nach dem Podcast, okay. Diese, da ist doch keine Wissenschaftlichkeit, ist auch keine Klarheit oder so, keine Ahnung, vielleicht schon, ich weiß nicht, aber da ist extrem viel Relaten über diese persönliche Liebe vor Leben, sage ich jetzt mal, paga soziale Beziehung. Und da würde ich sagen, hey, ich glaube, es wäre spannend, dass du das ein bisschen mehr entwickelst, um ein besserer beruflicher Kommunikator zu werden. Heißt, ich spiegle deinen Wunsch und erfülle ihn auch und gleichzeitig wirst du dadurch auf einen Weg gehen, der dich auch noch an andere Wege führt. Also ganz konkret gesagt, du wirst dann auch ein besserer beruflicher Kommunikator, lernst aber dein Herz zu öffnen und merkst dann vielleicht, dass du auch im privaten Bereich was verändern willst. Okay. Also ich soll auf mein Herz hören. Pass auf dein Herz hören. Hör wie es lacht, wie es schlägt, wie es lebt. Hört auf euer Herz, wir sind ja in Spaß. Okay, interessant, dann werde ich einen Coaching-Termin bei dir buchen und das vertiefen und dann werden wir sehen in einem Jahr, ob ich ein besserer Kommunikator bin und wenn nicht, dann werden wir sagen, wie kacke das alles hier ist. Ey Freunde, wir haben gerade gemerkt, dass der Akku den Geist aufgibt und wir haben beide vergessen, also bis um 10 Uhr gekommen und es ist jetzt fast drei. Es tut mir leid, dass ich hier gerade über so viele eigene Sachen gesprochen habe, deswegen werden wir einen direkten zweiten Teil jetzt gleich aufnehmen, nachdem du guckst, wie du die Akkus leer bekommst, äh, nein, nicht leer, sondern Freudian Slip, was bedeutet jetzt leer, oh mein Gott. Ja, also deswegen schnell, wir sehen uns, unten in die Kommentare schreiben, was euch noch interessiert für Teil 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und wir gehen kurz eine kleine Runde mit dem Blog und dann sehen wir uns später. wenn ihr so lange zugeguckt habt, dann schreibt in die Kommentare Freudian Slip. Freudian Slip, ja, Freudian Slip.